Ich habe sowas gesehen. Warte, Sophia, ich zeige dir mal, was du von mir bekommst. Ich schweige deine Mutter. O Zigeuner, ich schweige deine Familie. Warum beleidigst du den Islam? Ist das ein Dreckauf? Ist das ein Dreckauf? Habt ihr es gehört? Was für eine Liebe. Habt ihr diese Liebe gesehen? Oh, was für eine Liebe die gibt. Diese Liebe willst du immer erleben. Da wird der Boden unter dir beben. Danach wirst du nie wieder auf dem Boden kleben. Das war ein Kosovo-Araber, genau. Gott segne ihn und seine Familie. Arme, arme Seele. Arme, arme Seele. Oh, Dankeschön. Eine Küsschen am Morgen verteilt Kummer und Sorgen. Danke, Jesus. Danke, Lieb. Du Arme, kannst du den nehmen, den du im Spiegel siehst? Gott segne dich und deine Familie. Jetzt gehst du auf Stummschaltpaket. Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? Ich bin in Stummschalt... Stummschaltpaket-Laune. Wer möchte? Danke, Robinio. Durch den Hass finden... Meinst du jetzt mich oder durch den? Ne, durch mich meinst du. Ja, ja, natürlich, klar. Finden immer nur mehr Menschen zum Islam. Die haben eine Abneigung gegen den Islam. In ganz Europa hat der Islam einen so schlechten Ruf, so ein schlechtes Image durch euch und durch die islamischen Schriften. Weil ihr gibt den Leuten absolut recht, dass man diese Religion niemals akzeptieren sollte und die islamischen Schriften auf den Index kommen und der Islam in Europa verboten werden sollte. Amen. So sieht's aus. That's right. Willst du schon wieder beleidigen? Guck mal, jetzt beleidigt er wieder. Guck mal, guck mal. Das hat der Islam ihm beigebracht, Leute. Guck mal. Meinst du nicht, dass der Islam dann so was abbekommen will? Wenn du so was sagst? Ich schweig deine Mutter, Trigoni. Ist das ein widerlicher Füge. Oh Gott segne ihn und seine Familie. Hallo? 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 Ich fache am besten nur noch so, ich sing den ganzen Tag einfach nur noch nicht. Hallo? Willst du was sagen oder nicht sagen? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Dann nicht. Was man sich hier rumschlagen muss, glaube ich. Ich, deine Mutter, deine ganze Familie, Zigeuner, Putsch, Scharraten. Guck dir diese Sachen zeigen, du schaust euch den an. Guck mal, wie der aussieht, wie auf Drogen in der Arme, guck dir den an. Guck dir diese Drogenabhängige da, guck mal, diese Junkie. Guck dir das an, jetzt bin ich gerade aus Toilette rausgekommen, der Arme. Richtig, der spuckt sich einfach selber an, hilft dich. Richtig vom Bahnhof, habt ihr gesehen? Wie dieser Bahnhof Frankfurt. Frankfurt, da hängen die an der Ecke und hier mit Nadel und so. Der Arme, Arme. Möge der Herr ihn rausholen aus dieser Bahnhofsmission. Arme, arme Seele. Man muss die einfach nur auslachen, das ist die beste Medizin. Richtig, wie so ein richtiger Neandertaler, merkt ihr? Immer, da kommt der Neandertaler raus. Ja, richtiger Neandertaler. Ja, Muslim Tiger ist wieder da, Muslim Tiger, guck mal, der ist auch so bekloppt, der Typ. Der will jeden Tag von mir hier gespankt werden. Warum are you laughing, ihr Ibn Muttah, dog? Ja, I'm laughing at some junkies that come here and insult me. Oh, okay, so you are Ibn Muttah? Ja, you are Muttah, because your Prophet ordered us, ordered your family to do Muttah. Your Prophet ordered us, was Mohammed is Shia 2, 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 hello, 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 Ebn Muttah, Ebn Muttah, Ebn Muttah. Ebn Sinha. Der kommt jeden Tag hier rein, der Typ. Der liebt mich über alles, dieser Muslim Tiger. Ja, sein Prophet hat ja angeordnet, Mutter Ehe zu machen. Ja, war sein Prophet dann Schiit oder was? Bekloppt, die Leute sehen. Kann jeder von euch nachlesen. Sayyid Bukhari 5116 und 5117. Der Mohammed hat erlaubt, in so Zeitehen einzugehen. Also war der Mohammed ein Schiit, ja genau. Heftig. Islam is love, Muslim Tiger. Islam is love and peace. Ja, very peaceful. Heute hört euch das mal weiter an, Martin. Ich finde keinen Fehler, alles hat einen Fehler. Alles, was man hier sieht auf dieser Welt hat Fehler. Alles ist nicht perfekt. Ich dachte das mal eine Zeit, das musste. Ich dachte auch, dass Allah perfekt wäre, aber er ist nicht perfekt. Er macht ohne Ende Fehler, klaut von jüdischen Rabbinern seine Ferse, packt sie in sein Koran, sagt, dass Mohammed jede Frau haben kann, vorausgesetzt, dass er sie möchte. Er sagt einfach, dass er eine Reise mit einem fliegenden Einhorn über die Al-Aqsa-Moschee getätigt hat, obwohl die Al-Aqsa-Moschee erst 90 Jahre nach dem Koran entstanden ist. Das ist so krank. Das ist so heftig. Erlaubt, dass man Frauen schlagen darf bei Widerspenzlichkeit. Sagt, dass ihr Frauen nur ein Saatfeld seid, wo der Mann sich vergnügen kann und wieder weggehen kann. Erlaubt Mutter-Ehe in Zure 424. Erlaubt Kriegsgefangene zu vergehen in Zure 424. Ja, also was bleibt denn noch übrig? Also das ist natürlich perfekt. Perfekte Anleitung zur Unheiligkeit. Perfektion eben wie in dieser Welt, aber ich musste feststellen, dass das eine Fase ist, dass das nicht richtig ist. Ich habe es gedreht und gewendet, weil ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch. Ich hinterfrage Dinge. Es ist natürlich nicht so, dass man mir etwas sagt. Sie ist ein kritischer Mensch und hinterfragt alles. Habt ihr schon mal sowas gehört? Habt ihr das gehört? Sie ist ein kritischer Mensch und hinterfragt das. Aber hinterfragt nicht die frauenunterdrücktesten Religion aller Zeiten. Habt ihr schon mal sowas Verstörendes gehört? Ich bin ein kritischer Mensch und hinterfrage alles. Aber der Islam ist perfekt. Schaut euch das mal an. Schaut euch das an, was hier los ist. Wie fertig die Leute sind, das wisst ihr gar nicht. Wie kaputt und verstörend das Ganze ist, das ist unfassbar. Welch Ausmaße, welch Ausmaße. Also, dass laut unter der Scharia die Frauen so hart geunterdrückt werden, das hast du nicht kritisch hinterfragt. Dass der Mohammed gesagt hat, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau denn malträtiert. Dass ein Mann eine Frau nackentherapiert hat, aufgrund, dass sie an Mohammed Kritik ausgeübt hat und ihr den Bauch aufge... Ihr wisst schon. Wo ein Kind noch hervorkam. Unfassbar. Unglaublich. Weiß nicht, ich bin entsetzt, entsetzt über diese Gehirnwäsche. Ich glaube das erst mal und denke so, ja, alles blau, sitzt. Dann ist das die Wahrheit. Ich schau mir die Dinge von außen an. Dann lege ich es weg, dann schau ich es mir nochmal an. Dann lese ich mir was anderes durch. Dann komme ich wieder zurück. Und es ist einfach unfassbar. Es gibt nichts daran auszusetzen. Das ist doch kein gesunder Menschenverstand mehr, Mann. Es gibt nichts daran auszusetzen, dass du eine von vier Frauen werden darfst, dass dein Mann dich überhaupt gar nicht fragt, ob er eine Zweitfrau, Drittfrau, Viertfrau... Du hast zu gehorchen. Das hinterfragt man nicht. Wie dumm muss man sein? Wie dumm? Wie dumm als Frau? Wenn ich eine Frau wäre, ich würde andere Frauen warnen von dieser Religion und sagen, das ist von einem Mann für einen Mann. Das hat ja nichts mehr mit Gott und Heiligkeit zu tun. Das ist also eine unterdrückerische Ideologie, die eines Tages uns Frauen ja unterdrücken wird. Und das nennt sie einen kritischen Geist haben. Schaut euch das mal bitte an. Wie heißt die? Hannah Hansen. Hannah Hansen, genau. Richtiger Hensen. Entschuldigung, dass ich da sagen muss, aber das ist wirklich so. Richtiger Hansen. Unglaublich. Wie geht denn sowas? Du kannst nicht... Wie kann man sich denn so im Internet präsentieren, über eine Religion reden, die dich überhaupt gar nicht duldet, weil du so aussiehst? Du hast gefälligst, die Karp zu tragen. So sagt es auch die Rechtsschule der Hanbaliten. Und da gibt es Millionen. Dazu gehört Pierre Vogel, Abu al-Baraa und diese ganzen Konsorten hier in Deutschland, die ganzen Salafis. Die waren Ahmad Hanbal. Was meinst du, die machen aus der eine SEX-Sklavin? Heftig, ne? Sie verteidigt das auch noch. Das ist ja das Kranke, was ich nicht verstehe. Wie kannst du eine Religion verteidigen oder für gut empfinden, die dich unterdrücken würde, sobald sie die Stärke erreicht hat? Das ist krank. Das ist genau diese Art von Mensch, diese Art von Frauen, die sich wie ein Huhn zu KFC bekennt. Und sagt, KFC ist ein toller Laden als Huhn. KFC ist der beste Chicken-Laden. Ich habe keinen Fehler gesehen, als Hähnchen dorthin zu gehen. Kein Fehler. Die machen das sehr gut, unsere Leute zerbraten und zerteilen. Ist das krank? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, die lieben. Es ist so verstörend, ne? Dass sie sich zum Islam bekennt, ist in etwa, wenn sich ein Huhn zum KFC bekennt. Und schon wieder, Verstoßverwarnung. Ihr ekelhaften, ich komme jetzt sofort wieder rein. Höhnt als Frau. Hören wir nochmal die Aussagen, das ist krank. Wieso bin ich so überzeugt von dieser einen wunderschönen Sache? Ich finde keinen Fehler. Und das Kranke ist, man darf auch nicht diese Gehirnwäschemusik im Hintergrund nicht vergessen, damit das Ganze auch noch so schön ausgeschmückt wird. Damit der Zuhörer natürlich so total emotional gebunden wird. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an. Wie heftig. Soll es emotional gepackt werden. Schau mal her. Ich finde keinen Fehler. Alles hat einen Fehler. Alles, was man hier sieht auf dieser Welt, hat Fehler. Alles ist nicht perfekt. Ich dachte dir das mal an. Ich dachte dir das mal. Schau dir das mal an. Eine Zeit, das musste Perfektion geben hier in dieser Welt. Aber ich musste feststellen, dass das eine Farce ist. Dass das nicht richtig ist. Ich habe es gedreht und gewendet, weil ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch. Ich hinterfrage Dinge. Es ist jetzt nicht so, dass man mir etwas sagt. Ich bin ein kritischer Mensch. Ich hinterfrage Dinge. Wenn Leute zu mir kommen und mir etwas erzählen, dann bin ich ein kritischer Mensch und hinterfrage alles. Was für eine Lügnerin das ist. Wie sie lügt. Das heißt, sie sieht nicht das Leid der Frauen in den Islam schlendern, die das durchmachen, die nicht das Haus ohne die Erlaubnis ihres Mannes verlassen dürfen, die in ein Niqab gezwungen werden oder Hijab oder was auch immer. Das sieht sie nicht. Darin sieht sie gar keinen Fehler. Schau dir das mal bitte an. Kein Wunder, dass die Leute in den Kommentarbereichen ausflippen und sagen, sag mal, tickst du noch richtig oder was? Und das nennst du ein kritischer Geist, kritisch hinterfragen? Oder ist das Arschkriecherei den Muslimen gegenüber? Damit du von ihnen eine Anerkennung bekommst. Er hat eher, glaube ich, das Zweite. Das ist pure Arschkriecherei. Hallo? Hallo? Hallo, mein Name. Gott segne dich und deine Familie. Unglaublich. Ja, da sehen wir im Iran das beste Beispiel, wie die Frauen gerade um ihre eigene Freiheit kämpfen und sie kommt hier in Deutschland ohne Hijab, eine Deutsche oder was sie auch immer ist oder eine Europäerin, sagen wir mal, mit blonden Haaren, wo die Muslimen sowieso schon ausflippen. Da kommt sie und sieht nicht das Leid der Muslimas, die in den Islam schlendern, das durchmachen. Das ist so krank. Und hier in Deutschland verteidigt sie den Islam und sagt, ich habe keinen Fehler im Islam gesehen. Das ist geisteskrank. Danke, Philipp. Wie geht sowas? Kann mir das bitte einer erklären von euch, Muslime? Oder egal, kann mir das irgendjemand mal erklären? Wie kann sowas sein? Du bist krank. Ich bin krank? Ich bin krank, der das Leid der Frauen in den islamischen Ländern sieht. Und du, gehirngemaschene, kommentierst auch noch, ich bin krank? Sag mal, du hast sie nicht mehr alle. Das Problem sind leider Menschen, die den Islam falsch praktizieren. Das ist so krank. Also wenn Oman und, also wenn Muhammad selber durch die Hadithe sagt, dass die Frauen sich verhüllen sollen und dass der Hijab-Vers kam, man muss diese Frau mal fragen, man muss die Muslime erst mal fragen, warum trägt die eigentlich Hijab? Warum? Warum? Genau wie dieser Heuchler hier. Der ist auch einer der größten Heuchler, die predigen. Pass mal auf. Der Typ hier. Warte. Wo ist der? Der hier. Warte. Das ist auch heftig. Mit seiner Rolex, mit so einer fetten Rolex am Arm. Seiten auf Null und dann labert der einer von Islam. Guck mal, der hier. Kopf bis Fuß. Das heißt, man darf keinen Halt sehen. Man darf keinen Halt sehen. Man darf keinen Halt sehen. Also er will den, man darf keinen Halt sehen. Er will den Muslimas jetzt islamische Scharia erklären, dass wenn sie sich islamkonform benehmen. Selber benimmt er sich überhaupt gar nicht islamkonform und widersetzt sich den Anordnungen Allah und seines Gesandten, der gesagt hat, ihr sollt euch nicht die Seiten so rasieren und einen Teil des Kopfes dran lassen. Er macht es. Er stellt seine, hier, sag mal schnell, sein Reichtum zur Schau und sowas. Ist das also nicht sich gegen den Islam auflehnen? Wie kann man so jemanden ernst nehmen, den Typen? Wie heißt der Abdelhamid oder wie der Typ heißt? Wie geht sowas? Kein Muslim sagt, ey, bist du krank? Was rasierst du die Seiten auf Null und machst die dann auf Plea und mit deiner Rolex oder was und dann predigst du Islam? Was ist das denn? Da kann ich ja auch zu Dings gehen, hier die Dattelträger oder wie die Leute heißen von ARD und ZDF und die können mir auch was von Islam erzählen. Benehmen sich, wie der letzte Kuffar und erzählen mir was von Islam. Sieht aus wie der letzte Kuffar, Kerfir und erzählt was von Islam. Also, das ist krank. Wenn ich ein Muslim wäre, ich würde das niemals tolerieren, niemals. Wenn ich sage, seid ihr krank, dem überhaupt zuzuhören? Wie geht das? Entweder setzt sich Allah und seinen Gesandten und ihr hört ihm noch zu. Seid ihr alle krank oder was? Macht einen auf Plea hier mit hier Seiten auf Null mit dicke Rolex am Arm und predigt oder was? Wo die Gelehrten selber sagen, wer sein Reichtum zur Stau stellt, der wird nicht ins Paradies kommen und so. Aber eine fette Rolli am Handgelenk und dicke Karren und sowas fahren. Unglaublich. Und dann versucht er den Muslimas auch noch Scharia beizubringen, obwohl er sich selber Scharia unkonform benimmt. Nach Scharia dürfte er gar nicht so aussehen. Richtig? Richtig, natürlich. Seiten auf Null, Rolex tragen, wo gibt es sowas? Er will also die weltlichen Dinge haben, Allah will aber für ihn das Paradies haben. Will er aber Allahs Paradies haben? Nein, er will die Dunja. Er will die Dunja. Aber ich bin auch froh, dass er diese Dunja will, damit er nicht in dieses Himmelreich von Allah kommt. Das ist so krass. Mit seinen 72 Hoden, ey. Guck mal, das kann nicht wahr sein. Die Ohrringe dürfen nicht rausgucken. Ich sehe, manche, die kärmen sich so die Ohrringe raus. Die will keiner... Die Ohrringe dürfen nicht rausgucken, was der Typ sagt. Aber selber trägt er die Seiten auf Null. Schau dir das mal an. Welche Muslima würde so einen Typen ernst nehmen, der sowas sagt? Selber hält er sich nicht an Islam und predigt, dass die Leute sich dran halten sollen. Wie verrückt, wie bekloppt. Wie bekloppt kann man nur sein? Das kannst du keinem erzählen. Habt ihr gesehen, wie der Typ aussieht? Eben mit seiner Rolex, wie der immer angibt und sowas? Und immer so voll die Batzen auf Tasche. Was macht der Typ? Ist der so ein Dealer oder was macht der? Ein muslimischer Dealer-Prediger oder was macht der Typ? Das ist krank, Mann. Ich glaube, der steht auch unter Beobachtung von der Polizei, oder was? Ich glaube, mit Sicherheit sind die schon mal bei ihm eingeflogen. Haben wir gedacht, aha, wer bist du denn? Prallt sie mit fette Rolli und dies und das sieht gar nicht so aus wie so ein Prediger und was machst du denn da für krumme Geschäfte? Unglaublich. Da sagt er den Leuten, da sagt er den Leuten, also die muslimers, die armen muslimers, die sich denen dann angucken, dass sie sich so verhüllen sollen, dass sie bis zum Hals das tragen müssen, damit man den Hals nicht sieht, weil das Sünde ist. Hört euch das mal an. Keine Sehnschwester, packt ihr wieder hinter den Hijab ein. Allah subhanu wa ta'ala sagt, wirft über eure Brot das heißt, der Hijab muss mindestens bis zur Talie fallen, darf ihr nichts sehen an Form. Das ist das, was Allah befohlen hat. Und darüber hinaus hat er befohlen, bis zu den Füßen, nur in der Rechtsschule von den Hanifiyah ist es erlaubt, die Füße zu sehen. In allen drei anderen Rechtsschulen ist es haram, die Füße zu sehen. Das Gebet ist ungültig, wenn man Füße sieht. Das heißt, dann kommt mit Fuß. Selbst wenn man die Füße sieht beim Gebet, ist es ungültig. Schau dir das mal an, in welcher mistliche Lage, die die Muslime ausbringen. Als würde sich Gott interessieren, ob du deine Füße zeigst. Das ist krank. Das ist so krank, Mann. Das hat doch nichts mehr mit Religion zu. Das ist Zwangsstörung, Mann. Das ist weitergegebene Zwangsstörung und immer weiter, durch Generation zu Generation. Das heißt, Gott macht sich Gedanken um deine Füße oder um dein Herz. Über was die da reden. Und die Leute hören da wie Schafe zu. Anstatt die sagen, das hat doch gar nichts mit Religion zu tun, mit Gott zu tun. So wie ich damals beim islamischen Unterricht teilgenommen habe. Da sagt er zu mir allen ernsthaft, meinte Amir, wenn du deine Fußspitze nur falsch setzt, der Typ, sagt er, dann ist dein Gebet ungültig. Meinst du was? Fußspitze? Ja, wie soll ich denn wissen, welche Fußspitze ich jetzt so setzen? So bist du krank oder was? Meinst du, ist das die Religion Gottes? Er macht sich Gedanken um Fußspitze? Verstoße. Ekelhaft. Fußspitze. Ich komme jetzt gleich wieder rein. Das ist doch krank. Ich würde verstehen, wenn Abul Barah das sagt. Der Abul Barah hält sich ja wenigstens da dran. Er zeigt weder seine Aura noch gar nichts. Aber der Typ, dass die Leute überhaupt ihm zuhören, das verstehe ich nicht. Das ist für mich so suspekt, so krank. Anstatt die sagen, aber mein lieber Hamid, du hältst dich doch selber nicht da dran. Du zeigst doch selber. Du rasierst deinen Kopf, obwohl die Gelehrten sagen, das ist Haram. Widersitzst du dich Allah und seines Gesandten, seine Anordnungen. Die Gelehrten sagen, du sollst sie nicht die Seiten auf Null machen. Das sind Haram-Frisuren. Ach so, ich weiß. Ja, du willst natürlich den Jugendlichen imponieren. Genau. Du willst also nicht Allah gefallen, du willst den Jugendlichen gefallen. Natürlich. Daran merkt man, was für ein Monat wird. Siehst du. Je schlimmer ein Muslim aussieht mit seinem Bart, desto eher kannst du davon ausgehen, dass der ein authentischer Muslim ist, weil er nicht den Leuten gefallen will, sondern weil der Allah gefallen will. Versteht ihr? Auch wenn er zum Beispiel sich seine Barthaare gelb färbt. Warum macht er das? Warum macht er das? Weil er Rasulallah mehr liebt als diese Leute hier. Egal, was sie von ihm denken. Das ist das Kranke. Deswegen siehst du, authentische und ehrliche Muslime mit dem Kaftan rumlaufen, die bis zu den Knöcheln und die anderen, die haben so ein Riesenproblem damit, so rumzulaufen, wie Mohammed das angeordnet hat. Die Lieblingsfarbe von ihm war ja gelb von Mohammed. Er hat seinen gesamten Bart, seine Klamotten, alles mit gelb gefärbt. Das war die schönste Farbe von ihm. Er war ein blonder Mann. Er hatte gelbe Barthaare, gelbe Haare und alles. Das ist falsch. Guck mal hier, das ist falsch. Alles klar, das ist falsch. Es ist falsch, natürlich klar. Schauen wir mal, ob das so falsch ist. Schauen wir mal, ob das so falsch ist. So. Sunan Abu Dawood, Hadith 4064. Ibn Omar pflegte seinen Bart so sehr mit gelber Farbe zu färben, dass seine Kleidung mit gelb gefüllt gefärbt war. Er wurde gefragt, warum färbt man mit gelber Farbe? Er antwortete, ich sah den Gesandten Allahs mit gelber Farbe färben und nichts war ihm lieber als dieses. Er färbte damit alle seine Kleidungsstücke, sogar seinen Turban. Ihr seid noch weit entfernt, wie Mohammed auszusehen. Ihr seid noch weit entfernt. Ihr schämt euch alle für euer eigenes Vorbild. Ganz genau wie Hansi, der seine Bartage schwarz färbt und uns weiß machen will, dass das dunkelbraun ist. Obwohl Mohammeds Lieblingsfarbe ja gelb ist. Warum macht er nicht gelb? Weil er sich schämt vor dieser Gesellschaft. Er will also nicht Rasulallah und seinem Gott gefallen, er will diese Leute hier gefallen. Er will sein Aussehen verändern, damit der Jünger wirkt, so wie die Gelehrten das sagen. Und das ist ein Betrüger. Die Gelehrten sagen, das ist betrügerisches Verhalten. Wahnsinn. Und so jemand wird das Paradies im Islam niemals erben. Arme Seelen. Arme Seelen. Gott macht sich Gedanken um Barthaare. Um Färben von Bart. Arme Seelen. Arme Seelen. Das ist natürlich Gott sehr, sehr wichtig, welche Bartfarbe du hast. Nicht, was du für ein Herz besitzt. Ob du mit ganzem Herzen an ihn glaubst und ihm nachfolgen willst. Das interessiert natürlich Gott nicht. Er guckt nach deiner Fußspitze, wie du die setzt und wie dein Bart gefärbt ist. Ihr seid so fertig. Ihr seid so fertig. Das kann sich keiner vorstellen. Das ist natürlich der Gedanke Gottes. Das ist in erster Linie das, was Gott von uns will. Mit gelber Farbe, damit wir ihm gefallen. Wir gefallen also Gott nicht, wenn wir seine Gebote halten und ihm näher kommen, ihn lieben über alles und uns so dementsprechend verhalten, wie er es möchte. Der macht sich Gedanken um Fußspitze. Ich will mal wissen, wie Allah das beschrieben hat, wie ich meine Fußspitze zu setzen habe. Wie? Wie? Sag mir mal bitte. Wie fertig muss man nur sein? Wie fertig? Sieht man vor, ist das kein Hijab mehr. Seht ihr? Seht ihr diese Heuschelei, was er da sagt? Trägt die Seiten auf null, fette Rolli am Arm, ist irgendwie so total in Cafés unterwegs. Letztes Mal habe ich ein Video gesehen, wie da auf Kirmes rumhängt, der Typ. Wo Alkohol ausgegossen wird, wo Alkohol ausgegossen wird, wo die Menschen Bier trinken neben ihm. Das geht natürlich, klar, das ist natürlich sehr gut. Aber wie man seine Fußspitze setzt, darüber macht sich Allah, keine, also darüber macht sich Allah Gedanken. Aber über dein Verhalten, deine Seiten auf null zu machen und deine Fußspitze richtig zu setzen, komm, komm, ist gut. Kein Wunder, dass die Leute Abneigung haben gegen den Islam. Und sagen, das ist keine normale Religion, so wie ich das damals auch erfahren durfte. Amir, wenn du beim Beten deine Fußspitze falsch setzt, ist dein Gebet ungültig. Ach so, ja. Gott macht sich also Gedanken um meine Fußspitze, natürlich. Wie fertig kann man nur sein? Wie fertig kann man nur sein? Ich mach für dich sogar die Kamera an, damit du weißt, wer ich bin. Warte, warte, warte. Hi, na du. Ist das der Ding oder was ist das? Kannst du dich noch dran erinnern? Vorgestern. Was ist das? Ah ja, ja, was ist das? Kannst du dich nicht dran erinnern? Was ist das? Kannst du dich nicht dran erinnern? Nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Wer ist das? Wer bist du? Du hast mich gefragt, wie kann es sein, das bei euch Muslimen? Ich hab das und das und das erfahren. Dann hast du gesagt, lass mich raten, deine Quelle war Google. Du musstest selber lachen, dann bist du rausgegangen. Du bist dann rausgegangen? Bei Gott, du bist rausgegangen. Hast du so viel Kamelurin getrunken? Nein, Bruder, nein, Bruder, nein, nein, nein. Du bist so lustig. Ey, Bruder, ohne Scheiß möge Allah sich inshallah recht leiten. Aber ey, Bruder. Aber ich sag dir eins. Womit soll er mich denn recht leiten? Mit seiner linken oder mit seiner rechten Hand? Ja, Bruder, ich sag dir. Sonst läuft dein Leben so ab. Ja, warum? Allah hat zwei rechte Hände. Wie will ein Wesen mit zwei rechten Händen mich recht leiten? Dein Herz, 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 Bruder. Dein Herz muss sein, Bruder. Jetzt auf einmal guckst du dich, ich dachte, man muss uns Gedanken machen, ob die Aura bedeckt ist. Bruder, nein, glaub mir. Du, du wirst, glaub mir, irgendein Mädchen hat Hass auf dich. Vertrau mir, Bruder. Ein was? Ein Mädchen, ein Mädchen hat Hass auf dich. Ein Mädchen hat was auf mich? Ich glaube, die ganzen Frauen haben Hass auf den Islam. Nein, Bruder, das ist falsch. Das ist falsch. Das ist falsch. Eine Delikatur, die dazu aufhören, Frauen zu picken, zu boxen, das ist natürlich falsch. Bruder, Frauen gibt es im Gesamtamt mehr. Aber ich sage dir eins, du wurdest verhext. Vertrau mir, Hokus Pokus Filibus. Aber du weißt das selber nicht. Ach so, wurde dein Prophet auch verhext? Nein, nein, Bruder, ich verfolge dich so ein bisschen. Weißt du, ich sehe dich so manchmal. Ja, aber sag mal, wurde dein Prophet auch verhext. Ich sage mir jedes Mal, der Arme, der Arme, der Arme. Der Arme, genau, der Arme, der die Wahrheiten ausspricht. Genau, der Arme. Und du, wenn du dir im Spiegel anschaust, denkst du nicht, ich arme, ich arme, du arme? Doch, 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 doch. Natürlich, wir sind alle arme, Bruder. Du guckst ins Spiegel und sagst nicht, du arme. Aber du kannst doch, dem Islam ist so ein Drecksinn für Bibi Murad, Alter. Das geht nicht. Mein lieber, hat der Mohammed, stand der unter schwarzer Magie, ja oder nein? Na, ey, Bruder, ich sage dir eins, glaub mir, geh zu einem Hodja, lass dich mal abchecken, Bruder. Vertrau mir, vertrau mir. Ich mach mit dir, Rukia, kein Problem, ich mach mit dir, Rukia. Vertrau mir, ist gut, ist gut, ich kenne mich. Ich mach mit dir, Rukia, und weißt du wie, ich besorge die Kamelurin und schütte dir einen Liter da rein. Da kommt schon der böse Geist aus dir schon raus. Mach dir keinen Sorgen. Aber, Bruder, ich glaube, da kommt böse Geist, kommt rein, Bruder. Nein, nein, ja genau, durch Kamelurin, da hast du auch wieder recht, Entschuldigung, hast du recht. Deswegen, du musst Weihwasser nehmen, wenigstens, was Gutes. Ja, ich danke dir von Herzen. Viel Spaß bei Kamelurin trinken. Diese Leute sind so heftig, ganz arme Seelen. Das sind solche Leute, die der Islam sagt, man sollte sie dann dementsprechend nackentherapieren und dann auch kochen und essen. Das ist der, der betet nicht fünfmal am Tag, hat nichts mit dem Islam zu tun, gibt kein Sakjad, macht gar nichts. Der ist einfach nur Namensmostel. Und das sind die Leute, die man dann dementsprechend kochen darf. Ja, wie geht's? Ja, Alhamdulilliezus, wie geht's dir? Alhamdulillahi, Alhamdulillahi. Ja, perfekt. Wo bist du, wo bist du? Warum keine Videos mit ABK, Habibi? Ja, warte, ich zeig dir, guck mal, wie gefällt dir dieses Video? Warte kurz, diese. Wie gefällt dir dieses Video? Wie gefällt dir das? Majid, hör auf mir, Anfragen zu schicken. Das ist lächerlich, ich hab keine Lust auf sowas. Entweder antwortest du wie ein vernünftiger Junge und sagst, ob dein Prophet unter schwarzer Magie stand oder du kommst hier nicht rein. Oder du kommst hier nicht rein. Genau. Oder du kommst hier nicht rein. Das geht nicht in meine Birne rein, ne? Da haben wir einmal ein blondes Mädchen, eine blonde Frau, die sagt, ich habe im Islam keinen Fehler gefunden, der Koran ist perfekt. Trägt weder Hijab noch Niqab und predigt einfach so mit Aura zeigen und so, obwohl diese Religion nachweislich sehr, sehr unterdrückerisch für Frauen ist. Und dann haben wir noch so einen Prediger, der hier die Jugendlichen predigt und dann auch noch den Muslimas beibringen will, wie man sich Islamkomfort benimmt und sich auch schariamäßig anzieht. Aber selber hält er sich an gar nichts. Hängt in irgendwelchen Cafés ab, trägt die Seiten auf Null, geht in Kirmes, wo Alkohol ausgeschenkt wird und so, Sinner gemacht wird und was weiß ich was. Habt ihr was Krankeres als das gesehen? Ich weiß nicht, die Muslime sagen ja gar nichts mehr dazu, das ist denen völlig egal. Danke. Ja genau, kein Mensch ist perfekt. Aber dann sollte er erstmal an sich selber arbeiten, auch wenn seine Seiten auf Null, wenn seine Religion das so befehlt. Und dann kann er den Leuten sagen, wie sie sich anzuziehen haben. Nee, das ist nicht so Muslim. Oder nicht? Ist das nicht richtig? Was geht ab, Muslim? Warte mal ganz kurz. Wenn du dich schon dahin stellst und den Frauen Anweisungen gibst, wie die sich anzuziehen haben nach Scharia, wie kann es sein, dass du selber nicht schariakonform aussiehst? Wie denn? Wer nimmt dich denn ernst? Deswegen habe ich gesagt, ein Abu Barah, ein Pia Vogel, die können das sagen. Da kann man auch sagen, ja gut, die nehmen ihre Religion ein wenig noch ernst. Aber das ist ja krank, das ist ja verstörend. So, bitte. Was geht ab? Alles klar? Nicht viel. Gott segne dich und deine Familie. Danke, danke. Wollen wir uns fragen? Ich wollte uns fragen. Amir, werde bitte Politiker. Ich wähle für dich. Wählt für mich. Ich mache Deutschland gesund und stark. Nicht gut. Euer Doktor Scheer, Amir bringt wieder alles ins Lot. Alles. Hörst du mich? Ja, ich höre dich jetzt. Ich höre dich. Ich höre dich. Was kann ich für sie tun? Du magst dir so Moslems ärgern, oder? Du machst es ja ziemlich gut. Ärgern? Dein Content ist ja nur dafür, dass du uns ärgerst. Also die meisten. Also mich kann ich so nicht ärgern. Das hat nichts mit Ärgern zu tun. Ich reagiere nur auf das, was ihr da von euch gebt. Und sage den Leuten, das kann man ja gar nicht mehr ernst nehmen. Das hat ja gar nichts mehr mit einer Religion, die von Gott kommt, zu tun. Das hat ja was mit Zwangsstörungen zu tun. Du hast die Leute sich mal darüber gedenken. Das ist ja egal. Ich wollte nur sagen, heutzutage juckt es eh niemanden, was du sagst. Aber ich denke schon, dass das jemand genau dich gibt. Du bist ja hier drin. Merkst du nicht? Das tut dir nicht weh. Nee, ich will dir nur was sagen. Wenn es dich nicht interessieren würde, dann würdest du ja nicht hier reinkommen. Richtig? Nee, ich will nur meine Meinung sagen, wer nicht. Ich habe nicht so viel zu reden. Ja, guck mal. Ich zeige dir meine Meinung. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Amir vom Präsident. Ja, es sind viele. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte dir nur sagen, dass du der größte Lutscher bist. Passt mal auch auf deine Beschreibung. Siehst du, so ist das. Sag nochmal. Du bist ein Lutscher. Ja, deswegen musst du in den Spiegel gucken und das nochmal sagen. Gott segne dich und deine Familie. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Ist das ein normaler Mensch oder ist das ein Dämon? Meinst du mich oder den vorigen? Ich meine jetzt nicht. Bist du normal oder bist du ein Dämon? Ich hoffe, ich bin normal. Ja, dann ist gut. Ich habe Probleme. Probleme? Das ist super. Das wollte ich werden. Ich danke dir. Ja, ich danke dir, dass du dabei warst. Nächstes Mal habe ich meine Praxisstunde wieder auf. Dann kannst du mir deine Superfragen stellen. Bis später. Okay, danke. Hallo, Fiesmann. Amir, hörst du oft den Erkern, den Muslimen Erkern oder welcher Muslim war das denn jetzt? Wer meinte, du sollst mit den Muslimen Erkern? Entweder. Ach, der Muslime Erkern oder Erkern? Erkern. Du magst die Muslime Erkern? Du magst die Muslime Erkern. Erkern, ja. Du magst auch Erkern und die Muslime oder nicht? Reza, hast du das gehört, was diese Plotide da kommt? Hallo, ihr Lieber. Ich wollte es sehen. Das ist heftig, dass Mohamed sich komplett die ganzen Klamotten gelb gefärbt hat. Seine Haare, alles ist heftig. Reza, ich meine, diese Plotide, diese Plotide Frau, die gesagt hat, ich sehe, ich habe keine Fehler. Der Koran ist perfekt. Ach so, Hannah Hansen, weißt du, wer das ist? Das ist eine Promi, die ist von der Elite. Das ist eine Frau, die war zeitlang über zehn Jahre, oder so einer der heftigsten, gebuchtesten, meist gehyptesten Haus-DJ-Frau und Kickbox-Weltmeisterin. Das ist eine Elite-Frau. Ja, natürlich. Wenn das diese DJ-In ist, Hannah Hansen, die Kickbox-Weltmeisterin, ja. Das ist so eine Elite-Frau. Ja, Hannah Hansen heißt... Hannah Hansen, genau. Das ist eine blonde Frau, die damals eben als Haus-DJ-Frau, also sehr bekannt war. Sehr, sehr, sehr bekannt. Nimm jetzt. Ja, und die Elite hat die wahrscheinlich, der Satan hat die jetzt ins Rennen geschickt, durch ihre Reichweite und Bekanntschaft, weil die auch so modern ist. Und trotzdem ist das genau für die richtigen Muslimas jetzt. So ein bisschen schminke, ein bisschen Haare zeigen, ein bisschen McFit gehen und so trainieren, den Buddy, und dann mit Hannah Hansen zusammen Islam machen. Also so Gehirn-Gewaschen und Islam, da? Ja, also Aslakinas plus Alhamdulillah. Alhamdulillah Aslakinas. Aslakinas Frankfurt mit Alhamdulillah. Ja, oben Alla, Kopf und Deniala. Alles auf. Tja, besser, dann haben wir noch den einen Prediger, der sich die Haare seitlich auf null rasiert, überall so kontos, so richtig schön gut, alles stylisch aussieht. Und dann den Muslimas sagen, wie sich Islamkomfort benehmen und anziehen sollen. Also schau dir das mal an. Ja, ja, ja. Ja, das ist dieses typische Heuchel. Aber gut, das haben wir ja auch. Der Herr Jesus meint ja auch. Wir hier sollen auch nicht heucheln. Wenn du selber einen Balken in deinem eigenen Auge hast, dann hol den erst mal raus, damit du klar sehen kannst. Und dann erst kannst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder deiner Schwester rausholen. Wenn du jetzt die Bibel lesen würdest, dann würde er durch den Heiligen Geist überführt werden, über sich nachdenken und zugeben, Oh, der Herr Jesus ist die Wahrheit, der Herr Jesus ist die Wahrheit, das ist der Geist Gottes, der überführt mich gerade, meiner sündigen Natur. So sieht das aus. Ja, aber weil er das nicht macht. Er selber hält sich nicht dran und sagt, die anderen kurz haben, weil es ist er. Ja, genau, das ist die pure Heuchelei. Das ist die Definition von Heuchelei. Heftig, wie der Rhein so über die Ufer kommt, Amir, wie das alles Hochwasser, ne? Ja, das ist heftig. Hallo, wer ist mitbekommen? Beschwingt mich. Ich gucke mich bei mir, ich sage. Warte. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Hörst du mich? Ja. Ist das ab der Schule in Deutschland, Schulsystem und wo landen, also welche, oder wo landen die meisten Paketfahrer sind? Welchen Schulabschluss haben die meisten Paketfahrer in ihrem Leben? Abitur. Und die meisten Paketfahrer sprechen, das heißt, die sind seit ein, zwei Jahren in Deutschland. Oder die waren auf der Sonderschule. Du bist ein Paketfahrer und willst den Leuten etwas über das Leben beibringen. Das heißt, du bist die höchste Schicht in Deutschland. Ja, da musst du dir mal vorstellen, da musst du dir mal vorstellen, guck dir das mal bitte an. Ein Paketfahrer, der mehr Ahnung hat über eine Weltreligion, über die 99% der hier lebenden Muslime nicht Ahnung haben. Das musst du dir mal geben, wie peinlich das ist, wenn das so ist, wie du das sagst, dass ich ein Paketfahrer bin. Ist das nicht unangenehm? Was war denn der Mohammed, wo er bei Aisha, bei Aisha, bei Khadija eingestellt war? Was hat der denn hin und her gefahren für Aisha? Für Khadija? Für Khadija, ja genau. Das hat er vergessen, der gute Mann. Er hat gerade seine eigenen Propheten beleidigt. Ja, ein Analphabet, schau dir das mal an. Ein Analphabet, der Paketen hin und her gefahren hat, für eine 40-jährige, selbstständige Frau namens Khadija. Unfassbar. Du Sonderschüler, du. Du Sondervoll. Darüber denken die nicht nach. Darüber denken die nicht nach. Du Sondervoll. Zerstört gerade seine eigenen Propheten, vor allem Leute. So sieht's aus. Das wollte ich auch noch ein bisschen, aber ich wollte mir das nicht mehr geben. Ja. Hallo? Ach nee, der ist aber Dings. Unglaublich. Ich kann ja wenigstens lesen und schreiben. Ich bin wenigstens schlauer als Mohammed, oder? Wir alle sind auf jeden Fall schlauer als der jagende Prophet. Das ist doch krass. Die meisten Propheten waren einfache Menschen. Der zerstört gerade seine ganze Religion, die ganze Glaubenshelden. Abraham. Was waren das? Waren das Ärzte und Ingenieure? Ich denke, die verstehen nicht, was sie da für eine Zerstörung anrichten. In ihrem eigenen Glauben. Er nimmt seine Religion von einem Analphabet hin. Schau dir das mal an. Und lacht über anderen Fabien. Das ist so cool, dass du immer weiter reinguckst. Das ist, wenn die Leute sich nicht eine Sekunde... Diese Menschen denken nicht eine Sekunde über etwas nach. Die existieren einfach nur. Die reden etwas und dann denken die darüber nach. 20 Stunden später. Kennst du Dick und Doof, die Serie, Amir? Dick und Doof. Da ist ja dieser Dünne da, der Doofe. Dem fällt das auf den Kopf. Und zwei Stunden später fällt es ihm auf, dass er vor zwei Stunden etwas auf den Kopf gekriegt hat und Schmerzen hat. Auf einmal kreist er sich auf den Kopf. Aber in zwei Stunden. Ja. Das ist so krass. Das ist so krass. Wie der Satan sich über die Menschen kaputtlacht durch solche Filme. Lachte sich ins Feustige über die Menschen. Wer kann denn jemand ernst nehmen, der unter Illusion stand und sich vorgestellt hat, mit seinen Frauen zu schaffen, obwohl er es in Wahrheit niemals getan hat? Was ist das denn für ein Verhalten? Ja, weil er ja damals unter Mind-Control unter schwarzer Magie stand. Durch Verhexerei. Das heißt, sein Verstand war komplett ausgeschaltet. Durch eine dämonische Besessenheit. Durch dämonische Macht. Wahnsinn, ne? Ja, der wurde geführt, ferngesteuert. Absolut. Absolut. Ja. Die Muslime müssen sich aber gelangt machen. Überleg gut, was sie immer sagen. Ja. Es kann gegen dich verwendet werden. Ganz schnell. Es kann gegen dich verwendet werden. Vor Gericht. Alles, was sie sagen, die Mann und die Krieg sind verwendet. Vor dem Anwalt, vor dem Staatsanwalt Abu Amir. Doktor Abu Amir. Oh, sieht's aus. Und seinem Groß-Staatsanwalt-Partner Abu Hetzarai Reza. Wahnsinn. Wahnsinn. Ex-Muslim und Partner. Ganz leid. Die Kanzlei hat die Kanzlei. Hetz-Muslim und Partner. Ex-Muslim und Hetz-Partner. Ex-Muslim und Hetz-Partner. Aus einem eigenen Geist. Schalom zusammen. Schönen mal rein. Ich habe eine Frage bezüglich das ewige Leben, also im Christentum und im Islam, bei uns im Christentum ist es halt so, dass wir einen neuen Körper kriegen, einen geistlichen Körper, oder wie man es sich sagt, wie ist denn das ein Klimis? Also zum Beispiel, ich bin jetzt Vater, ich glaube an Gott, ich komme da im Himmel und mein Sohn ist zum Beispiel jetzt ein anderes Gläubiger, der kommt in die Hölle und diese Schmerzen, die spielen wir ja nicht, wenn wir im Himmel sind mit dem Gott, wie ist das ein Klimis? Genau, im Islam. Willst du das auch irgendwie so erklären, wenn die Kinder von denen, boah ich bin mega aufgeregt, sorry, wenn die zum Beispiel nicht mit den eigenen Eltern oben sind oder sowas? Wenn die was denn nochmal, der letzte Satz? Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Moslem wäre, Muslim und mein Sohn ist nicht mit mir oben bei Allah, spüre ich eigentlich diesen Schmerz, dass mein Sohn nicht bei mir ist, also leide ich davon. Ach so, und was der Islam dazu sagt, dass da, da weiß ich, da habe ich kein tieferes Wissen vielleicht da haben hier. Nein, also du wirst dann auch nie wieder, dass dieses Verlangen oder dieses Spüren dann zum Anleitung verwandt haben. Aber es sei denn, wenn du dein Wettbewerb eine Ärzte-Operation machst, so sagt dir Mohammed bei dem ersten Kumpel, der aus deinem Körper rausgeschossen warst, werden dir alle deine Sünden vergeben, du wirst bewahrt oder gestraben im Graf, dir wird ohne die Ehre auf den Kopf gesetzt, deine 72 Stunden vorwärtig gegeben, dein Platz im Paradies, mit dem sicher gemacht werden, und du darfst für 70 Angehörige fürchtbarer, als bei der anderen. Genau, also das ist mir schon klar, also bei mir war es halt nur so, die Frage wegen, zum Beispiel meine eigenen Kinder, wenn ich zum Beispiel jetzt um wäre und die wäre nicht unten, dann würde halt dieses Leiden, weiß ich, ein paar Minuten, wann wir sein können, was wir nicht tun. Ja, nee, wenn wir da hinten drin sind, ähm, ich sag mal, wenn wir den Kumpel, dann ist ja sowieso das ganze Gefühl und das ganze alles wieder weg. Und du bist dann halt bereit, wenn wir da zum Gerichten oder halt zum Leben geben, du hast ja auch einen neuen Verstanden an, was kann man sich nicht vorstellen, wenn wir da jetzt machen. Okay, ja gut, das war es natürlich, dann von meiner Seite auch. Mach weiter so, echt ein tolles, echt gut was ihr da rüberkriegt. Gott sei Dank, ciao. Leute, wir müssen tippen. 1, 2, 1, jetzt, jetzt, komm. Alles mal neu. Genau Leute, führt die Hetze in die Tiefen der Gesellschaft, in jedem Haushalt. Alle Haushalte der Welt müssen mit der Hetze erreicht werden. Hetzkampagne 2024. Mach mal dein Ex, kommst du. Ex muss sein, bester Mann. Was? Du bist bester Mann. Ja, alle erinnern, Jesus küsst. Was kann ich für dich tun? Ich küsse deinen Schnurrball. Du küsst meinen Schnurrbart. Auch nicht schlecht. Vielen Dank, dass du meinen Schnurrbart küsst. Mach schau mal, du siehst so gut aus. Willst du auch den Schnurrbart von meinem Bruder küssen? Ich will den Vollbart lecken. Ehrlich? Ja, ich verkaufe. Also ich würde jetzt heute abrasieren das Ding. Du musst mir deine Adresse geben, überweist du mir ein bisschen Geld, dann schicke ich dir das. Ehrlich? Ja. Ja. Ich meinte nur von den Ex-Muslimen von dir. Ja doch. Oder ich bin auch Ex-Muslim. So, ein Ex-Muslim. Der ist Ferrari, aber ein Porsche ist ja auch gut. Ex-Muslim ist zum Beispiel Ferrari, ich bin zum Beispiel Porsche. Aber Porsche ist ja auch gut. Ex-Muslim, was fährst du für ein Auto? Ich fahre einen Porsche. Ehrlich? Porsche, Ferrari ist ja so eine Kombination. Ein Opel Aventador. Ein Pferd beflügelt. Sei dir ein Lamborghini. Sei dir ein Lamborghini, Junge. Der fährt ein Opel Aventador. Opel Aventador, genau. Ich muss den Hanschen mal fragen. Ja, was denn? Hättest du es auch vor, zum Judentum zu konvertieren? Kann ich nicht. Du kannst nur als Jude geboren werden. Also, geht's wirklich nicht? Das geht nicht. Du kannst nicht zum Judentum. Wohin fährst du? Zu meiner neuen Fabrik, wo der Kamelurinflavor auf mich wartet, damit ich den euch gebe. Oh. Ja. Oh. Das ist unglaublich. Kamelurinflavor. What's your flavor? Der war gut, ne, gestern? What's your flavor? Tell me, what's your flavor? Ah, genau. Jah göster is The Jajama Ihr Lieben habt ihr gehört, mit der Liste, da von... Von diesem Megapädo da, was momentan ein Riesenskandal ist. Die Liste wurde jetzt veröffentlicht, die ganzen Elite-Namen mit Jeffrey Epstein, genau. Und da sind Amir, die gesamte Elite, was die Menschen lieb haben, ihre ganzen Lieblinge, sind auf dieser Liste. Die sind jetzt alle am Ende, Michael Jackson. Dann sagen die Leute, von dem hätte ich es nicht gedacht. Von allen anderen ja, aber mein Liebling, meiner nein. Meiner macht sowas nicht. Die Lieblinge von den anderen Leuten machen sowas, ja, aber mein Liebling nicht. Meiner ist ganz anders. Kennst du, meiner ist anders? Ja, ja, das war ganz anders. Meiner ist ganz anders. Stephen Hawking, ehrlich? Und jetzt sind die alle geschönt. Ja, auch. Ja, natürlich. Stephen Hawking, der kennt sich nicht, was habt ihr denn gemacht? Ja, man kann auch dem was tun. Schönes. Ein Kind kann auch dem auch was Schönes tun. Ja, von den Leuten, die so richtig nett und lieb und gebildet und die Menschen, wo sie, wo die Menschen eben total geliebt haben. Und dann, ups, auf einmal sind diese Menschen doch ganz heftige Bestien, die sich nach außen so nett gezeigt haben. Richtig, aber da war doch jemand vor sieben Jahren, der diese Dinge ans Tageslicht gemacht hat und die Leute wollten ihm nicht glauben. Richtig, da war doch ein Rese Arapour. Wo 90% der sogenannten Christenheit gedacht, da macht er ja den, der übertreibt. Das ist Quatsch. Jeder von diesen sogenannten Christenheit, der damals meine Arbeit gesehen hat und es ignoriert hat, ist verantwortlich für jedes Kind, was in diesen sieben Jahren auf Jeffrey Epstein Island missbraucht wurde von dieser Elite. Und wenn es zum, also es kommt ja zum Gericht mit dem Herrn Jesus am Ende, werde ich diese Leute richten. Jeden Einzelnen, inklusive dieser Haufen TTTV. Jeder wird dran kommen. Vor allen Dingen diese Christendarsteller. In diesen warmen Brüdergemeinden zum Beispiel. Die werde ich schön richten. Die sind verantwortlich für das Leid, was den Kindern seit sieben Jahren, seit meinem Vortrag, angetan wurde. Ich habe es den Leuten vor die Augen gestellt. Ich habe es bewiesen. Hundertfach habe ich es bewiesen. Und die Leute wollten nicht auf mich hören. Jetzt nach sieben Jahren kommt das alles als Tageslicht, dass ich recht hatte mit dem, was ich getan habe. Und auf einmal sind die sogenannte Christenheit geschockt. Und diese Menschen da draußen, die auch meinen Vortrag belächelt haben. Aber es wird ein Gericht geben. Und es wird eine Gerechtigkeit geben. Es werden die Leute zur Rechenschaft gezogen. Die, die gelacht haben, die werden in der Ewigkeit nicht mehr lachen. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt ganz, ganz normal. Die Liste ist jetzt für jeden einsehbar. Die Sachen sind jetzt öffentlich. Jetzt kann keiner mehr sagen, oh, der Reza, der mit seiner Elite, Satan, Kindesmissbrauch und so weiter. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist das öffentlich. Aber die schaffen es doch immer noch zu sagen, nein, das ist Quatsch. So etwas gibt es nicht. Die schaffen das, die Leute. Den Kopf so tief in den Sand zu stecken. Die Manipulation ist ja dementsprechend. Das ist der Gehirn, du weißt. Ja, das heißt, den Menschen ist völlig egal. Den Leuten ist es völlig egal, ob der Kinder oder Damis braucht. Also vor allem die von den sogenannten Christen. Die Asis ist so, wie der hier drin ist, der Kamelopäne. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Ja, der Kamelopäne. Ich habe gesagt, ich liebe Kamelopäne. Ich will Kamelopäne den ganzen Tag kriegen. Ja, das ist ein Moslem, der eben sich nicht schämt für seine Religion und seine Propheten liebt. Das ist kein Problem. Das ist gut. Der ist kein Heuchler. Passe. Jetzt musst du den Rest auch noch umsetzen. Sechsjährige heiraten, Dschihad machen, Sklavinnen und so weiter. Und so weiter. Und da Mohammed hat gesagt, wer es unternimmt, für Allahs Sache zu kämpfen, also mental, kam zu suchen, Nacke zu therapieren, ist so, als wäre er 60 Jahre lang nach Nui Späte, der sagt. Die Hassanat, für 60 Jahre lang, kriegst du dann als belohnt. Kein Kujar in den, der war Allahs Sache, dann in dem Punkt. Und ja, das ist eben so gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Weil wenn du auf einmal glaubst, dass das richtig ist, dann wirst du für eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft. Du wirst so eine Tick in der Zeitbombe, wenn du da an diese Schriften glaubst und das umsetzen möchtest. Sofort wirst du eine Gefahr für die Gesellschaft. Und musst du unter Beobachtung gestellt werden. Das ist unglaublich. Die verstehen das nicht, was der Islam ist und wie gefährlich das alles ist. Ja, derjenige, der heute noch friedlicher Mensch war, mit seinem Nachbar friedlich zusammengelebt hat und auf einmal morgen zu einem gewaltbereiten Islamisten wird, auf einmal von heute auf morgen. Da verstehen die Leute nicht, warum das so ist. Ja, man muss einfach die Schriften aufschlagen. Man muss einfach die Schriften des Islams aufschlagen und schauen, ob da der Hund begraben liegt in den Schriften, ob da der Grund für seinen abrupten Umwandel in seinem Geist eventuell doch in den Schriften des Islams niederliegt. Aber da sind die auf einmal nicht dazu in der Lage, mal auf den Grund zu gehen, den Dingen. Das waren die meisten, die wissen, dass die Islame, die du im Islam zu gehen gibst, und das dann kann ich Ihnen lieber verstehen. Und das ist ja nicht was wir haben. Ja, der Muslim, der muss nur einmal von Shisha-Bar wegkommen und dann sich mit dem Koran auseinandersetzen, suchen, 9 Vers 111 lesen und dann daran glauben. Dann ist es vorbei. Da haben wir einen potenziellen gefährlichen Menschen um uns herum. Das heißt, solange die Muslime abgelenkt sind durch Shisha-Bar, Discos und so weiter, haben wir keine Gefahr. Aber, sobald aber die Muslime von den Shisha-Bars und Discos und so weiter wegkommen und sich mit ihrer Religion beschäftigen, da haben wir ein Riesenproblem. Da haben wir auf einmal, da können wir uns warm anziehen. Da werden die Discos leer sein, aber die Friedhöfe, die werden voll sein, immer voller werden. Gnade den Menschen dann Gott. Gott sei Dank sind 99,99% der Muslime mit Shisha, mit Disco und so was da beschäftigt. Stellt euch mal vor, 99,9% der Muslime würden auf einmal Koran studieren und die Hadithe, das Leben des Propheten Mohammed. Was da passieren würde mit der Welt, mit den Menschen. Stellt euch das mal vor, das ist wunderschön, dass die Muslime in den Shisha-Bars abhängen und in den Discos. Da können wir noch frei atmen und das Evangelium verkünden. Hallo, mein lieber Bruder, Paulus. Ja, bitte. Boah, ich kann nur ganz kurz, ich wollte was sagen, sehr wichtig, guck mal, Arnie, hör mal auf dazu. Weißt, was krass ist? Bei dieser Nisteler, da hat sich sogar noch aufgebettet, der Sohn, der Prinz Andrew, war dabei, hat ihn vor mir noch gemacht, mit Minderjährigen. Ah, das war's doch nicht. Ja, ja, ja. Ja, 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 Prinz Andrew ist schon längst bekannt. Er ist, das war schon vor Jahren, dass Prinz Andrew auch in Kindes-Sex-Kandale verwickelt ist. Auf der Insel hat er das gemacht. Das ist so richtig heftig. Ja. Das kannst du niemandem erzählen. Ich habe ja in meinem Vortrag damals all diese Dinge belegt, aber die Leute wollten nicht darauf hören. Aber jetzt müssen sie ja, weil das ist jetzt öffentlich, da musst du jetzt zugeben, okay, Reza hatte recht. Wir waren dumm, wir waren gehirnverschissen, Reza war uns überlegen. Reza hatte recht. Das ist doch kein Problem zu sagen, mein Gehirn war Faschissen und Reza war mir überlegen, hundertfach. Wo ist das Problem? Das ist mit dem Zähnen, die ganze Zeit schon. Aber jetzt können sie es ja nicht mehr, jetzt müssen sie es ja zugeben, jetzt ist er öffentlich. Das ist ja Fakt. Das hat jetzt mit Reza nichts zu tun, oder? Ja, aber das ist das Problem. Hallo? Boah, ist das heftig, wie das rauscht. Ghost, was ist denn? Warum hast du dich stumm gemacht? Hallo? Also, ich melde mich später. Ja, mein Bruder hat absolut recht, ne? Wenn die Muslime nur, äh, wenn die Muslime rauskommen würden aus der Shisha-Bar und anfangen würden auf einmal, ja, den Islam ernst zu nehmen, dann haben wir morgen. Unfassbar. Gott sei Dank um jeden, der da noch in der Shisha-Bar ist und sich nicht mit dieser Religion beschäftigt. Wahnsinn. Unglaublich. Wie bösartig. Wie bösartig. Ich zeige euch mal was, warte mal. Das ist so krank, so verstörend. Wo finden wir das? Das ist in Sunan Abidawud. Hadith 2686. Aldahach bin Reis wollte Masrug auf einen Posten ernennen. Umar bin Akbar sagte zu ihm, möchten Sie jemanden aus den Überresten der Mörder von Usman ernennen? Masrug sagte zu ihm, Abdullah bin Masrug hatte uns erzählt und er war uns im Hadith vertrauenswürdig. Als der Prophet deinen Vater nackentherapieren wollte, sagte er, wer wird für meine Kinder sorgen? Er antwortete, das Feuer. Mohammed sagte, das Feuer wird sich um deine Kinder kümmern. Hört sich an wie ISIS, ne? Ich wünsche für dich, dass der gesamte Allah ist, den ich wünschte. Klassifiziert als Sahi, korrekt. Warte mal, ich zeig euch das mal. Warte mal, ich zeig euch das mal. Warte mal, ich zeig euch das mal. Schaut euch mal bitte diesen Brief an, den Khalid Ibn Mualid durchgeschickt hat. Der folgende Brief wurde von Khalid von seinem Hauptquartier in Babylonien an den persischen Monarchen, an uns, geschrieben, bevor er dort einmarschierte. Khalid Ibn Mualid war das, der das persische Reich zerschlagen hat. Unterwerfe dich dem Islam und sei in Sicherheit. Oder stimme sie der Zahlung der Jizia zu. Und sie und ihr Volk werden unter unserem Schutz stehen. Andernfalls sind sie selbst für die Folgen verantwortlich. Denn ich bringe die Männer, die den Tod genauso sehnsüchtig wünschen, wie sie das leben. Islam heißt unterwerf dich, er gib dich, sonst komme ich dann zu dir. Hier, wegen euch Euro-Muslimen passiert diese ganze Wahnsinn weltweit. Weil ihr nicht in der Lage seid, einmal euer Gehirn zu benutzen, um herauszufinden, warum der Islam schnackt. Das macht was er macht. Also verstehst du das? Die sagen ja, Islam bedeutet Unterwerfung vor Gott. Nein, Islam bedeutet unterwürf dich, sonst komme ich zu dir. So eine Unterwerfung. Eine aktive Unterdrückung. Aktive Unterdrückung, ja. Unterwerfung, nicht eine freiwillige, passive Unterwerfung, friedliche, nein. Es gibt zwei Arten von Unterwerfung. Einer, der freiwillig sich unterwirft, ohne gezwungen zu sein. Und dann einmal unterwerf dich, sonst unterwerfe ich dich. Er gib dich, komm erhobenen Händen raus. Ja. Ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Omar Ibn al-Khattab sagte, rufe die Menschen zu Gott. Diejenigen, die ihrem Ruf folgen, nehmen ihn an. Aber diejenigen, die sich weigern, müssen aus Demütigung und Demut die Kopfsteuer zahlen. Wenn sie dies ablehnen, ist es das Schwert ohne Nachsicht. Bürgte Gott im Hinblick auf das, was dir anvertraut wurde. Als er Basra erobert hat, hat er das in seinem Friedensleben beantwortet. Ja, genau. Das ist Islam. Suche 9 Vers 29. Entweder ihr unterwerft euch den Islam oder ihr bezahlt Schutzsteuer, also wie nennt man das? Schutzgeld. Schutzgeld für euer Leben. Oder Schwert. Oder es wird gekämpft. Es gibt Krieg. Und dann erobern. 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 Gewalttätig. Was sagt denn Abu Bakr? Sie, die Hosschung und sein Volk, sollten zum Islam konvertieren. Und dann sind sie in Sicherheit. Denn wenn sie es nicht tun, sollten sie wissen, dass ich mit meiner Armee von Männern zu ihnen gekommen bin, die den Tod lieben, wie sie das Leben lieben, Riza. Wahnsinn, ne? Ja, genau. Entweder du kommst zu meiner Religion oder wir kommen mit Schwert zu dir. Das ist Islam. So hat sich der Islam ausgebreitet in der Welt. Das Schwert. Guck mal, guck mal, der Arme schreibt der Allahu Akbar, weil er das weiß, dass das so ist. Boah, das ist so krank. Asis, bitte. Komm, ich bitte dich. Du darfst nicht zu viel Kamelurin trinken, mein Lieber. Weniger davon. Damit du dein Gehirn wieder benutzen kannst, ne? Hallo? Hallo. Wie alt bist du? Ich? Ja. 13. Und du bist ja. Hab ich dich noch erwischt? Hey, du Fotzgesicht, wie geht's? Ach, wieder Rede. Da musst du im Spiegel gucken, lass es nochmal sagen, mein Lieber. Ciao. Ja, sie übernehmen das verhaltene Muskeln. Das ist so stricken leider die meisten von denen. Weg. Mit schlimmsten Schimpfwürtern und so weiter. Wartest du? Wartest du? Wartest du? Ja, Mann. Ja, ich hab eine Frage. Wir sind ja anders. Also, wir wissen ja, dass die Speisegebote aufgehoben sind. Abgesehen eben von dem Blut. Also, dass man nichts Blutiges essen sollte, richtig? Ja, genau. Vom Blut und Ersticktem soll man sich natürlich fernhalten, klar. Genau. Wie sieht das Ganze denn mit Kürzenopferfleisch aus? Weil wir haben ja sehr, sehr viel Kürzenopferfleisch im Umlauf hier, ne? Ja, aber es geht da bei diesem Kürzenopferfleisch darum, dass du bei diesen Kürzenopferungen nicht teilnimmst, an diesem Kürzendienst, sondern das Fleisch an sich ist ja egal. Du kannst alle Fleischarten essen, ne? Das Fleisch auf dem Markt, ohne zu untersuchen, essen. Alle Fleischsorten sind frei für den Christen. Nur, sollen wir nicht an diesem Dienst, Götzendienst und diese Opferungen teilnehmen, ja? Wir sollen nicht am Tisch des Satans sitzen, sondern wir sitzen am Tisch des Herrn. Also wenn jemand dich einlädt, komm zum Opferfest, das ist ein Muslim, sagst du dir, komm zum Opferfest, danach essen wir auch. Da musst du ihn fragen, ja, aber das Opferfest, das ist zu eurem Gott, das ist Ehre zu eurem Gott, das kann ich nicht mitmachen. Aber gerne, wenn Fleisch übrig bleibt oder so, kann ich gerne das abholen. Und dann weiß der Muslim, ah, okay, an seinem Gottesdienst kann er nicht teilnehmen. Okay, damit hat er ein Problem, mit meiner Religion. Aber das Fleisch an sich ist neutral. Da kann er seinen Hunger stillen. Und dann unterscheidet er. Ja, fein säuberlich unterscheidet er. Verstehst du? Okay, danke dir. Ja, oder? Ja, ja. Das hast du mich privat gefragt, ne? Ich kam leider noch nicht dazu, die da zu antworten. Verzeihung, ja, ja. Ich hatte so viel um die Hohen. Aber gut, dass du mich hier gefragt hast. Komm, immer wenn ich das nicht zeitlich schaffe, privat zu antworten, dann kommt mal bitte hier live und stellt euch mal die Frage, damit ich das antworten kann. Okay, okay. Ja, danke, das war's auch schon. Gottes Willen. Alles gut. Jo. Ritzar, Ritzar, da gibt's ja einige Muslime, die ja so geblieben sind, dass sie sagen, der Mohammed hat gesagt, die Kinder von großen, die hat wieder zurück zum kleinen, die hat nur was die Gelehrten dazu sagen, die eben Taimiyade sagen. Es gibt einen Hadith, der von einer Gruppe von Menschen überliefert wurde und gesagt, dass der Prophet nach der Stadt von Tabuk sagte, wir sind vom Zihad, Astad, kleinerer Dschihad, zum Zihad Akbar, größeren Zihads, rückgekehrt. Dieser Hadith hat keine Quelle. Niemand auf dem Gebiet des islamischen Wissens hat ihn überliefert. Der Zihad ist, glaube ich, das ist die edelste aller Taten und darüber hinaus die wichtigste Tatung ohne der Menschheit. Ja, kannst du vorstellen, wie gefährlich solche Sachen sind, wenn die Muslime aus den Shishabas rauskommen und sowas hören und das glauben? Was glaubst du, wie gefährlich sowas ist? Der Zihad, Schafi, guck mal, was der Imam Schafi sagt, die Unionen von Muslime, oder Schafis, Christe, bedeutet, Zihad bedeutet den Krieg gegen den Nicht-Muslime und leitet sich ethnologisch vom Wort Mujahada an, was Krieg zur Etablierung der Religion bedeutet. Erstens, Zihad ist eine gemeinschaftliche Verpflichtung. Wenn genug Menschen ist, erfolgreich durchzusetzen, ist es für andere nicht mehr verpflichtend. Der Kalif wird Krieg gegen Juden, Christen und vor Astriakrufe, vorausgesetzt, er hat sie zum Islam eingeladen, also die müssen es vorher sagen, nehmen wir den Islam an, sonst müssen wir gegeneinander kämpfen, Aslam, Daslam, dem Islam im Glauben und in der Praxis beizutreten und wenn sie es nicht wollen, dann laden sie ein, in die soziale Ordnung, in den Islam einzutreten, indem sie die nicht-muslimische Kostüriere, Tizia zahlen, was die Bedeutung ihrer Zahlung ist, nicht das Geld selbst, sondern gleichzeitig damit bleiben ihre angestammte Religion, Religion und der Krieg geht weiter, bis sie Muslime werden oder die nicht-muslimische Kopfsteuer zahlen, gemäß den Worten Allahs, des Allerhöchsten. Wenn es jedoch keine Kalifen gibt, es gibt keine Genehmigung erfordert, Vertrauen des Reisenden, klassischer Handbuch des islamischen Heiligenrechts, Unwalt al-Salih. Ja, nichts anderes ist der Surah 9, Vers 29, das ist ganz normal. Wenn der Dschihad wird in drei Situationen zur Fahrt und ein, wenn die beiden Seiten im Kampf umeinander treffen und sich einander nähern, wenn die Kufal ein Land betreten und den Dschihad führt er als ein Volk zum Fahrt und Fahrt eindert, wenn der Imam ein Volk zum Vorwärtsmarsch ordnet, ist er dazu verpflichtet. Wahnsinn. Ja, nichts anderes ist der Surah 9, Vers 29, das ist ganz normal. Ja, und die Muslime, die in Europa flühen, um ihren Hut dann zu retten, wie Biervogel, Abulwara, ohne es ist raus. Ja, weil eben Bürgergeld eben viel wichtiger ist als Allah. Die würden Bürgergeld und sowas nie aufgeben. Kindergeld, Bürgergeld, das ist sehr, sehr wichtig alles. Das ist der wahre Gott. Bürgergeld und Kindergeld, Mama Merkel. Mama Merkel ist der wahre Gott, Amir. Alhamdu Merkel. Was sagt denn Ibn Hadjah in Al-Asqalani? Dieses Sprichwort zweitverbreitung, das ist ein Ausdruck von Ibrahim Ibn Habla. Gemäß Nisai in Al-Kunna, Khazali erwähnt es in Al-Iraq. Al-Iraq sagte, dass Bayhage ist auf gutem Autorität. Und sagte, dort ist inzwischen eine Lügekette. Und was steht hier weiter bei? Die Erzählerkette ist schwach. Ibn Hadjah sagte, dass der Ausspruch Ibrahim, achso, okay, der kleine Jihad zum großen Jihad. Okay, das ist also schwach. Vom großen Jihad zum kleinen Jihad. Wurde gefragt, oh Gesandte Allah. Wer von den Menschen ist der vorzüglichste? Wahnsinn. Hier haben wir es. Eine Stunde lang in den Reihen der Schlacht zu stehen, ist besser als 60 Jahre lang im Gebet zu stehen. Wo steht das? Sahih überliefert von Ibn Adi und Ibn Ashakir aus Abu Hurayda, Band 4, Hadith Nr. 6165. Sahih Al-Jami Al-Sahrir, Hadith Nr. 4305. Sehr, 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 sehr schlimm. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Ehr Amir, das mit Said und Zeynep ist auch schwach. Da habt ihr gerade Fatwa gelesen. Ne, das ist die Interpretation von Al-Kurto, die ist nicht schwach. Muslime schämen sich im Grund und Boden. Fliegt Reza gerade einen Burak ja natürlich, der ist immer dabei einen Burak zu fliegen. Reza macht nichts lieber als mit Burak rum zu fliegen. Man ist umweltfreundlich. Elektro ist ja schon auch bald vorbei. Sehr genau. Und das ist der neue Elektro-Wagen. Ohne Energieverlust, nur Gasfressen. Ohne die Umwelt zu verpisten. Reza ja auch so viel mit Burak. Besser als Wasserstoff. Besser. Alhamdulillah. 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 wissen ja nicht, was die Entrückung ist, die ganzen Atheisten und so, keiner, keiner hat eine Vorstellung davon, eine Ahnung davon, was auf dem Spiel steht demnächst mit der Entrückung, dass der Herr Jesus seine wahren Diener, Gläubigen, Wiedergeborenen heimholt, in einem Augenblick zu sich holt, in den Himmel und der Rest eben in die Apokalypse. Halleluja. Und wenn die dieses Wunder verpassen, dann ist es vorbei. Antreten, Lyssa, dann musst du antreten. Ich mach dich mal auf stumm. Das ist auch der berühmteste Hadith. Allahs Apostel sagte, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie sagen, niemand außer Allah hat das Recht, angebetet zu werden. Und wenn sie das sagen, beten wie unsere Gebete, sich unsere Kibla stellen und schlachten, während wir schlachten, dann werden ihr Blut und ihr Eigentum für uns heilig sein. Und wir werden sie nur auf legalem Wege stören und ihre Abrechnung wird bei Allah sein. Maimon ibn Siyah berichtete, dass er Anas bin Madik fragte, o Abu Hamza, was machen das Leben und Eigentum eines Menschen heilig? Er antwortete, wer auch immer sagt, niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Heftig, ne? Also, wenn ihr nicht die Schahada ausspricht, ist euer Blut halal. Absolut krank, ne? Absolut krank. Und zu millionenfach sind sie hier in Europa. Zu millionenfach. Daher wundert mich das, dass die Leute. Du weißt, wie viele Hamas-Krieger und so weiter jetzt nach Europa geflüchtet sind, die hier unter uns leben. Diese Hamas-Terroristen und so weiter. Diese Mujahedin von Hamas. Die sind alle hier untergetaucht. Ja, dann hat die europäische Bevölkerung bald eine sehr schöne Zeit vor sich. Hadith 3, 8, 7. Da war doch dieser eine Typ da, der auch gesagt hat, der auch Videos gemacht hat damals. Als so ein Islamist. Und dann war der kurze Zeit später dann in Syrien bei ISIS. Und dann hat er so, ja, Exekutionsvideos dann hier nach Deutschland rüber geschickt. Wer war das nochmal? Ich glaube, dieser Ägypter oder was, ne? Ja, kann sein. Der dieses berühmte Video gemacht hat. Der wurde meinte, ja, der Befehlswopf, 27 Mal kommt das TOTN in Koran vor. Und die sind stolz drauf, genau. Der war noch in Deutschland. Und dann auf einmal ist er rübergegangen. Der war der härteste von allen hier in Deutschland. Der hat wenigstens kein Blatt in den Mund genommen. Ja, genau. Und solche Leute sind ja auch in Deutschland. Mohammed Mahmoud ist er. Mohammed Mahmoud, ja. Ich weiß gar nicht, was aus ihm geworden ist. Wo er jetzt untergetaucht hat. Er ist tot, er ist tot. Ehrlich? Ja, natürlich. Er ist am 28. November 2018 in Syrien gestorben. Ja, das ist das Ende Karriere. Ja, das ist, wenn man verführt wird. Das ist die Verführung. Ewige Hölle jetzt plus Menschen hier halt wehgetan. Das passiert, wenn du geistig verführt wirst. Heftig. Und die Leute unterschätzen die Macht des Satans hier auf der Erde. Die wissen nicht, dass wir in seinem Machtbereich sind. Wir sind gefallen vom Paradies in seinem Bereich hier auf der Erde, wo er mit seinen Dämonen das Sagen hat. Und wo er diesen Zeitgeist, diesen Weltgeist führt. Das ist so wie beim weißen Hai im Meer. Wenn du ins Meer springst, also wenn du reinspringst ins Meer, da bist du in dem Machtbereich des weißen Haars. Der hat Macht über. Der kann mit dir machen, was er will. Aber wenn du aus dem Wasser rauskommst und er ans Ufer kommt, dann hast du Macht über ihn. Der darfst nicht auslachen. Ja, wir sind in seinem Machtbereich, wo er das Sagen hat. Und das darf man nicht unterschätzen. Keiner von den Leuten geht einfach so nach Südafrika, wo die meisten weiße Hai rumschwimmen und springt da rein und sagt, hehehehe. Danke, Oli. So sind die Menschen, wenn die hier auf der Erde geboren werden. Die denken dir, die kommen in einen Machtbereich, wo alles schön ist, wo alles gut ist. Ja, sie unterschätzen Satan und seine Macht, seine Erde. Ja, natürlich. Das ist hochgefährlich. Da wartet der Adolf mit seinem nationalsozialistischen Gedankengut auf dich, um dich zu verführen, schlimme Sachen zu tun. Der Stalin und seinen linksfaschistoiden Sozialismus, Kommunismus wartet auf dich. Wenn du nicht auf den einen stehst, dann wird er dich mit dem anderen Fangarm packen. Fangen. Mit Nordkorea zum Beispiel jetzt. Mit der kommunistischen Ideologie Nordkorea. So dass du Christen verfolgst, weil die eine Bibel haben. Dass du Christen hast. Ja. Aldo, hallo. Wer ist mit dir? Ich höre dich, ja. Okay. Ja, bitte. Nein, ich habe keine Frage, danke. Warum bist du hochgekommen? Nein, ich habe da unabsichtlich. Ich bin da das erste Mal und ich komme da noch nicht zu Hause. Entschuldigen. Alles klar, Gottes Segen. Mach's gut. Dir auch. Danke dir. Tschüss. Ja, der Satan wartet dann halt mit seinen ganzen Fangarben. Kommunismus, Faschismus und all diese ganzen Ideologien, um dich zu fangen. Irgendeine Ideologie wirst du gefangen. 12 Uhr 30. Ja, wunderschönen guten Tag, Amir. Wie geht's dir, mein Bester? Danke, gut. Und dir Gott sei Dank. Dankeschön. Möge Allah uns alle gerecht leiten. Also, Bruder. Wie geht was? Ey, vergiss das nicht. Ein Somniter am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Da will du ihn am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Morgen halb 10 um Deutschland. Morgen halb 10 um Deutschland. Wie Kamelurin. Kennst du diese Werbung damals? Morgen halb 10 um Deutschland. Also Leute, wenn ihr eingebt, Fashion 20, gibt's 20% Rabatt auf Kamelurin. Ja, nein, ich bin heute sehr gut gelaunt, weil wahrscheinlich kommt heute das, ich glaube, es ist ja dein Kompanie, Kian, kommt das Video raus von London. Sie erreichen ihr Ziel um 12 Uhr 30. Was man da genau sehen kann. Kian von London? Wir sind Kian Kiemanshai hier oder was? Der Ex-Muslim. Richtig. Ah, die sind in London heute oder was? Nein, nein, nein. Da war ja ein, angeblich ein Dschihadist bei ihm vor der Haustür. Ehrlich? Und ja, heute wahrscheinlich hoffe, weil ich warte seit zwei, drei Tagen, gucke ich mich alle Seiten an, wo das sein könnte. Ich hoffe, heute kommt das raus, weil ich bin ja mit dem ein bisschen auf Kriegsfuß gerade. Also es geht gerade so ein bisschen, aber ich mache es auf Satireart. Ich bin ein dreckiger Marokkaner, weißt du, so Da-Vinci-Code-mäßig. Richtig. Aber naja, mal schauen. Ist das nicht schön, wenn du als Marokkaner zum Herrn Jesus kommst und deine Heiligkeit beginnst ab heute? Okay. Gib mir Gründe. Der Grund ist Gott selbst, seine Heiligkeit. Dass du ihm nachfolgen darfst, dem Herrn Jesus, weil er unschuldig vollkommen ist. und sagst zu dir, komm, folge mir in der Heiligkeit nach. Lass los. Ich würde ihm, ich würde ihm auch wirklich folgen, ja. Ich würde ihm wirklich folgen, weil Esa, alayhi wa sallam, ist ja auch unser Prophet, ja. Und wir folgen dem ja so oder so, weil das einer unserer Propheten ist. Aber es geht ja nur darum, es geht nur noch... Wenn ich zu dir sagen würde, ich folge Mohammed, aber Mohammed hatte drei Köpfe und sieben Arme, dann würdest du sagen, du folgst ja dem falschen Mohammed, Mann. Ja, aber habe ich gesagt, dass Jesus drei Köpfe hat? Ich meine nur damit, wenn ich die falsche... Ja, ja, es ist ja, es geht ja nur noch darum, dass Jesus Gott ist und so weiter. Aber bei uns das Problem ist einfach, ich glaube ja, wir haben an die Evangelien und an den Sora, ja. Sora dem Rahm... Ja, aber was sagen die Evangelien, mein Lieber? Die Evangelien berichten von der Kreuzes, Tod des Herrn Jesus Christus und seiner Auferstehung. Was ist das für ein Glaube an die Evangelien bei euch? Das ist ja nichts. Ja, genau da sagen wir, die Evangelien sind befälscht worden. Also alles wurde verfälscht? Ja. Auch das alte Testament, wo das vorhergesagt wird in Jesaja 53, dass der Herr Jesus gekreuzigt wird wegen unserer Sünde, das ist auch befälscht. Auch, auch. Die Juden haben das nicht gemerkt? Nicht komplett, nicht komplett. Wir müssen ja an die Worte, auch an die Glauben, auch in der Trauer. Ja, aber sind denn die Tore, das sind bei mir irgendeine Anlassworte? Die sind Anlassworte, aber ein Teil, das sind Teile, das wird davon verfälscht. Nein, also man kann irgendwas verfälschen aus Gottes Wort. Aber die stehen ja auch in Zora dem Imran. Was steht da? In Zora dem Imran steht, dass wir an die Tore und an die Glauben, weil das nur Worte Gottes sind, aber die Menschen haben sich verzehrt. Verzehrt, man kann Gottes Wort verzehren. Natürlich, weil, hä? Wie? Wann sind die Evangelien, wann wurde die Bibel komplett? War es nicht erst 300 Jahre, bis sie komplett erschwert wurde? Mein Lieber, mein Lieber, kann man Gottes Worte verfälschen? Wie bitte? Kann man Gottes Worte verfälschen? Durch menschliche Hand, ja. Also Gott ist also nicht allmächtig genug, um Menschen aufzuhalten, wie gerade sein Worte verpfälscht? Er hat die frohe Botschaft an Sainte Esa vorgebracht, ja. Und er hat sie weitergeleitet an die Menschen, um sie zu erretten. Und diese Menschen, die er diese frohe Botschaft weitergeleitet hat, haben diese Worte leider Gottes verfälscht in ihrem Handelkopf. Leider Gottes. Ja. Stell dir mal vor, der Allah, der sind einfach 124.000 Prophete und Gesetze. Islam hat es nicht genannt. Nein, mein Lieber, nein. Gott, Gottes Wort kann nicht verfälscht werden. Und Gott lässt es auch nicht zu, weil er mit diesem Wort richten wird. Wenn sein Gesetz verfälscht und verweicht wird, dann kann er doch nicht anhand dieses Gesetzbuch mehr richten. Weil jeder kommen kann und sagen, ja, deine Gesetze wurden links und rechts. Weil wer soll denn wissen, welches Gesetz jetzt? Und er muss jeden Leute reinlassen ins Paradies. Weil dann muss er ja zugeben, ja, stimmt, ja. Mein Gesetzbuch ist ja verfälscht. Nach welchem Gesetz soll ich richten die Leute? Verstehst du? Achso, jetzt ist er raus. Okay, sorry. Also, wenn du mir noch zuhörst, wenn du noch da bist, es ist völliger Humbug, weil Gott sonst auf einmal machtlos wäre plötzlich, wenn sein Gesetz verfälscht wäre. Stell dir mal vor, im Gesetzbuch steht, du sollst nicht über rote Ampel fahren. Das ist so ein Gesetzbuch. Auf einmal fälscht jemand dann die ganzen Bundesgesetzbuch. Und da steht, du kannst über rote Ampel fahren. So, was sollen wir jetzt machen? Das heißt, wenn du über rote Ampel fährst und der Polizist hält dich auf und sagt, ey, warum bist du über rote Ampel gefahren? Da kannst du ihm das zeigen. Ja, hier, Verfälschung. Soll ich denn wissen, was richtig und was falsch ist? Und der Polizist muss sich fahren lassen. Das ist sogar sündigend, wie viel du willst. Und du kannst nicht gerichtet werden. Da gibt es kein letztes Wort aus dem Gesetz heraus. Ein Wahnsinn. Ein Durcheinander würde entstehen. Und Gott müsste jeden reinlassen ins Paradies. Egal, wie sündig er auch ist. Jeder Mensch hat eine Ausrede vor Gott. Ja. Du hast ja dein Wort nicht bewahrt. Weil du sollst wissen, was richtig und was falsch ist. Und Gott muss zugeben. Ja. Stimmt. Ich darf dir ja gar nicht mehr richten. Aber weil Gott eben das umgehen muss. Weil er als Richter vollkommen sein muss, wenn er richtet. Muss er auf sein Gesetz Acht geben. Versteht ihr, Lieben? Er muss das Gesetz bewahren. Bis zum Gericht. Bis zur Verhandlung. Sonst ist das ja ein Lachnummer Gott. Da kannst du nur auslachen und sagen, geh mal beiseite. Ich will jetzt ins Paradies machen. Hier, mach mal Platz da. Und dann musst du auch nicht durchlassen. Das würde so eine Art Ampel in meinem Gott werden. Alles kann verfälscht werden. Aber nicht das Wort Gottes. Weil wir uns darauf verlassen müssen. Versteht ihr, Lieben? Da stehen die Leute alle Schlange vor Gott. Und er sagt, nee, ihr habt das und das gesündigt. Und die Leute würden sagen, ja, dein Wort ist ja verfälscht. Was für eine Sünde. Keine Ahnung, was für eine Sünde. Du konntest dich ja nicht auf dein Wort verlassen. Welche Art Sünde. Welche Sünden für dich schlimm waren. Welche gut. Alles ist verfälscht. Lass mich durch. Und die würden dann immer alle so wegschubsen. Und dann musst du dich schubsen lassen. Der Gott muss sich wegschubsen lassen. Und die Leute reinlassen. Das ist das Ergebnis, wenn man dieses Prinzip mal kurz zu Ende denkt. Und das Wort Gottes wurde verfälscht. Dann hätte jeder eine Ausrede, wenn er später nach dem Tod vor ihm steht. Richtig? Und um das zu umgehen, muss Gott den Schachzug ziehen hier auf der Erde. Damit er gerecht bleibt. Und er ist gerecht. Und wir ungerecht. Vor seinem Gesetz allzeit schuldig. Damit er uns richten kann. Weil er gerecht ist und sein Wort verfälscht wäre, müsste er uns ja durchlassen. Weil das ja gerecht wäre. Woher soll der Mensch denn wissen, was richtig und was falsch ist? Versteht ihr, ihr Lieben? Da könnt ihr euch vorstellen, wie präzise Gott jetzt auf sein Wort Acht geben muss. Damit er eben als Richter gerecht richten kann. Wahrhaftig bleibt als Gott. Als Richter. Und da sieht man eben, dass das Wort Gottes, die Bibel, unverfälscht ist. Weil Gott selbst über sein Wort wacht. Und er führt auch sein Wort aus. Alle Prophezeiungen, die er gesagt hat, sein Wort hat er auch ausgeführt. Richtig? Jeremia 1. Da sagt Gott, ich wache über mein Wort und ich werde es auch ausführen. Auf einmal, 500 Jahre später, sein Wort wird verfälscht. Und obwohl er gesagt hat, ich wache über mein Wort. Was ist das mit Gott? Da kannst du sagen, geh weg, du Hampelmann. Einmal sagst du, du wachst über deinen Gott und 50 Jahre später kannst du es nicht bewahren. Das steht, ihr Lieben. Das ist immens wichtig. An diesem einen Punkt scheiden sich die Geister. Ist die Bibel verfälscht oder nicht? Wenn die nicht verfälscht ist, ist der Islam falsch. Wenn die Bibel verfälscht ist, ja. Wir haben ja Abschriften aus dem ersten, zweiten, zweiten Grund, die übereinstimmen. Ja, aber jetzt grob gesehen. Wenn die Bibel verfälscht ist, ist der Islam richtig. Aber wenn die Bibel verfälscht ist, ist das Wort Gottes verfälscht. Also kann der Islam nicht richtig sein, weil eben der Allah nicht imstande ist, sein Wort zu bewahren. Das war's. In jeder Hinsicht ist der Islam falsch. In jeder Hinsicht geht nicht auf. Und das hat auch nicht mit Islamfeindlichkeit zu tun, sondern rein logisch. In jeder Hinsicht, ob du das so denkst oder so. In beiden Fällen ist der Gott des Islams nicht richtig. Genau. Weil Gott, seine Allmacht ist dahin, dass er zulässt, dass sein Wort verfälscht wird. Wenn er nicht in der Lage ist, darauf aufzupassen. Und das widerspricht dann auch seinen eigenen Grundsatz auch. Das ist das. Ja. Ja, Allah sagt das selber. Dann kann man den Wort verfälscht. Ey, es ist über sechs, dass man halt nicht mehr sagt. Hier. Und dann sieht man, dass man das trotzdem verfälschen kann. Ein einziges Durcheinander. Ja, dann sagen die Muslimen, ja. Aber jetzt hat Allah sich Mühe gegeben. Vorher hat er sich nicht so viel Mühe gegeben, sein Wort zu bewahren. Jetzt, beim dritten Mal, bei Koran, da hat er gesagt, jetzt fasse ich darauf auf. Auf die anderen, das war scheißegal. Auf die anderen war scheißegal. Ja, mein Wort war mir wie unwichtig. Scheißegal, dieses Wort, was ich jetzt rede, ist nicht egal. Das ist so, als wenn du jemandem dein Wort gibst, Amir, und der verlässt dich auf dein Wort, und dann verarschst du den. Hey, nee, das war nicht so gemeint. Jetzt, jetzt, komm hier, ich meine das jetzt anders. Da wird er dir noch nicht mehr vertrauen. Ein Mann, ein Wort, richtig? Und das auch noch bei Gott, das ist noch heftiger. Schon bei Menschen, wenn ein Mann, jemandem sein Wort gibt und sein Wort nicht hält, heißt das nicht, der Typ ist Schrott, unvertrauenswürdig, und jetzt dasselbe Prinzip übertragen auf Gott. Ach so, und dein Gott ist ja sowas von glaubwürdig. Ist er ja auch, weil er sein Wort bewahrt hat. Ach ja, und könnt ihr es beweisen? Ja. Jesaja 53. Ja, dann haben wir Lust, beweisen Sie mal. Jesaja 53. Jesaja 53, mein Lieber. Ach so. Im Alten Testament, in der Tora, in Jesaja, der Prophet Jesaja, Kapitel 53, lesen wir, dass der Messias kommen wird und die Sünden den Menschen auf sich nehmen wird und dadurch durchbohrt wird, getötet wird, indem er durchbohrt wird. Das heißt, Gott hat es vorhergesagt, 700 Jahre vor Christus, hat Jesaja, der Prophet Jesaja, das vorhergesagt und es wurde ausgeführt. 700 Jahre später ist es eingetroffen. Als der Herr Jesus durchbohrt wurde, indem er die Sünden der Menschen auf sich nahm. Da sieht man, dass Gott sein Wort bewahrt und die Prophezeiungen auch so eintreffen. Keine Verfälschung. Und diese ganzen Prophezeiungen im Islam, die jetzt die ganze Zeit kommen, sind nicht wahr? Alles, alles unwahr, da gibt es keine Prophezeiungen im Islam. Ach so, du hast ja anscheinend den Koran gelesen. Ja, nicht ganz, aber das musst du anscheinend nicht, sonst wüsstest du ja. Nein, ach, die ganze Prophezeiungen im Islam gibt es erst gar nicht. Da brauchst du gar nicht erst ablenken. Anscheinend hast du ja den Koran nicht gelesen. Mein Lieber, ich habe den Koran gelesen. Was willst du denn wissen? Du hast genauso wenig den Koran gelesen. Ich habe den Koran gelesen, dann interpretierst du immer was anderes. Von Anfang bis Ende. Ich habe mich kamen und urin gesucht und getrunken, wie du. Nein, genau, du kennst mich ja. Ja, nein, genau. Lenk doch nicht von dir ab. Warum bist du so lächerlich? Ich verstehe gar nicht. Lenk dich ab. Warum musst du so immer so... Hans ist Gott ein Clown. Hans ist Gott ein Clown. Dein Gott ist ein Clown, so wie du aussiehst. Ich habe gesagt, mach nicht aus Gott einen Clown. Ich habe gesagt, dein Gott ist ein Clown. Warum muss man überhaupt... Warum müsste überhaupt über andere Religionen schlecht reden? Ich verstehe das nicht. Weil die Mitglieder anderer Religionen in die Hölle kommen, sonst werden wir die nicht warnen. Ja, ist doch nicht dein Problem. Weil es gibt nur ein Gott und nur ein Weg. Richtig? Ja, klar gibt es nur einen Gott. Ja. Es gibt ja nicht mehrere Götter, oder glaubt ihr, es gibt nur ein Gott. Keiner sagt, dass es mehrere Götter gibt. Nein, es gibt nur ein Gott. Und wenn ihr nicht zum... Mein Lieber, wenn die Bibel sagt, jeder, der ohne Jesus Christus, ohne seine Kreuzigung geht, kommt ein ewiges Feuer. Dann behalt doch die Bibel für dich, ist doch in Ordnung. Du glaubst an die Bibel. Kommt ins ewige Feuer. Hör mir bitte zu. Lass mich kurz aus. Jeder Mensch ist heraus... Ich habe herausgebracht, das war zu viel Kamelung. Mein Lieber, wenn du jetzt auch zuhörst... Du sagst ihm, wenn man darüber redet, dass die Leute auf dem Weg zum ewigen Verdammnis sind. Und dann sagt er, er weint das nicht ein bisschen ab. Der hat da gar kein Glauben. Der glaubt doch gar nicht an einer in eine ewige Hölle. Weil wenn er es glauben würde, würde er die ganze Zeit, so wie wir, die Leute zum Islam bringen, damit die nicht verloren gehen. Aber der hat keine Nächstenliebe für seine Mitmenschen und der hat kein Glauben. Weil wenn er es glauben würde, würde er die Leute warnen. Siehst du? Das ist der Glaube. Das ist der Glaube der Muslime. Es ist gar kein Glaube. Es ist eine Tradition. Es ist kein wahrer Glaube, der in den Taten übergeht. Richtig? Logisch, oder? Das ist doch ganz Logik. Ganz einfache Sätze der Logik. Hallo mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Ja, ich auch. Alles gut? Ja? Ja? Ja. Ja. Alles gut, Jungs. Ja, macht jetzt. Ja, macht's wunderbar. Nur weniger rumhetzen. Also, ist auch schön, dass ihr gut aufklärt. Ist ja kein Problem. Hört sich auch gut an, aber ein bisschen rumhetze. Was ist der Grundschätze? Na ja, so ein bisschen drauf reiten ist scheiße. Mein Aufklärer ist kein Problem. Also das Kamelurin und so weiter und so fort, wenn es da drin steht, ist okay. Alles gut. Also wenn es drin steht und ich es erwähne, dann ist es Hetze. Nein, nein, das heißt, da drauf rumreiten, also das heißt, gleich loslachen und da richtig rumbrüllen und dann sagen, hey Kamelurin, dann weißt du euch mal. Ist das zu viel Kamelurin oder war das zu wenig Kamelurin? Das ist eine ganze Menge, das ist zu viel, viel zu viel. Ja, siehst du, aber zu viel. Ja, das aufklären ist kein Problem, also die Wahrheit sollte man nicht verstecken. Also man dürfte auch nicht sauer sein, wenn es der Wahrheit entspricht. Ist alles gut und schön, aber nicht da drauf rumreiten, also man kann es ja erwähnen, aber nicht da drauf rumreiten, stundenlang, das meine ich. Ja, aber im Islam ist das doch wundervoll, wenn man über Kamelurin spricht, darüber könnten ich stundenlang reden und wenn ich das erwähne, das ist für die wie Honig um den Mund schmieren. Ja, ich sag mal so, die Leute haben ihre Werte, ob das Kamelurin ist oder Kamelkot ist. Wenn sie daran festhalten oder daran glauben, kannst du dir ja so viel Kamelurin produzieren, wenn du willst. Die Leute glauben daran, das sind Werte, das heißt ja auch Glaube, man glaubt. Ob das Richtige oder Falsch ist, ist was anderes. Das halte ich von Krankheiten und die Muslime trinken das wie wahnsinnig, weil sie denken, das ist ja einzig von Krankheiten. Ich kenne bis jetzt keinen, der getrunken hat Kamelurin. Ich kenne gar keinen, der Kamelurin trinkt oder damit gurgelt. Vielleicht. Vielleicht sind das irgendwelche Pervasen, die das machen. Gurgeln, die hier wie Dings, wie heißt diese? Lysterin. Ja, ja, genau. Und dann hat man da runter gegurgelt. Richtige Gurgler hier. Ja, natürlich. Ich wollte es gleich wieder rein. Mit Beigeschmack. Mit Beigeschmack. Ja, ja. Ja, ihr Lieben, bei allem müssen die Muslime aber trotzdem immer wieder verstehen oder spüren durch unsere Aufklärung, dass wir sie lieben, dass wir nicht aus Hass gegen sie, sie fertig machen wollen, sondern eben, dass wir verstehen, dass die Liebe des Herrn Jesus Christus, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, auch durch uns durchfließt und dass wir wirklich besorgt sind um ihre Zukunft, um ihr Leben, um ihr Dasein in der Ewigkeit und dass wir sie von diesem Weg abbringen wollen, damit sie eben ins Paradies eingehen wollen, dass sie wirklich verstehen, dass wir das Gute für sie wollen, bei alledem. Ich weiß, das ist wirklich ein hohes Ziel, was wir niemals erreichen können, ganz ohne fleischlich zu werden, aber immer wieder müssen wir uns besonnen, wir sind darauf, wirklich die Liebe erwalten zu lassen. Und die Muslime in der Liebe aufklären, auch vom Herrn Jesus Christus zu erzählen, das darf nicht zu kurz kommen, ja, vom Evangelium zu erzählen. Islamaufklärung ist natürlich sehr wichtig, dass die Muslime endlich desillusioniert werden, was ihre Religion betrifft, dass sie aufwachen und ihre Religion so sehen, wie sie auch wirklich ist und nicht das, was sie gehört haben und so eine Art verfälschte Walt Disney-Version, sondern wirklich die wahre, pure Realität des Islams, wie sie ist. Andererseits aber die Herrlichkeit des wahren, einzigen Gottes der Bibel kennenlernt, der sich barmherzig und liebevoll uns durch den Herrn Jesus Christus gezeigt hat. Der nicht nur mit dem Mund sagt, ich liebe euch, nein, er tut es, er bringt das zum Ausdruck und er setzt das um, in Tat. Weil, ihr Lieben, wenn jemand, euer Partner oder Partnerin die ganze Zeit sagt, ich liebe dich, aber niemals, was für euch tut, was ist das dann wert, diese Lippenbekenntnis, ich liebe dich? Es ist nichts wert. Die Liebe, wenn jemand sagt, ich liebe dich, dann ist es erst wert, dieser Satz, wenn es zur Tat übergeht. Und wenn der Gott der Bibel sagt, ich liebe dich, ich liebe mein Kind, mein Geschöpf, ich liebe dich und bin bereit, das dir zu zeigen, zu beweisen, dass ich bereit bin, für dich zu sterben, dann ist die Liebe bewiesen worden. Weil, jetzt kann jeder kommen, jeder Gott kann kommen und sagen, hey, ich liebe dich. Ja, und jetzt, wo ist der Beweis? Kein Beweis. Buddha hat sich selbst erlöst. Buddha sagt auch, ich liebe dich. Und wo ist die Tat von Buddha? Ja, selbst, tschüss. Der hat sich selbst erlöst und ist in die Nirvana eingeflogen. Das war's. Das ist die Liebe des Buddhas. So egoistisch. So ein Egoist. Hat sich selbst aus dem Staub gemacht. Das ist die Liebe von Buddha für uns. Nein, das ist keine Liebe. Der einzige wahre Gott, der das Universum erschaffen hat, ist Liebe. Und er beweist es uns, jeden Tag, indem er uns ernährt. Indem er uns eben das Brot gibt zum Essen aus der Erde. Korn, Metamorphose, Sonne, Photosynthese. All diese Dinge hat Gott aus Liebe für uns gemacht, weil er ein liebevoller Vater ist, der seine Liebe ernährt. Schalom und alaikum, mein lieber Schalom und alaikum. Der Aß ist ein bisschen geändert. Was ist der Kamelurin? Ich habe Respekt vor ihm. Er weiß, dass Kamelurin von seiner Religion gut ist. Mohammed hat gesagt, Kamelurin ist gut und er trinkt das. Das ist ein guter Moslem. Ich habe kein Problem mit ihm. Er ist kein Heuchler. Ja, danke, Riese. Hör mal, ich habe eine Frage an euch beide. Also, wir Muslime, wir tun, was in unserer Macht steht und was Allah in uns erwartet. Ich sage mal, das Freitagsgebet. Wir beten fünfmal am Tag. Wir fasten. Wer ein bisschen Geld hat, der macht den Hajj. Wir sind verpflichtet, die armen Spenden, die Sakat zu verrichten, zu bezahlen. Welche Pflichten habt ihr, wo ihr euch dran haltet? Alle diese Pflichten und noch mehr. Ja, aber du kannst mir jetzt nicht sagen, dass alle Christen jeden Tag beten. Doch, wir beten jeden Tag sehr oft mehr als die Muslime. Wir beten, ich bete zum Beispiel pro Tag 800 Mal oder 1500 Mal. Die Muslime müssen nur fünfmal beten. Das sind fünf Minuten insgesamt. Oder 20 Minuten, das war's. Wir Christen beten durch den ganzen Tag hindurch. Wir übertreffen die Muslime im Gebet um das Tausendfache. Von den 500 Leuten, die Christen, die hier im Chat sind, wird das keiner bestätigen. Doch. Wir durch den Heiligen Geist und die richtigen Christen sind die ganze Zeit am Weg. Wenn du jetzt das Ganze gemacht hast, dass die fünf Säulen des Islams, Sakat, Zahada, Sakat, Salat, Saug, Arz, bist du errettet, ja oder nein? Was bin ich dann? Was? Bist du dann errettet, ja oder nein? Äh, nicht unbedingt, bin ich jetzt nicht behauptet. Ja, siehst du. Es nützt nichts. Es nützt nichts. Das sind die Grundfeiler, das ist pflicht. So, ab dann, ab dann werden unsere Taten gezählt. Ja, wie geben wir uns mit anderen Menschen ab? Äh, sind wir Heuchler? Äh, sind wir Mörder? Sind wir Diebe? Sind wir, ja? Die Grundfeiler des Islams. Die sollen des Islams. Was ist in der Geschichte zwischen Adem und Eva passiert? Was haben Sie gemacht, dass Allah Sie aus dem Tettelreich geschmissen hat? Das ist für jeden Fall. Dass Allah, was? Dass Allah, was mit denen gemacht hat? Warum hat Allah, war der Motel aus dem Paradies geschmissen? Ja, weil Sie gesündigt haben. Ja, weil Sie gesündigt haben. Also, wie viele Sünden hatten Sie denn? Ja, die eine Sünde. Ja, aber erwähne auch die Barmherzigkeit von Allah, dass er die wieder ins Paradies genommen hat. Wenn Allah barmherzigkeit von Allah ist, wird sie mich sofort vergeben. Ja, um uns zu zeigen, dass wir nicht sündigen dürfen. Ansonsten passiert mit uns dies und jenes. Ja, wenn Allah barmherzigkeit und Liebe und alles ist, so wie du sagst. Dann kann er Ihnen ja ohne Probleme einfach aus Barmherzigkeit dann auch vergeben. Da hätte ich mich einfach runterschmeißen sollen. Ja, ich sage dir, wenn Allah das nicht gemacht hätte, ja, dann hätten wir einen Dreifahrtschein, um zu sündigen. Das ist nicht gut. Allah will aber, dass wir einen Dreifahrtschein haben. Willst du das besünden? Was jetzt da kommt? Bitte? Allah möchte sogar, dass du sündigen. Er will das. Ja, der will das? Nein, der will das nicht. Er hat uns Regeln gegeben, die wir einhalten müssen. Nein. Allah sagt durch den Propheten Mohammed, dein Prophet, er sagt, würdet ihr nicht sündigen, würde ich euch von der Erde wegschaffen, ihr Menschen, damit ihr sündigt und nicht um Vergebung bitten. Schau dir das mal an. Wo steht das? In Sahih Bukhari. Ja, da besteht sich zu. Was ist von sowas gehört? Nicht von sowas, aber ich kenne den Grund, warum Allah den Mensch erschaffen hat, ja. Warum hat er den Menschen denn geschaffen? Damit sie ihm dienen? Genau. Das ist das Einzige, was Allah sich so dabei denkt, die Menschen zu erschaffen? Ja, das ist der Sinn des Islams, genau. Das ist eines Muslims, genau Allah zu dienen. Das ist genau im Widerspruch zu Gott der Bibel. Der Gott der Bibel wollte Gemeinschaft mit den Menschen haben, weil er sie liebt. Nicht, er hat sie nicht erschaffen, damit sie ihm dienen, sondern er hat sie erschaffen, weil er sie liebt und mit ihnen im Einklang leben möchte. Genau das ging da. Ja, aber dann widerspricht sich Reza, indem er sagt, er betet 1800 Mal am Tag. Mein Bruder will dir nur damit verklickern, weil du gesagt hast, ja, was müsst ihr denn machen? Wir beten für 500 Mal. Ja, aber beten, beten. Hat mein Bruder dir als Beispiel gesagt, du betest 5 Mal am Tag, ich bete 800 bis 1000 Mal am Tag zu meinem Herrn und Gott Jesus Christus. Ja, das heißt, wir spenden auf, wir machen dies, wir machen das, nur sagen wir das niemandem. Verstehst du? Ja, aber das ist ja auch eine Art des Dienens, wenn ihr anbetet. Ist ja auch ein Dienen. Du siehst ja, dass wir für unseren Glauben genauso das machen wie du. Nur mit dem Unterschied, dass du nicht weißt, ob du errettet bist und wir dem Herrn Jesus Christus danken, dass er unsere Sünden getragen hat. Wer trägt denn deine Schuld? Also du weißt auch nicht, ob du errettet wirst oder nicht. Aber absolut weiß ich, dass ich errettet werde. Woher weißt du das? Von wem? Jesus Christus. Aber Jesus Christus wusste ja noch nicht mal, wann der jüngste Tag ist. Das wusste der ganz genau. Du musst nur ein Vers, ein paar Verse weiterlesen, dann merkst du... Ja, dann sag mal, wann der jüngste Tag ist. Dann bereite ich mich schon mal vor. Ja, Jesus Christus sagt ja, meine Worte werden in Ewigkeit nicht vergehen. Wenn also Jesus Christus nur ein gewöhnlicher Mensch ist, wir können denn seine Worte in Ewigkeit nicht vergehen. Okay, das heißt, ihr Christen dürft jetzt sündigen ohne Ende, richtig? Ihr Muslime dürft sündigen ohne Ende. Soll ich das zeigen? Nein, 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 nein. Dürft ihr sündigen oder nicht? Weil euer Gott ist ja für eure Sünden gestorben. Nein, nein, aber ihr Muslime dürft sündigen, Asis. Nein, dürfen wir nicht. Doch, Allah hat für jeden Muslim das Bestimmte an Sünden gegeben, dass er das machen muss. Sogar Ehebruch. Aber ihr habt ja Flatrate. Ihr dürft sündigen ohne Ende. Aber nicht ein auf Ignorant. Ich habe dir gerade was gesagt. Allah hat in deinem Herzen gelegt, das Stückchen, was du sündigen darfst, weil dein Gott für deine Sünde gestorben ist. Du darfst diese Sachen nicht verwechseln. Ein Christ, der aus Liebe heraus zum Herrn Jesus Christus kommt und durch ihn die Gnade erfahren durfte, wird sich alle Mühe geben, das nicht zu tun. Aber das Problem ist, wir sind ja alle Sünder. Das Gute an uns ist, ist nur das Gute in uns. Der Herr Jesus Christus. Das ist das. Wir sind einfach nur besser dran als du. Wenn wir also in die Ewigkeit gehen, haben wir jemanden, der für uns bezahlt vor dem Gericht. Das glaubst du, das weißt du nicht. Du hast niemanden dort. Du stehst ohne Anwalt dort. Das glaubst du. Du stehst ohne Anwalt vor dem Gericht. Ja, aber du glaubst das. Das ist die Bibel. Natürlich, weil ich Gott vertraue. Du vertraust dich. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist dein Glaube. Du glaubst, dass das so ist. Asis, Asis. Also wir Menschen haben freien Willen. Das war Adams Schuld. Adams Schuld? Adam sagt zu Moses, sagt er, was gibst du mir die Schuld? Allah wollte, dass ich das mache. Nee, nee, nee. Wir haben einen freien Willen. Natürlich. Asis, Asis, verlässt du den Islam, wenn ich dir das jetzt zeige? Ich verlasse den Islam niemals, weil ich weiß, dass wir Menschen einen freien Willen haben. Das ist das Problem bei dir. Du hast dich entschieden, in die Hölle zu fahren. Merkst du? Nein. Du wirst mir irgendeine Quelle von irgendeinem Schiiten oder Schiach oder sonst was geben. Ja genau. Sai Bukhali ist natürlich Schiitisch, hast du vollkommen recht. Ja, dann zeig mal die Quelle. Dann zeig mal die Quelle. Dann zeig. Dann zeig mir die Quelle, wo wir keinen freien Willen haben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich dachte, du gibst mir Sahih Bukhari. Dann gib mir noch mal die Quelle. Ja, das ist Sunan Ibn Majah, Hadith 80. Das ist einer deiner sechs kanonischen sunnitischen, authentischen Bücher. Der Hadith wurde an Sahih eingestuft. Ja, Sunan Ibn Majah, welche Nummer? 80. Und das befindet sich nicht nur in Sunan Ibn Majah. Ich habe jetzt keine Zeit, die ganze Zeit durchzusuchen. Das kannst du selber machen und hier kannst du es lesen. Ich hörte Abu Huraira erzählen, dass der Prophet sagte, Adam und Musa diskutierten und Musa sagte zu ihm, O Adam, bist du unser Vater, aber du hast uns beraubt und dafür gesorgt, dass wir aus dem Paradies vertrieben werden. Deine Sünde. Adam sagte zu Musa, O Musa, Allah hat für mich ausgewählt, mit dir zu sprechen. Und er hatte die Taurah mit seiner eigenen Hand für dich geschrieben. Beschuldigst du mich für etwas, dass Allah 40 Jahre vor meiner Erschaffung etwas gesagt hat, was ich machen muss? Aha. Hat Adam freien Willen gehabt, Aziz? Verlasse den Islam. Verlasse den Islam. Das ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Verlasse die Krede für mich 40 Jahre, bevor ich es kreate. Siehst du? Ja, Moment, Moment. Damit ist ja eigentlich auch gemeint, Moment, damit ist ja gemeint, dass Allah das wusste, was passieren wird. Ja, aber wer hat das jetzt gemacht? Der Allah oder Adam? Wer hat den Willen gegeben? Allah hat seinen Willen gebrochen oder hatte Adam freien Willen? Adam hatte hier einen freien Willen natürlich. Nein, das steht da nicht drin. Der macht doch Musa dafür an. Warum machst du mich für etwas an, was Allah für mich vorherbestimmt hat? Genau, guck mal, guck mal, guck mal, warte ganz kurz, ganz kurz. Komm raus aus dem Islam, komm raus aus dem Islam. Guck mal, guck mal, Amir, wenn du jetzt ein Mist baust, ja, aus deinem freien Willen, dann hast du das, dann hast du diese Scheiße gebaut. Du, aber Allah wusste das vorher schon. Das ist damit gemeint. Ja, das ist ja das Problem. Wer hat Adam gesagt, dass er sündigen soll? Soll er selber oder hat er das, hat Allah ihm das gesagt? Hat er das selber gemacht oder hat Allah ihm gesagt, dass er das machen soll? Er hat das selber gemacht, aber Allah wusste, dass er das macht. Nein, Allah sagt, ich habe das schon 40 Jahre vor seiner Erschaffung für ihn aufgeschrieben, dass er das machen muss. Er hat also keinen freien Willen. Allah hat das schon für ihn festgelegt. Kommst du jetzt auf den Namen? Das ist deine Interpretation, Amir. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, wie der das nicht verstehen will. Ja. Das war es, Aziz, dein Islam ist Geschichte. Allah ist somit der größte Satan der Welt, der Adam verführte, so wie es die Bibel auch sagt, dass die Schlange auf dem Feld listiger war als alle Tiere auf dem Felde. Und das war Allah. Ja, das sagst du. Das sagst du, Amir, das sagst du. Nein, ich war abtelefonieren. Ja, ja, komm her. Das heißt, alles, was du... Das ist nicht nur der einzige Hadith, die ganzen Hadith-Bücher sind voll von dem Quatsch. Ja, okay. Du warst ja Muslim, sagst du, ne? Du bist ja ex-Muslim, sagst du, ne? Behauptst du von dir. Ja? Die Entscheidung, die Entscheidung zum Christentum überzugehen, war das deine Entscheidung oder war das Allahs Entscheidung? Meine Entscheidung. Also ist Allah... Ja, also hast du einen freien Willen. Hat mich dann Allah... Also hast du einen... Also hast du einen freien Willen. Ja, aber im Islam gibt es das nicht. Das ist das Problem. Allah nimmt dir deinen freien Willen. Nein, gibt es nicht. Nö, ich habe ja auch einen freien Willen. Ich kann ja machen, was ich will. Ihr glaubt an Qadr, richtig? Ihr glaubt an Qadr. Vorherbestimmung. Wir glauben an... 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 ...Mercatil. Ihr glaubt an Qadr. Vorherbestimmung. Erzähl mir kein Quatsch. Naja, bist du wieder mundtot? Nein, nein, ich bin nicht mundtot. Genau, Vorherbestimmung. Richtig, ja, und? Siehst du, jetzt gibst du es auf einmal zu. So, und Vorherbestimmung ist... Wenn Allah alles für uns vorherbestimmt hat, dann nimmt er uns unser freien Willen. Ach. Ja. Qadr Allah. Qadr Allah. Qadr Allah. Das heißt... Qadr Allah. Du kennst sie Arabisch oder nicht? Qadr. Was heißt Qadr Allah? Was heißt das? Das heißt Qadr Allah. Das Schicksal. Das Schicksal, was Allah für dich vorherbestimmt hat. Vorherbestimmung ist Schicksal. Qadr Allah. Ja, das ist dein Schicksal. Jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen. Ja, siehst du, der Satan will nicht, siehst du. Das ist das. Mach dir Gedanken, Asis. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Du wirst in den ewigen Feuersee kommen, wo der falsche Prophet und das Tier ist. Mach das nicht. Wirf deine Seele nicht weg für den Islam. Bis gleich. Wir wiedergeborene Christen können jetzt schon wissen, dass wir errettet sind. Eins. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen, die keine Hoffnung haben, was nach dem Tod auf sie zukommen wird. Wir haben die lebendige Hoffnung, weil unser Gott will, dass wir in Sicherheit sind. Jetzt schon. Zum Beispiel, Armin John, liest mal bitte zwei Verse, damit die Leute sehen, dass wir jetzt schon Vergebung uns alle schuld haben. Servus. Ja, mein Lieber, hallo, Gott segne dich und deine Familie. Danke, Jesus. Welcher Vers denn ist er? Was kann ich für dich tun, mein Lieber? Epheser 4, Vers 34. Epheser 4, Vers 34. Epheser 4, Vers 32. Und jetzt beweise ich direkt auch, dass der Jesus wieder Gott ist. In diesen Versen. Einmal Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und warm herzlich und vergebend aneinander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat. Wisst es. Genau. Gott hat uns schon bereits in der Vergangenheit vergeben. Ist vorbei. Gott hat uns vergeben. Unsere Schuld ist schon getilgt. Und jetzt? Sekunde. Ja, ich finde das interessant. 3, Vers 13. Was? Kolosser 3, Vers 13. Und jetzt, pass auf. Jetzt steht, dass die Gläbel, nur jetzt wird Gott durch Christus ersetzt. Pass auf. Kolosser 3, Vers 13. Er tragt aneinander und er gibt aneinander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. So auch ihr. Seht ihr, einmal sagt Gott hat euch vergeben und jetzt steht auf einmal Christus hat euch vergeben. Ende aus Mickey Maus. Ende aus Mickey Maus. Jesus ist Gott. Ende aus Mickey Maus. Das war's. Gott ist Christus, der unsere Sünden vergeben hat. Gott ist Christus. Christus ist Gott. Amen. Wer vergibt Sünden? Gott. Wer vergibt Sünden? Jesus. Dankeschön. Kolosser 3, Vers 13. Christus ist euer Gott, ihr Muslime. Er muss eure Sünden vergeben. Wer? Wer ist Gott ist? Wer vergibt die Sünden? Er sagt, Max 2, Vers 15. Wer ist dieserjenige, der da Sünden vergibt? Sünden vergibt. Damit ihr wisst, dass der Todesmensch in Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, wem er will. Er vergibt Sünden, er weckt Rote drauf. Wie gewaltig, wie gewaltig, er sagt. Ja, ja. Ist vorbei. Ende Gelände. Direkt vom Satan eine Verstoßverwaltung bekommen. Jetzt versucht er, Satan da dazwischen zu gehen. Merkst du? Jetzt versucht er, Satan. Ich glaube, aber du wirst auch gemeldet. Kann das sein? Ja, gepriesen sei der Jesus Christus. Er bleibt immer Sieger. Sieger über Allah und Mohammed. Immer und immer wieder. Amen. Bis gleich. Ihr Lieben, ihr seht, dass der Herr Jesus Gott ist. Daiv. Wird für Urteile genommen. Ich freue mich schon, wenn der Hansi so was macht. Du hast erwähnt. Ich lach mich tot. Du bist doch ein Daiv. Da lehnst du auf einmal Daiv nicht ab. Solange es dir gut tut. Aber solange es deiner eigenen Ideologie widerspricht, akzeptierst du das nur. Und da sehen wir, wie widersprüchlich das Ganze ist. Aber gut, Gott sei Dank ist das daiv. Die Muslime akzeptieren das niemals. Jetzt bleibt es hoffentlich mal ein bisschen länger. Das ist der Wahnsinn. Das ist ständig immer neu zu starten, der Stream ist eigentlich heftig. Diesmal. Oh, das war's, wir kriegen einen kleinen Nöbel hier, wir kriegen einen kleinen Nöbel jetzt. Das ist einfach nicht derselbe Geist wie der Geist in der Bibel, das ist nicht der Heilige Geist, der Heilige Geist hat ein riesen Problem mit Sünde. Wie du schon gerade das erwähnt hast mit der Geschichte mit Adam und Eva, Adam und Eva haben nur eine eingesetzt Gottes übertreten, schon hat Gott sie aus der Gemeinschaft mit ihm hinausgestoßen. Weil der Gott der Bibel heilig ist, keine einzige Sünde wird vor ihm bestehen können. Weil er mit Sünder und Sünde keine Gemeinschaft haben will. Es sei denn, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Entweder mit dem Tod des Sünders oder mit dem Tod, wenn jemand anders für den Sünder in den Riss tritt. Es muss Blut fließen. So war das mit den levitischen Mosaischen Gesetzen, wo das Blut eines unschuldigen Tieres fließen musste, im dritten Buch Mose, Leviticus, um die Sünde des Sünders Israeliten zu sühnen, zu tilgen. So musste der Israelit, aha okay, für meine Sünde muss Unschuldsblut fließen. Ein Unschuldiger muss meine Sünde mit seinem Tod bezahlen. So musste der Israelit lernen, ah okay, ein Unschuldiger muss für mich als Schuldiger sterben. damit der Israelit vorbereitet ist auf das Kommende, wenn der Messias kommt, um die Sünden Israels zu tragen, zu bezahlen mit seinem eigenen Tod. So ist die Sünde dann getilgt und der Israelit kann schuldlos vor Gott bestehen und wieder in Gemeinschaft treten mit Gott. Was ist das Problem zwischen Mensch und Gott? Was trennt uns voneinander? Da ist eine Scheidewand. Irgendetwas trennt uns von Gott, wo er nicht direkt mit uns in Kontakt treten möchte. Nicht mit uns Gemeinschaft haben möchte. Was ist das? Da ist etwas, was uns von Gott trennt. Sünde. Was ist die Sünde? Aber wenn die Sünde beglichen ist, wenn die Schuld bezahlt ist, dann bist du ja schuldenfrei. Richtig? Und Christus hat die Schulden beglichen. Er hat das bezahlt. Und so kann jetzt der Schuldige, wenn seine Schulden bezahlt sind, wieder in Kontakt treten und Gemeinschaft haben mit dem Gläubiger. Da ist in dem Fall Gott. Da ist alles in Ordnung jetzt zwischen Gläubiger und Schuldner. Weil es beglichen ist die Schuld. Jetzt können sie miteinander friedlich, ohne Gräuel, miteinander agieren. Das ist so wie bei der Mafia. Du hast Schulden bei der Mafia eine Million Euro. Kannst nicht bezahlen, dann hat der Zorn auf dich. Da will er dein Leben fordern. So ist Gott. Wenn du nicht bezahlst deine Schulden, wird er es dir von dir fordern. Aber wenn du deine Schulden bezahlst, wenn deine Schulden beglichen sind, dann eine Million Euro bezahlt hast bei der Mafiosi oder bei einem anderen Menschen. Ist egal. Wenn du Schulden hast bei ihm. Dann tritt wieder Frieden ein und der Schuldner und der Gläubiger können in Frieden wieder zusammenkommen. Durch solche Beispiele zeigt uns Gott eben auch seine Natur und seine Gerechtigkeit. Damit der Mensch, der eben nicht Gott in seiner Ganzheit verstehen kann, durch solche einfachen Beispiele eben Gottes Gerechtigkeit und Plan versteht. Und die Schuld wurde begrüßen. Deswegen haben wir gerade die zwei Verse gelesen. Kolosser 3 Vers 13 und Epheser 4 Vers 32. Alla vergibt einfach so. Alla ist barmherzig, vergibt einfach. Alla ist barmherzig, vergibt einfach. Alla ist barmherzig, vergibt einfach nur so. Guck dir das mal mit der Hand. Alla ist gefangen. Ohne Gerechtigkeit. Genau. Jemand bringt dir einen anderen Menschen um. Alla sagt kein Problem. Weiter geht's im Programm. Ich bin barmherzig. Weiter. Tötet. Weiter. Ich vergeb alles. Weiter. Weiter. Wo ist dann die Gerechtigkeit? Wo ist die Gesetzesübertretung, dass die Schuld beglichen werden muss? Was wäre das denn für ein Staat? Was wäre das für ein Staat, wenn die Obrigkeit Gesetze geben würde, du das brechen könntest die ganze Zeit und der Staat wäre barmherzig. Und sagen, kein Problem. Du hast gerade jemanden überfahren, überrot gefahren. Kein Problem. Ich vergeb dir. Ich bin barmherzig. Weiter. Nächster. Ich vergebe dir. Ich bin barmherzig. Was würde das für ein Staat sein? Immer barmherzig. Ja. Das wäre Solomon Gomorra. Aber so ist Gott nicht. Gott geht ins Gericht mit so einem Staat wie Sodom und Gomorra, wo Gesetzlosigkeit herrscht. Richtig? Meine lieben Muslime, Atheisten und meine lieben Christen. Richtig? Mit so einem Staat, wo Sodom und Gomorra Gesetzmäßigkeiten herrschen, wo die Gesetzlosen übereinander herfallen, so geht Gott hin und bestraft diesen gottlosen, gesetzlosen Staat. Mit Feuer, Grim, Zorn vom Himmel. Das macht der Gott der Bibel. Aber der Gott der Islam ist ja kein Problem. Okay. Alles gut. Weiter so. Ich bin barmherzig. Ich vergebe so dumm und Gomorra. So einen Gott haben wir nicht. Allah vergibt jede Gesetzesübertretung. Er gibt Gesetze und alle die Gesetze brechen, vergibt er einfach so aus Barmherzigkeit. Er sucht nicht die Schuld ein. Aber der Gott der Bibel sucht die Schuld ein bei den Menschen. Hier auf der Erde und später in der Ewigkeit. Wir sehen, da haben wir zwei verschiedene Götter. Der Gott der Bibel ist gerecht und barmherzig. Allah ist nur barmherzig. Der Gott der Bibel bestraft Gesetzesübertretung. Deswegen passt das diese Geschichte mit Adam und Eva und dem Rauswurf aus dem Paradies. Im islamischen Sinn macht das überhaupt keinen Sinn. Weil der Gott der Bibel hat ein Problem mit Sünde und will nicht Gemeinschaft haben mit einem Sünder. Mit einer einzigen Sünde. Und tritt auch zur Bestrafung der Sünde ran. Der Gott der Bibel hat sofort Adam und Eva bestraft. Sofort. Ohne Barmherzigkeit. Weil er gerecht ist. Der Gott des Islams ist aber barmherzig. Der lässt sein Gesetz brechen und hat kein Problem. Weiter geht es im Programm. Aber in so einem Staat wollen die Muslime nicht leben, wo Gesetzlosigkeit mit Barmherzigkeit vergeben wird. Frag mal die Muslime. Wollt ihr in einer Stadt leben, wo jemand über Rot fährt und über eure Kinder fährt? Und dann der Staat sagt, kein Problem. Wir vergeben dir. Du kannst nach Hause gehen. Du bist frei. Da würden die Muslime sagen, nein. Moment mal. Das ist ungerechter Staat. In so einem Staat will ich nicht leben. Das ist Wahnsinn. Da würde jeder jeden anderen auffressen, weil Gesetzlosigkeit herrschen würde. Richtig, meine Lieben. Und auch ein Atheist will nicht in so einem gesetzlosen Staat. Der Atheist ist eigentlich in sich ein mosaisch gesetzlicher. Aber er ist sich darüber nicht bewusst. Nimmt mal einem Atheisten die Vorfahrt weg, ihr Lieben. Da werdet ihr sehen, wie er Mose ist. Und der Zorn der Ungerechtigkeit. Sofort, am liebsten, wenn es keine Gesetze geben würde hier. Der Atheist würde euch hinterherfahren und die Gerechtigkeit, die ihm genommen wurde, sein Recht, mit Faust verlangen. Da seht ihr, dass ein Atheist eigentlich der schlimmste Mose ist. Aber weil er eben auf dem Niveau eines Tieres lebt, ist er sich darüber nicht bewusst. Ja. Ja, da hast du recht. Weil keiner von denen könnte das einfach so richtig machen. Nimm mal einem Atheisten sein Recht weg. Da wirst du ihn kennenlernen. Aber wie oft der Atheist einem anderen Menschen das Recht genommen hat und einfach so davon gekommen ist. Darüber redet der Atheist nicht. Das hat er großzügigerweise vergessen, wenn er das Recht eines anderen genommen hat. Aber er vergisst es nicht, wenn man sein Recht genommen hat. Das wird er sein Leben lang als Zorn in sich tragen. Und wenn er könnte, würde er diesen Gesetzesübertreter, der sein Recht genommen hat, bestrafen. Aber wenn Gott hingeht und das Gesetz in die Hand nehmen und bestraft, dann hat er Atheist auf einmal ein Problem. Ja, was ist das für ein Gott? Der hat ja überhaupt keine Barmherzigkeit. Ja. Aber wenn man sein Recht nimmt, dann brucht er auf einmal auf Strafe. Hallo? Hallo? Ja, mein Lieber. Gott, ich segne euch. Ich hatte mal eine Verständnisfrage. Ich hatte mal so ein Gespräch mit meiner Freunde. Hören wir mich? Ja. Irgendwie höre ich kaum eine Gegenantwort. Ja, wir hören zu. Okay. Also ich höre zu. Ich weiß nicht, ob der Arme hier im Hintergrund ist. Aber ich höre dir zu. Ich höre auch zu. Ja. Es geht darum, ich habe, wenn wir sündigen, sündige, äh, wenn wir sündigen. Und da hatte ich ein Gespräch mit meiner Freundin. Und zwar, da bin ich der Meinung, wenn wir sündigen, dann Strafe. Ich habe mich dort im Nachhinein dafür gesündigen Sünden begangen. Und sie wäre der Meinung, das soll ich nicht als Strafe sehen. Es ist einfach nur eine logische Konsequenz von meinen Sünden. Beziehungsweise von unseren Sünden, die wir tun. Und ich bin halt immer der Meinung, ja, ich tue das und das. Und ich weiß ganz genau, dass ich nur finde. Und dann weiß ich auch ganz genau, ich werde darauf drin bestraft. Und sie sagt dann halt, nee, wie sollst du es so nicht sehen? Das ist eine logische Konsequenz. Wie würdet ihr das denn beschreiben? Nein, es ist eine Strafe Gottes. Weil Gott gerecht ist und die Sünde bestrafen muss. Sonst verliert er seine Gerechtigkeit. Sonst herrscht Gesetzlosigkeit. Gott bestraft die Sünde. So sehe ich das auch. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, für sie ist das ein bisschen... Nein, Gott verbraucht uns doch nicht für solche Sachen. Nein, nein. Mein Lieber, du musst als Mann deine Frau führen. Geistig. Wenn die Frau geistig versucht, dich zu führen, musst du da eine Grenze ziehen. Du bist der Herr. Du bist der Mann im Haus. Und du musst deine Frau führen, geistig. Ja. Also die Reis, also die Leine von ihr rausziehen. Oder so. Ja, dann noch... Also ihr seid nicht unverheiratet, lebt ihr zusammen? Ja, ja. 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 Ja, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht, sowas. Also inwiefern? Also ihr habt doch Vorehelichen, nehme ich mal an, ja? Ja. Alles drum und dran, ja? Ja, genau. Körperlich. Körperlichkeit. Genau. Wir sind ja auch sehr fleischlich, deswegen... Ja, ihr müsst Buße tun, ihr müsst sofort auch mit aufhören. Ich sag das... Nein, du kannst nicht sagen, ich bin fleischlich und ich sündige weiter. Nein. Du musst Buße tun und sofort weg davon. Beide müssen Buße tun. Der Herr kann euch bei schwerem Unzuchtfall, kann der Herr so weit gehen, dass er etwas Schlimmes euch antut. Und jetzt wurdet ihr durch mich ermahnt. Wenn du jetzt diese Ermahnung gehört hast und dir jetzt einfach keine Gedanken darüber machst und einfach weitermachst, wird der Heilige Geist, der Herr Jesus, dich bestrafen. Die Strafe kommt jetzt bald. Ich kenne Leute, die in Unzucht gelebt haben und der Herr hat das Kind weggenommen von denen. Ich will nicht darüber reden hier großartig, weil es kann sein, dass der Stream gesperrt wird. Ja, das ist so... Der Herr hat das Kind, das Baby... Das Baby hat der ihnen weggenommen von der Erde. Weißt du, was ich meine, ne? Ja. Willst du das? Das letzte Beispiel ist ja David, ne? Also... ... 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 Pod ... ... ... ... Verse 471. Er ist das Wort von Allah und sein Geist. Ja, wo war denn dieses Wort von Allah und sein Geist, als es in Maria eingehaucht wurde? Wo war es denn? Gottes Wort ist doch nicht geschaffen. Gottes Wort ist ewig und somit ist Jesus Christus Gott. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Ja, da haben die einmal die Muslime das ewige Wort auf der Tafel von Allah, den Koran, der in Ewigkeit schon da drin besteht. Und dann kam und wurde es zu einer physischen Kopie. Allahs ewiges Wort. Der Koran ist ja nicht geschaffen, oder nicht? Ist der Koran geschaffen, muss man die Muslime fragen. Ist das Wort von Allah geschaffen oder ewig? Ewig. Sobald sie antworten, geschaffen kann Gott nicht Gott sein. Sobald sie antworten, ewig ist Jesus Gott. Egal wie sie sich drehen und wenden. In Jesus Christus haben wir die physische Macht Gottes gesehen und die physische Gestalt. Er hat also Gestalt angenommen. Ja, so ist das. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Wenn du was anderes behauptest, bist du kein Christ. Wenn du nicht Christus ins Fleisch bekennst, so kannst du dich niemals Christ nennen. Auch wenn du noch 10 Millionen Mal sagst, Jesus, Jesus. Ganz einfach. Ja, natürlich. Also wenn man sich darüber Gedanken macht, wo ich damals angefangen habe, mich mit der ganzen Materie zu beschäftigen, habe ich gedacht, hä? Das kann doch nicht wahr sein. Wie? Jesus wird als das Wort von Allah beschrieben. Das Wort, der Einzige, der das Wort Allahs ist. Das ist ja heftig. Er ist das Wort und der Geist von Allah. Das ist heftig. Dem Schreiber des Korans war ja... Ja, guck mal, der Erste, der auf einmal Hund schreibt. Gott segne dich und deine Familie. Mach's gut. Du gehst auf Stummscheid-Paket. Kindergarten, Kind. King of Kings, genau. Allah ist der King of Kings, König der Könige. Und dann kommt auf einmal Jesus Christus und sagt, ey Muslime, ich bin König der Könige. Offenbarung 19, 16. Offenbarung 19, 16. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr aller Herren. Amen. Wer ist der Herr Jesus? König der Könige, Malik el-Muluk. Und wen hasst der Allah von allen, die sich den Namen geben? Wen hasst Allah? Einen, der sich König der Könige nennt am Tage der Auferstehung. Der grauenhafteste Name einer Person, die sich den Namen König der Könige gibt. Du hast deinen Schaden? Ja, komm mal hoch. Zeig mir mal, was für einen Schaden ich habe. Komm, trau dich mal. Mal gucken, wer am Ende den Schaden hat. Ich hab dir eine Einladung geschickt. Komm mal hier oben mit mir reden. Mal gucken, wer den Schaden hat. Ansonsten schweig. Come here and talk with me. Talk with me. Kennt ihr noch das? Talk with me. Warte, ich mach das für dich an. Talk with me. Talk with me. Es gab, ich glaube, was war das von den, äh, von, äh, Rings? Von 90er Jahren oder was war das, ne? 90s Throwback oder was? Ich glaube, das ist das. Nein, das ist nicht. Ist das das? Ich glaube, das ist das. Ja, ich glaube, das ist so. Talk to me. Und direkt das erste Mind Control. Heftig. Talk to me. Ja, genau. Retro. Das ist das. Heftig. Aus den 90ern. Direkt als erstes Bild steht da Mind Control, um die Massen zu manipulieren. Krank. Mein Bruder muss mal wieder ein paar Aufklärungsvideos machen. DJ Dr. Schäfer, Wami. Wer hat Bock auf 90er Hits mit Dr. Schäfer, Wami? Nein, um Gottes Willen, ey. Nein, hör mal auf mit dem Quatsch. Ab und zu mal muss ich ein bisschen, äh, Dings machen. Ha, ha, ha. Talk to me. Oma-Rat möchte rein. Mr. Oma-Rat. Islam. Salam, Mr. Oma-Rat. Salam. Ich bin Oma-Rat und, äh, ich möchte dir gerne eine Ansage drücken, du kleiner Wichser. Warum beleidigst du direkt? Gott segne dich und deine Familie. Du Hurensohn. Gott segne dich und deine Familie. Du Hurensohn. Gott segne dich und deine Familie. Siehst du, wie du bist? Gute Repräsentation von deiner Religion. Du Hurensohn. Müll hoffen, ey. Gott segne ihn und seine Familie. Ja, das ist das. Immer schön diese Religion repräsentieren, ey. Richtiger Devil, ey. Hallo, Abir, grüß dich. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich natürlich auch, mein Bruderherz. Und, äh, ja, man hat gerade eben schon gesehen, ne, was für Geister hier rumschwirren, Junge. Was ist da los, Alter? Was ist da los? Das wundert mich auch, ne? Was ist da los, Junge? Ehrlich? Was ist da los? Hör mal. Was ist denn los mit dir, die? Je später der Abend, desto heftiger die Gäste. Guck, gleich kommen die ganzen Dämonen wieder raus. Das ist dann sehr, sehr heftig, ja. Ich meine, man kann seine Meinung ja zum... Das ist ein Kitzel. Das ist ein Kitzel. Sorry, dass ich unterbreche. Nee, das ist nicht schlimm. Ich meine, man kann seine Meinung ja abgeben, zu sonstigen Religionen oder was weiß ich, ne? Aber, äh, so gleich beleidigen, zu... Herr, Herr, hier reinzukommen oder so, ich weiß nicht. Also, oh, mein Rad, Bruder... Man sieht ja, das ist ja durchgewöhnt. Ist das gewöhnt. Oh, mein Rad, Bruder. Ich weiß nicht, was du empfindest, Bruder. Was, äh, ob du überhaupt eine Seele hast, Brudi. Aber ich wünsche dir natürlich alles Gute und ich hoffe, dass Gott dich, äh, recht leitet. Unser Gott, Jesus Christus. Ja, Bruder, äh, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich wollte noch mal kurz rein, äh, Plitschania. Danke dir. Und, äh, bleib auf jeden Fall gesund. Bleib, wie du bist, ne? Ja, danke, du auch. Gott segne dich. Dich auch. Ciao. Are you- Wer sind für dich Dämonen? Hä? Wer sind für dich Dämonen? Ja, die, die sich da den Muslimen bemächtigen. Siehst ja, was die da sagen. Kennst du noch mal, kennst du den Fall Emily Rose? Kennst du den Fall Emily Rose? Emily Rose, nein, oder? Kennst du den Film Exorzismus? Oder hör mal auf mit diesem Film, oder? Du hast es schon mal davon gehört. Exorzismus, ja. Ja, du kennst doch dieses Mädchen, was so die ganze Zeit so in diesem komischen Film immer gesagt hat, Ja, ich... Verstehst du, woher das kommt? Jetzt verstehst du, woher das kommt. Oh, danke, Martin. Von wo kommt das? Ja, von Dämonen kommt das. Und wer macht so was? Welche Glaubensgemeinschaft redet zu? Ihr, ihr. Nein, welche Glaubensgemeinschaft redet zu? Sag die Wahrheit. Ihr, ihr. Nein, man erkennt sie sofort. Sag die Wahrheit. Ihr, ihr. Sag die Wahrheit, du hast es schon mal gut. Ich mach kein Tag hier, ihr. Nein, sag jetzt. Welche Glaubensgemeinschaft kommt hier rein und redet so wie Emily Rose? Wie reden wir denn? Wie rede ich denn gerade? Du jetzt nicht, aber welche Glaubensgemeinschaft die breite Masse von ihnen? Schiiten. Man erkennt sie ja immer. Schiiten, Schiiten. Muslime, Mann. Was für Schiiten. Arbeiten sowohl Schiiten als auch Sunniten. Aber Schiiten etwas weniger als Sunniten. Die Sunni sind ja heftig. Die machen nur sowas. Du Sunni hast die? Oder warst du Sunni? Ich bleib mich für die sunnitische Richtung interessiert. Aber deine Familie auch? Du kommst aus Iran, Dodasch? Nein, die sind Schiitisch. Ja, die sind Schiitisch. Aber Dodasch, ich hab mal bei Heike gesehen, du hast so eine Saratusta-Kette getragen. Ja, richtig. Weil ich gesagt habe, Iran. Hast du ja gesehen, dass ich diese Kette... Ja, diese Kultursache. Ich verstehe. ...assoziiert habe. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich so daran geglaubt habe. Ich habe gesagt, es war ein Moment in meinem Leben, wo ich auf einmal so angefing, so nationalistisch zu werden. Ja, ja. Aber es ging ja auch direkt wieder vorbei. Die Leute raffen ja gar nicht, wenn ich denen etwas sage, dass die das auch so nachvollziehen können. Das ist das. Sonst hätte ich gesagt, Zarathustra, beste Religion oder so. Ich habe einfach gesagt, Iran, ne? Iran, bestes Land. Ich verstehe. Du hast Iran, hast du? Ja, genau. Dodasch, ich freue mich für Sie. Ich wünsche dir noch eine schöne Montage. In Ewigkeit. Verlasse diese Sekte und komm zu Jesus Christus. Möge Allah Azawajad ich reszleiten. Ja, ja. Möge Allah Azawajad ich reszleiten. Möge Allah Azawajad ich reszleiten. Ja, alles klar. Möge Allah's Schienbein dir segnen. Unglaublich. Hallo? Hallo? Erinnern Sie sich an mich? Ja, Sie sind, glaube ich, mein Patient 623. Sie haben Beschwerden im Bauchgegend. Auch. Also, ich kann Ihnen da helfen. Also, bei der letzten Diagnose habe ich festgestellt, dass Sie zu wenig Kamelurin getrunken haben. Und ich empfehle Ihnen, die doppelte Dosis dann zu sich zu nehmen. Mit mir. Ich habe eine Frage. Nein. Haben Sie es gemacht oder nicht? Weil ich merke, Sie haben es nicht getan. Habe ich. Nein. Ein bisschen reicht nicht. Sie müssen ganz viel zu sich nehmen. Weil die Bauchgegend, da waren Ihnen nicht so alles. Was? Hier, Paletti. Tutu Paletti. Gott segne euch hier wundervoll. Ich küsse doch eure Herzen, ey. Dass ich das auch mal so sage. Ihr küsst doch eure Herzen, ey. Knie, Kehlen, alles. Woher kommst du aus dem Iran? Ich komme aus Timbuktu. Oh, danke, Samina. Naja. Ich empfehle einen Eimer Kamelur. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Muslime der damaligen Zeit haben sich um die Kacke von Aisha's Kamel gestritten. Um die Kacke von dem Kamel. Wer es bekommen kann. Anonym 43, mach mal bitte ein Video davon. Zeig das mal bitte. Um die Kacke von Aisha's Kamel. Das kannst du keinem erzählen, ey. Selbst dieses Kamel war heilig, worauf sie geritten ist. Das sind doch normale Menschen gewesen. Was machen die aus diesen Menschen? Die machen aus ihnen so übermenschliche Wesen. Armin, welche Verse steht für Kamelurin? Jami Atirme, die Hadith 2042. Ich bin am Essen. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hoffe, du kotzt nicht gleich. Talk to me. Was möchtest du denn? Warum nervst du mich denn so? Warum? Warum? Warum du nervst mich? Ich habe eine Frage gehabt, man. Was ist denn? Also auf jeden Fall, ähm, also erstmal möchte ich ein Statement abgeben und dann erstmal eine Frage, ja? Ein Statement abgeben? Was für ein Statement denn? Willst du ein Statement setzen? Willst du Welt verbessern oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte ihnen was mitteilen. Und zwar, sie sind ein sehr guter Mann der Wahrheit. Und ich bin ehrlich, man sollte ihnen mehr zuhören, weil sie sind sehr lachkick bei ihren Streams. Es ist sehr lustig, ihn mit dabei zuzuhören. Und auf jeden Fall noch, was jetzt, meine Frage dazu noch. Und ich habe Montag wieder Schule, ja, aber ich habe keinen Bock auf Schule. Ich habe zwei Wochen Ferien gehabt. So schöne Ferien. Was soll ich machen? Ich würde Suizid beginnen oder so. Ich habe keinen Bock auf alles. Ja, also wenn du willst, dass deine Mutter enttäuscht von dir ist, dann bleib ruhig zu Hause. Aber wenn du willst, dass deine Mutter strahlt und stolz auf dich ist, dann gehst du zur Schule. Ja, da haben sie recht. Aber halt, meine Mutter lebt leider nicht mehr wegen einem tragischen Familienfall. Dein Vater, deine Familie, die würde stolz auf dich sein, dass du deine Schule durchziehst und einen Abschluss machst und aus dir was Vernünftiges wird, anstatt ein Dschihadist oder sowas. Was heißt Dschihadist? Jemand, der den Islam verstanden hat und anfängt die Kuffar aufgrund seiner Religion anzugreifen und sie zu nackentherapieren. Oh, auf jeden Fall Jesus bester Mann. Er ist nicht nur bester Mann, sondern der ist der allerbeste. Der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der beste Mann auf jeden Fall. Ich mag ihn auch. Ja, dann folg ihm doch. Wie wäre es, wenn du ihm danach folgst? Ich habe so Pilze an meinem Glied und ich wollte wissen, was für eine Creme sie benutzen. Du musst ihn wieder zu deinem Vater geben, weil der das auch hatte. Ja, der Oma auch, du keine Oma. Ja, ich wusste es. Da musst du zu Daddy gehen. Der hatte auch, glaube ich, dieses Problem. Ist das ein ekelhafter. Aber ich musste ihm ein paar gute Antworten geben, ne? Da hat er erstmal komisch, da hat er erstmal nochmal kurz gedacht, ah, das ist, ja. Und dann hat er sogar gelogen, dass seine eigene Mutter tot wäre und so, ne? Ekelhaft. Ja, so sind die Muslime, ne? Das ist das. So sind Muslime, wie sie Leib und Leben, oder wie nennt man das, ne? Wie der Vater, so der Sohn. Kamelpilz. Das kommt von zu viel Kamel. Jetzt machen sie es noch nicht mal mehr mit Wassermelonen, Statuen oder Stück Teig. Jetzt tunken sie sogar in einen Behälter mit Kamelpipi. Das könnt ihr euch nicht geben. Kein Wunder, dass da ein Pilz drankommt. Sie trinken es nicht nur, sondern es wird sogar eingetunkt. Das kannst du keinem erzählen. Jetzt weiß ich, wo das herkommt. Die Diagnose habe ich gerade festgestellt. Ich bin ja Doktor Sheikh Abu Amir. Der wahre Doktor, der das von so einer Entfernung nur durch Hören kann ich eine Diagnose erstellen. Ich bin hier gerade in meiner Praxis. Ich bin dann in meiner Praxis. Sie hat geöffnet. Wie kann ich ihnen helfen? Ja, ich habe Pilz an meinem PENIS. Ja, dann müssen sie weniger in Kamelurin reintunken. Bitte weniger und auch keine Wassermelonen und sowas nehmen. Bitte nicht. Hören Sie bitte auf damit. Sie müssen wieder normal werden. Praxis Doktor Sheikh Abu Amir hat jetzt geschlossen. Ich bin für zwei Wochen im Urlaub. Machs gut. Das ist was crazy. Mein Rückgrat kommt gleich wieder raus. Hör auf mit deinem Blödsinn. Hör auf mit einer Anfrage zu schicken. Dich nehme ich nicht mehr hoch. Du wolltest gerade loslegen zu beleidigen, du kleiner Lümmel. Wolltest du gerade zu beleidigen? Nein. Weg. Geh weg. Wird eine Lektion erteilt? Wir werden immer Lektionen erteilen. Und dann kannst du... Ohrenverkehr ist auch erlaubt. Nein. Jetzt ehrlich, anonym oder ist das jetzt so Blödsinn, was du da erzählst? Ist das wirklich so Ohrenverkehr? Wie viele Stunden arbeitest du, Bruder? Ich arbeite gar nicht. Ich bin gerade in meinem zweiten Büro. Ich bin gerade in meiner Praxis. Und meine Praxis hat geöffnet. Ich habe schon längst Feierabend. Prosper, B아cas Dr. 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 Triss. Bitte melden Sie sich! Wunderschönen guten Abend. Hallo mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auf jeden Fall auch. Ich wollte erst mal sagen, ich finde das echt krass, was du machst. Und ich gucke halt schon öfters deine Videos, also generell halt auch mit ein paar Freunden und so. Und wir finden das halt immer krass, weil wir halt, sag mal so, also wir haben uns jetzt nicht so krass auseinandergesetzt. Also ich bin Christ, so ne, meine Freunde halt auch. Und wir sind halt so, finden das halt einfach krass, was alles in diesem Koran halt da so drin steht. Und was ich manchmal so mich frage, was ich nicht ganz verstanden habe, weil viele, wenn ich so Moslems so Livestreams so manchmal sehe, und die dann so frage so, oder die sagen immer so was mit dieses Tauhid und die Rabia, aber mein Kollege meinte zu mir, das ist doch eigentlich gar nicht richtig, also das ist doch eigentlich gar nicht wichtig für uns Christen, weil eigentlich, also wir folgen ja eh dem Neuen Testament so. Aber diese Rabia oder so, das sind doch eigentlich Juden, die aber irgendwie dieses Tauhid oder sowas geschrieben haben, die irgendwie die Bibel erklärt haben, oder irgendwie sowas in die Richtung, aber das ist doch für uns eigentlich gar nicht richtig, weil viele Moslems sagen immer so, das steht gerade irgendwie was am verdrehen oder am verwechseln oder was, ne? Du meinst Tura oder was meinst du? Tauhid, was für Tauhid? Tauhid gehört zu den Muslime. Das ist so, ihr Konzept ist Monotheismus, was aber auch nicht aufgeht. Du meinst Talmud? Ah ja, genau, genau, das meine ich, das meine ich. Ja, ich hab die Namen da durcheinander gebracht. Ja, Talmud ist Kommentare von jüdischen Rabbinern zur Tora und alles, aber das hat gar keine Göttlichkeit. Das ist ja das Problem. Und trotzdem verwendet Allah seine Verse von jüdischen Rabbinern in Zure 5, Vers 32. Das hatte ich mir halt auch immer so gedacht. Also die Weisheit von einem jüdischen Rabbiner ist die Weisheit von dem Allmächtigen, der das Universum geschaffen hat. Und nicht nur der, er kopiert sogar seine Verse von Omar ibn al-Khatab. In Zure 66 Vers, jetzt sag ich dir sofort, in Zure 66 Vers 5 müsste es sein, oder 6. Nee, deswegen, da dachte ich mir halt immer so, ich hab das halt nicht verstanden, dass halt immer gesagt wird, ey yo, da und da steht das zum Beispiel auch zum Thema Rebekah und sowas. Aber in der Bibel steht nicht mal, wie alt Rebekah war. Und wenn man, sag ich jetzt mal, von dieser Logik geht, müsste der Vater von Rebekah genauso alt sein wie Rebekah, weil ja ebenfalls gesagt worden ist, dass der Vater von Rebekah geboren worden ist. Und deswegen dachte ich mir immer so, das macht ja gar keinen Sinn, was die eigentlich sagen. Ja, du kannst ja, hier gibt's jemanden, der heißt, der nennt sich christliche Apologet, der hat das sehr, sehr gut auseinandergenommen und hat einmal aufgezeigt, hat sich mal Zeit genommen dafür und hat natürlich den Muslimen den Boden unter den Füßen weggezogen mit ihrem dämlichen, ja, was da behauptet wird über Rebekah, dass sie drei wären. Das geht nicht auch, denn Rebekah war nicht drei Jahre alt, sie müsste ungefähr so 18 bis 20 Jahre alt sein. Sie hat ja auch Kamele so gefüttert und getränkt und du weißt, das waren ja, ein Kamel trinkt ja wie viel Liter? Das ist ja, das ist ja krank. Bist du, warte, wie viel Liter trinkt ein Kamel? Guck mal, wie viel? Ich habe locker über 20. Ah, mehr! Wie viel Liter trinkt ein Kamel? Ich glaube 100 oder wie viel? Wie viel Liter? Große Kamele in drei Minuten bis zu 200 Liter! Das heißt, ein dreijähriges Kind schafft es, egal ob der Krug so ist, so ist, so ist, egal. Gehen wir davon aus, dass der Krug so ist und die ist in der Lage, diesen Krug zu halten. Welches dreijährige Kind kann ohne Ende hin und her laufen und 200 Liter, also so. Wie viele Runden schafft denn ein dreijähriges Kind? Da kommt mich wieder auf dieses Lied. Das ist geisteskrank, Mann! Ein Muskel wird sich darauf beruft, der hat sie nicht mehr alle. Das ist ja das Problem, was wir haben. Es gibt Muslime, die sagen, ja, die damaligen Kriege waren ja nur so groß. Okay, kein Problem, die waren nur so groß. Ein Kamel trinkt 200 Liter in drei Minuten und sie muss zum Brunnen laufen, was natürlich hunderte von Metern entfernt ist oder Kilometer. Dieses arme dreijährige Kind ist also 300.000 mal hin und her gelaufen. Ihr Wahnsinnigen, ihr! Die sind krank, die Leute. Die wissen gar nicht mehr, was die da sagen, weil die zu viel Kamelurin und Kacke gegessen haben. Das ist das Problem, was wir haben. Pipi, Kacke, sowas essen die und trinken die. Da kommt sowas zustande. Ich könnte mich die ganze Zeit nur darüber aufregen. Die denken nicht zwei Meter weiter. Das ist das Problem. Deswegen, das dachte ich mir halt auch immer so, weil, wie gesagt, es macht halt einfach gar keinen Sinn. Ich meine, die sagen das ja nur einfach, damit man das, also in Anführungszeichen, rechtfertigen könnte wegen Aisha und Mohammed. Und deswegen versuchen die das so ein auf... Ja, in der Bibel steht das, aber es steht nirgendwo. Wenn du jeden fragst, egal von irgendjemandem, der da einen Livestream macht, ich frage so oft, ja okay, dann zeig mir doch in der Quelle, in der Bibel, dass es da steht. So, weil alle sagen, dass es steht da. Aber dann zeigen die keinen und kicken einen raus, weil es da nicht drin steht. Da steht keine Altersangabe, so wie bei den Muslimen in ihren authentischsten Schriften. Das ist das. Sie versuchen, die Bibel zu korrumpieren, so wie sie es auch mit ihrem eigenen Buch machen. Das ist das Problem. Sie schämen sich für ihr eigenes Vorbild und wollen versuchen, die Bibel in ein falsches Licht zu rücken. Aber der Gott der Bibel wird diese Leute immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Nein. Das ist das Problem. Und deswegen wird das immer wieder für sie abgespielt. Immer und immer wieder. Damit sie verstehen, dass Rebecca keine drei Jahre alt war. Und wenn sie drei Jahre war, dann bin ich damit einverstanden. Dann hat sie bestimmt dieses Lied dann auch gehört. Kennste doch. Und dann siehst du, sie läuft so. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ihr seid so verstört, ey. Ja, die Rebecca hat dann dieses Lied, die war eine Zeitreisende. Die Rebecca hat dann dieses Lied von Sia gehört. Und dann hat sie natürlich übermächtige Kräfte bekommen. Dann ist sie losgezogen und hat die 10 Kamele oder 15 Kamele von diesem Typen, dann hat die getränkt und hat mit den erwachsenen männern gesprochen mein herr und so natürlich diese quelle vertraue mir bruder das ist das problem ich habe gerade gesagt ich gehe mit den muslimen gar kein problem ob der krug so klein ist oder so kleines kein thema ein kamel trinkt 200 liter wie hat dieses kind das geschafft jedes mal zum brunnen zu gehen und diese da muss ja 80 milliarden mal hin und her gelaufen seien ich verarschen von denen die haben keine ahnung von der bibelmann sie lesen die bibel mit ihrem pervertierten verstand das das problem was wir haben deswegen ja diese die reise der teilweise sachen voll aus dem kontext heraus und addieren das so keine ahnung noch so viele verschiedene sätze dass es für sie sinn macht aber total negativ da steht obwohl es eigentlich was positives ist ja das ist das korrumpieren ist erklären licht zu finstern ist und finstern ist so licht okay mein lieber ja wie gesagt ich bedanke mich auf jeden fall riesigen respekt an meiner seite auf jeden fall auch wie gesagt verfolge ich jetzt schon echt viele jahre und ja mach weiter und danke dass du mich hoch genommen hast ja gerne gott segne dich mein lieber danke dich auch ja ja und die kann damit diese 200 liter lacht diese leute nur aus die sagen rebecca war drei einfach nur lachen lacht einfach aus dem herzen heraus ihr macht nichts verkehrtes rebecca drei jahre ihr macht nichts verkehrtes sagt sagt ihnen sogar wenn die zu euch sagen ja die die krüge waren so klein okay sagst du kein problem die krüge waren so klein da muss dieses arme dreijährige kind ja acht millionen mal hin und her gelaufen sein um diese zehn oder 15 kamele zu tränken ja natürlich die hat mega kräfte ist ja klar also ein dreijähriges kind schafft das schon aber natürlich vor 3000 jahren war das nicht ein dreijähriges kind sondern diese dreijährige war dann eine 33 jähriges klar natürlich so wie ich auch eine erwachsene frau war mit sechs als ihre mutter versucht hat sie körperlich aufzubauen sie war natürlich eine frau man muss ja eine frau körperlich aufbauen ihr habt so den knall nicht gehört ihr habt den knall nicht gehört man nur die finsternis wartet auf euch wartet mal ab so war ich hier sitze muskelpaket war sie vor 3000 jahren ja ehrlich Leute kommen wir müssen ein bisschen tippen 3 2 1 jetzt alle zusammen die 500.000 voll machen jetzt 1 2 3 jetzt alles mal 900 500.000 machen wir jetzt voll wollen wir lieben das schaffen wir breiter als dr steht ja da muss da muss ja rebecca breiter als ich gewesen sein und als ronnie coleman und marcus rühl und so die hatte mega nacken die hatte richtigen nacken so hier stirnacken unfassbar kommen leute wir packen das jetzt die 500.000 ballern wir jetzt voll jetzt reicht jetzt ist vorbei hier mit rebecca war 3 so geht das hier nicht mehr weiter rebecca war 3 ich geh kaputt ey wie kommt man auf so einem behämmer des zeugs man versucht alles um die bibel in ein schlechtes licht zu rücken das ist das so kreis ist krank mann ja vielleicht hat sie auch dieses lied von farid gehört hier stirnacken kommando oder so da hat sie auch so mit stirnacken ist die losgezogen wie diese krüge nächstes mal wenn ich farid sehe sage ich rebecca farid rebecca hier der hat dein lied gehört stirnacken kommando ja ich war immer schon gut ist alles in ordnung immer schon gut immer schon gut gewesen die probleme gehabt ich habe die probleme wird auch nie probleme haben oh gott ist gut amen rambolina ja genau so was alle liken genau alle likey likey machen komm leute wir müssen das wir müssen jetzt reinhauen richtig richtig reinhauen so verstrahlt ja wie kommt man denn auf sowas wie verzweifelt muss man sein die bibel in ein schlechtes licht zu rücken ihren eigenen gott in die tonne zu klopfen und versuchen so gut es geht ihre widerliche neigung zur schau zu stellen wenn das da nicht steht dann steht das da nicht da brauchst du dich irgendwas hinein zu interpretieren das kann doch nicht wahr sein wenn in zahe buchali steht er hat mich geheiratet mit sechs jahren und hat die ehe konsumiert mit neun jahren dann steht es nun mal da dann musst du das akzeptieren oder du gehst raus und sagst so ein vorbild will ich nicht ich akzeptiere niemals dass ein 53 jähriger mann ein sechsjähriges kind heiratet da muss ich ja behämmert sein im kopf oder ich akzeptiere das und werde es auch tun weil das mein vorbild ist er hat mit pupeln gespielt zei buchali 61 30 i played with dolls in the presence of the messenger of allah und da hat meine freundin gerufen damit sie mit mir spielen ist das zu fassen das ist das geisteskrank ist das man und dann sagt er eben hadjad alaskalani sagt er dieses spiel mit puppen deutet darauf hin dass aicha noch nicht die pubertät erreicht hat und deswegen war es ihr erlaubt zu der zeit mit puppen zu spielen das heißt sie war ein kleinkind ja ja viele muslime wissen wirklich nicht an was sie sie wissen schon an was sie glauben aber sie möchten es nicht wahrhaben ne das ist das sie möchten es nicht wahrhaben weil wie kommt das denn wie kommt das denn wenn Allah sagt ihr habt ja an dem gesandten Allahs das schönste vorbild bis zum tage des jüngsten gerichts das heißt muslime dürfen ihn auch deswegen ja auch gar nicht kritisieren erstens weil er das getan hat und zweitens das was er getan hat ist er das schönste überhaupt auf der gesamten welt weil er der beste mensch war laut ihrer aussage amir gestern hatte jemand dein bild als hintergrund gab ja lass die lass die mal werbung machen so ist auch gut lass die mal werbung machen sie sollen mich schön im hintergrund haben damit die leute mich immer sehen ist das nicht wundervoll Dr. Sheikh Awamin ist immer da ist das nicht super selbst bei denen im stream sehen die mich ist das nicht krass ihr müsst euch mal vorstellen die muslime wissen ja gar nicht mehr was sie da tun selbst in ihrem stream bin ich im hintergrund und bin immer da und lächelt so ist das nicht krass du laberst unnötig keiner glaubt dir und nimmt dich ernst ja komm mal hoch zeig mal ob du ach du hast ja noch nicht mal du hast zwei ab und hinten komm geh schlafen ja genau die sollen schön immer bilder von mir haben ich bin immer da wer bezahlt dich armen niemand ich mach das alles umsonst und freiwillig weil ich die menschen liebe so sieht's aus wir sind hier nicht wegen Geld oder was sonst würdest du mich Matches spielen sehen dann würde ich dann würde ich verstehen wenn du sagst ja der Typ der macht das für Geld aber nicht wenn ich hier bin und mit euch zu reden um euch aufzuklären und dann wieder irgendwann raus zu gehen wie bist du zum christentum gekommen in dem ich mich auseinander gesetzt habe mit beiden glaubensrichtungen sowohl mit meiner ehemaligen religion als auch mit dem glauben an den herrn jesus christus ich musste also überprüfen was die bibel sagt und ob sie akkurat ist ob sie den ganzen kritischen standpunkten standhält oder kritischen punkten standhält genau ja und schlussendlich habe ich euch ja erzählt habe ich ja die debatte zwischen dr zwischen josh mcdowell und ja und das hat mich vom hocker gehauen ich dachte mir nur so wahnsinn das sind also die beweise dass also der beste debattierer der muslime unsere unsere leute so und der verliert haushoch und wurde auf dem boden der tatsachen geholt und bewiesen dass jesus christus gekreuzigt und auferstanden ist absolut krank absolut krank die vergleiche und die beweise die der josh mcdowell gebracht hat atemberaubend atemberaubend ja und heutige ärzte geben ja auch zu dass wenn du behauptest dass jesus christus nicht gekreuzigt ist dann musst du die historischen fakten wegerklären können und das kannst du nicht du kannst diesen historischen fakt nicht weg erklären es ist das best bezeugteste an geschichte oder antike dass jesus christus auf anordnung von pontius pilatus gekreuzigt wurde diese geschichte ist wahr und nicht wie bei x faktor hier koran koran faktor ist die geschichte wahr oder falsch es kam ihm nur so vor oder ist er wirklich gestorben kennst du als wäre allah jonathan frakes kennt ihr es kam ihm nur so vor drehen wir ein wenig die die sichtweise so ist das krass ja das ist nichts anderes als verschwörungstheorie etwas zu behaupten was man auch nicht beweisen kann trägst du noch den islamischen namen ja natürlich habe ich noch meinen islamischen namen ich werde da doch nicht meinen namen ich werde mein mein wesen mein geist der herr verändert doch deine dein innerstes der name der bleibt sowieso egal nicht so wie bei pier vogel auf einmal wird der abu hamza ach ich bitte dich und trotzdem bleibt der gleich und will anderen leuten hier droht der mit gewalt und so super ja i put my arm around saya bukhari 3617 bukhari 3617 bukhari 3617 bukhari 3617 da was a christian who embraced islam and read surah al-baqarah al-imran and he used to write the revelation for the prophet later on the return to christianity again and he used to say muhammad knows nothing but what i have written for him absolut krank ja ich kenne den handys der ist so wichtig der ist einfach sowas von wichtig wie der imam bukhari die gesamte religion vernichtet hat ne ähm es gab einen christen der den islam annahm und surah al-baqarah und surah al-imran las und er pflegte die offenbarung für den propheten zu schreiben später kehrte er wieder zum christentum zurück und pflegte zu sagen muhammad weiß nichts anderes als das was ich für ihn geschrieben habe dann ließ allah ihn sterben und die menschen begruben ihn aber am morgen sahen sie dass die erde seinen körper herausgeworfen hatte sie sagten dies ist die tat von muhammad und seinen gefährten sie haben das grab unseres gefährten ausgehoben und seinen leichnam herausgeholt weil er von ihnen davon gelaufen war sie gruben das grab erneut tief für ihn aus aber am morgen sahen sie erneut dass die erde seinen körper herausgeworfen hatte sie sagten dies ist eine tat muhammad und seiner gefährten sie haben das grab unseres gefährten ausgehoben und seinen leichnam hinausgeworfen dann er war vor ihnen davon gelaufen denn er war vor ihnen davon gelaufen sie gruben das grab für ihn so tief sie konnten aber am morgen sahen sie erneut dass das die erde seinen körper herausgeschleudert hatte sie glaubten also dass das was ihm widerfahren war nicht von menschen verursacht worden war und dass er auf den boden geworfen werden musste krass ja der islam ist sowas von demoliert worden es ist so krass sowas von demoliert worden äh surah 3 vers 55 tafsir ibn kassir sagt jesus starb drei tage dann ist er auferstanden gucken wir mal wir gehen auf die offizielle seite von äh saudi arabien korankiefcu.com und dann lesen wir tafsir ibn kassir surah al-imran al-imirani vers 55 weil im arabischen findest du alles besser manchmal ist das englische nicht mal gut übersetzt worden so was sagt er ibn kassir als gott sagte o jesus ich werde dich sterben lassen und ich werde dich zu mir erwecken und ich werde dich von denen reinigen die ungläubig sind und ich werde diejenigen die dir folgen über die ungläubigen stellen bis zum tage von auferstehung dann kommt eure reue zurück dann kommt eure rückkehr zu mir und ich werde zwischen euch darüber richten worüber ihr unterschiedlicher meinung wart die kommentatoren waren unterschiedlicher meinung hinsichtlich seiner aussage ich werde dich zu mir erheben und dich zu mir erheben qatar da und andere sagten dies ist von vorne und von letzterem was bedeutet dass es dass es ist ich werde dich zu mir erheben und ich werde dich erheben für mich also danach ali ibn abital ali bin abitala sagte im auftrag von ibn abbas ich werde dich sterben lassen bedeutet ich werde dich sterben lassen muhammad bin ishaq sagte mit der autorität von jemandem der nicht anklagt mit der autorität von der sagte gott brachte ihn drei stunden lange zu tode an dem tag als gott ihn zu sich selbst erhob ah jesus christus ist gestorben heftig hast recht du hast recht als gott zu ihm zu sich selbst erhob ibn ishaq sagte die christen behaupten dass gott ihn sieben stunden lang sterben ließ und ihn dann wieder zu leben erweckte ishaq bin bischl sagte mit der autorität von idris mit der autorität von wab gott ließ ihn drei tage lang sterben dann ließ er ihn auferstehen und erweckte ihn dann das ist doch die kreuzigung auferstehung man die muslime raffen ja gar nicht was die kommentatoren da sagen jesus christus ist gestorben und auferstanden ich dachte Allah hat jesus christus einfach zu sich empor gehoben und ist nicht gestorben was seid ihr für eine glaubensgemeinschaft man das ist nicht mehr normal die leute die hören so ein abul bara zu wie er die leute von morgens bis abends gehirnwächt mit seiner kamelureen predigten und dann auf einmal lese ich genau das gegenteil von dem was er da behauptet und er weckte ihn dann matar al waraq sagte er ist von dieser welt gestorben nicht der tod des todes ebenso sagte ibn jarir er ist gestorben was bedeutet dass er mitgenommen hat die meisten sagten was hier mit tod gemeint ist ist schlaf wie gott der allmächtige sagte ähm und er ist es der nachts eure seelen nimmt und weiß was ihr tagsüber begeht all anna und gott der allmächtige sagte gott nimmt seelen zum zeitpunkt ihres todes und diejenigen die nicht im schlaf gestorben sind also hält er diejenigen zurück über die er den tod verfügt hat und sendet den anderen für eine bestimmte zeit in der tat sind darin zeichen für die menschen die nachdenken und der gesandte gottes möge gott ihn segnen und ihm frieden schenken pflegte zu sagen als er aus dem schlaf aufstand gelobt sei gott der uns zurückgebracht hat lebe nachdem er uns sterben ließ und ihm gehört die auferstehung ihm gehört die auferstehung dem dem allah komisch dass der jesus christus in johannes 11 25 sagt ich bin die auferstehung und das leben jeder der an mich glaubt wird leben auch wenn er stirbt aha er sagt ich bin allah all beiß die auferstehung ja unglaublich ja der eben kassil sagt sogar dass allah in die vulva von maria eingehaucht hat guck dir das mal bitte an damit wir das auch durch haben weil wir jetzt schon da sind zure 66 vers 12 das steht wort wirklich da das ist krank Allah pustet einfach in die vulva von maria guck dir diese lästerung an und mariam die tochter im ranz die ihre keuschheit bewahrte und wir hauchten ihr unser geist ein und sie glaubte an die worte ihres herren und seine bücher und sie gehörte zu den gehorsamen und sein ausspruch und mariam die tochter von im ranz die ihre keuschheit bewachte was bedeutet dass sie sie bewahrte und beschützte und das pferd es ist keuschheit und freiheit so haben wir ihm unsere geist eingehaucht bedeutung durch den engel der gabriel ist denn gott sandte ihn zu ihr und er erschien ihr in der form eines normalen menschen und gott der allmächtige befahl ihm mit seinem mund in die tasche ihrer rüstung zu blasen so dass der atem herunter kam und in ihre vulva eindrang in ihre vagina das steht wirklich da ist das heftig ja was für eine religion Allah pustet einfach in ja Dings das ist so krank das ist so krank das ist einfach so krank das ist so crazy crazy my baby Ex-Muslim Ja mein lieber Gott segne dich und deine Familie Ja danke dich Bruder Ich habe eine Frage und zwar meintest du ja gerade das mit Jesus und so der ist am besten erforscht in der Geschichte und das ist auch an sich alles bestätigt schon bewiesen Mein Freund ich würde gerne wissen Ne ich würde gerne wissen wo du eine Quelle außerhalb der Bibel hast dass Jesus existiert Talmud Ja Ja Aber ich meine guck mal so damals die Juden haben ihn noch auch nicht anerkannt Die haben ihn noch auch gesagt Die haben ihn gehasst und haben das aufgeschrieben dass Jesus Christus wirklich gekreuzigt wurde Aber in der Zeit haben die ja eigentlich also okay sie warten ja schon immer auf ihren Messias aber zu der Zeit das war ja auch so eine besondere Zeit gerade Die Frage ist haben sie aufgeschrieben dass Jesus Christus auf Anordnung von Pontius Pilatus gekreuzigt wurde ja oder nein Steht das im Talmud Ja der Talmud Also ich denke mir halt wenn da mal so ein krasser Mensch gewesen sein muss wo alle gedacht haben was ist das denn weil ich meine die Aposteln sind ja in den Tod dafür gegangen weil die haben es ja alles miterlebt Wenn dir Talmud nicht gefällt was ist mit Tacitus wenn dir Tacitus nicht gefällt was ist mit Hier wie heißt der der Geschichtsschreiber Josefus Flavius Ja Flavius aber der Flavius Der 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 das war ja der Jude der von Massada Oder ne das war nicht Massada 37 nach Christus ist der geboren der hat das aufgeschrieben guck dir das mal bitte an Ähm Ja okay das guck ich mir gerne mal an mit Flavius Aber das mit Flavius das ist halt so eine Geschichte für sich der wird ja halt auch dafür benutzt so dass man sagt die Römer haben das Christentum hat eingesetzt um den Bürgerkrieg mit den Juden enden zu lassen damit die Nein mein lieber was hat der denn davon einfach zu sagen dass Jesus Christus wirklich gekreuzigt wurde Das ist ja Quatsch hat doch nichts davon Tacitus ein Geschichtsschreiber sagt genau dasselbe Unabhängig voneinander sagen die alle dasselbe alle irren sich Sag mal du musst aufwachen Mann Ja was heißt alle irren sich guck mal so die Byzantiner man hat so viele Schriften von denen die haben alles aufgeschrieben damals Ich würde verstehen ich würde verstehen wenn einer das vielleicht sagt aber doch nicht unterschiedliche äh Leute sagen genau dasselbe das ist doch Quatsch das waren alles Zeitzeugen Du kannst diesen historischen Fakt nicht weg erklären du schwebst in allergrößter Gefahr Jesus Christus kam auf diese Erde Hat Jesaja 53 erfüllt hat die Sünden der Menschen auf sich genommen und es liegt an dir ja zu Jesus Christus zu sagen und nein zur Religion Ja aber das ist der einzige Beweis sind im Grunde die die Vorhersagen die sich dann selbst erfüllen und im Grunde also das ist so Schrift auf Schrift weißt du was ich meine du du Was ist denn dann im Islam denn so wenn er so ist Nein das ist auch nichts anderes Nach meiner Meinung also nach meiner Meinung weißt du Ja dann bist du auch kein Moslem Nein nicht mehr Ja nicht mehr siehst du Deswegen sage ich dir der Herr Jesus Christus liebt dich und seine Kreuzigung ist historisch bewiesen Wenn du glaubst dass der Herr Jesus Christus für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat so wirst du dich und deine Seele in Sicherheit bringen mein Lieber Bekenne mit deinem Mund dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist und glaube daran Ja innerhalb der Theologie ist das ja korrekt das ging mir jetzt halt nur außerhalb der Theologie quasi Ja du siehst also wenn du Beweise haben willst so kannst du im Zeitalter des Internets dich hinsetzen und die Beweise dir wird dir so in dein Gesicht geknallt du kannst es nicht mehr leugnen das ist das Die Debatten fanden statt unter Akademikern kannst du dir angucken du wirst sehen der Islam ist Geschichte sowieso in deinen Augen aber ich meine die Kreuzigung ist das bestbezeugteste die bestbezeugteste Geschichte der Antike Da gibt es nichts dran rumzurütteln er ist wirklich gekreuzigt worden unter der Anordnung von Pontius Pilatus Ich werde mir das nochmal anschauen dann komme ich nochmal zu dir rein und unterhalten wir uns vielleicht nochmal weiter ok ok mein Lieber ich bete für dich mein Wundervoller Alles klar mein Guter macht's gut ciao Schaut euch das mal bitte an was hier steht Talus Talus verfasste ca 52 nach Christus ein dreibändiges historisches Werk der Weltgeschichte welches in weiten Teilen verloren gegangen ist der christliche Chronist Sextus Julius Africanus um 170 bis 240 zitierte ihn jedoch er kommentiert die Finsternis während des Todes Jesu Markus 15 33 und interpretiert sie als Sonnenfinsternis diese Finsternis nennt Talus im dritten Buch der Historien eine Sonnenfinsternis wie mir erscheint gegen vernünftige Einsicht Sextus Julius Africanus merkt jedoch an dass eine Sonnenfinsternis zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen sein kann da der Tod Jesu mit dem ersten Frühlingsvollmond zusammenfällt Der Text scheint zu zeigen dass Talus Jesus für eine historische Person hielt und B die synoptische Passionsüberlieferung kannte und sich mit ihr kritisch skeptisch auseinandersetzt Tyson Merz Jesus war Talus bezieht sich auf eine mündliche oder schriftliche christliche Passionsüberlieferung Was gibt es hier noch? Flavius Josephus Flavius Josephus war ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber im Jahre 93 nach Christus erschien sein Antiquitat des Judais Jüdischer Altertümer wo er im Buch 18. Paragrafen 63 bis 64 schrieb um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mann wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen die mit Lust der Wahrheit aufnahmen So zogen viele Juden und auch viele Heiden an sich er zog viele Juden und viele Heiden an sich Dieser war der Christus und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend wie Gottes gesandte Propheten dies und tausende andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen die sich nach ihm nennen fort Yes Hallo Hallo Armin kannst du bitte Bundeskanzler werden? Ja Abonniert mich und macht mich groß und stark Monisha was ist los? Willst du uns reden? Na dann nicht Ja wenn du Beweise willst findest du Beweise Wenn du ignorant bleiben willst dann bleibst du halt ignorant Weiter heißt es Flavius Josephus erwähnte ebenso die Hinrichtung des Jakobus 62 nach Christus unter dem Sadduzeischen Hohenpriester Hannas Dem zweiten in den Attiquitatis Judeacea 20,200 schreibt er Er versammelte daher den Hohen Rat zum Gericht und stellte vor diesem den Bruder des Jesus der Christus genannt wird mit Namen Jakobus sowie noch einige andere die der Gesetzesübertretung angeklagte und zur Steinigung führen ließ Tacitus Circa 55 bis 120 Jahre nach Christus war Römer Politiker und Historiker Die Annalen wurden zwischen 110 und 120 nach Christus geschrieben In Annalis 1544 schrieb er um also dieses Gerücht niederzuschlagen Schob Nero die Schuld auf andere und belegte mit den aufgesuchtesten Strafen jene Menschen die das Volk wegen ihrer Schandtaten hasste und Christianus nannte Ihr Namensgeber Christus war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden Für kurze Zeit war jene heillose Schwärmerei dadurch unterdrückt brach aber aufs Neue aus nicht allein in Judäa von wo das Unheil ausgegangen war sondern auch in der Hauptstadt in die von überall her alle Gräuel und Schändlichkeiten zusammengeströmen und Anklagen finden Daher wurde er zuerst diejenigen ergriffen die Geständnisse ablegten sondern auf ihre Angaben hin eine gewaltige Menge Menschen die weniger wegen der ihnen zur Last gelegten Brandstiftung als wegen ihres allgemeinen Menschenhasses als überführten galten Mit denen die zum Tod bestimmt waren trieb man noch Hohn Im Falle wilder Tiere eingenäht wurden Im Falle sie von Hunden zerfleischt oder mussten ans Kreuz geschlagen und angezündet nach Einbruch der Dunkelheit als nächtliche Beleuchtung Beleuchtung brennen Absolut krass Absolut Hammer Boah mein Auge Boah Ey Ey Ich wollte dich schon immer immer persönlich auf der Straße treffen Weißt du das? Ey Wolltest du mir dein Hallo sagen? Nein Willst du mich das sagen? Ich würde dich anspruchen Anspruchen? Warum? Weil du einfach ehrenlos bist Warum bin ich ehrenlos in deinen Augen? Warum machst du sowas? Weil du nur scheiße laberst Ja aber warte Du musst doch mal Gründe nennen warum du sowas machst Guck mal Alleine Beschreibung ist respektlos Gegenüber Menschen Meine Beschreibung ist respektlos Aber wenn Mohammed gesagt hat Geh und beiß in den Pieneris deines Vaters Das ist nicht respektlos ne? Warum bist du so Warum sagt man sowas? Warum hast du so viel Hass in dir? Ich habe doch gerade deinen Propheten zitiert Oder euren Propheten Du raffst alle scheiße in deinem Leben Siehst du? Wie du überhaupt nichts raffst Gar nichts Warum raffst? Was soll ich denn raffen? Du hast gerade gesagt Mein Name allein regt dich schon auf Das regt dich auf Mein Name allein regt dich auf Aber das Mohammed gesagt hat Geh und beiß in den Pieneris deines Vaters Mein Name interessiert dich nicht Das regt dich nicht auf Ich weiß nicht, dass du einfach ein Maniac bist Maniac, guck mal Warte mal Ich zeig dir wer ein Maniac ist Guck mal ganz kurz Guck mal Wer der Maniac ist Gott segne dich und deine Familie Ja so sind sie Das ist das Kleine Kinder die dann einen auf Dings machen Hallo 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 was geht was geht Wie alt bist du? Ich bin 20 ich habe nur eine sehr hohe Stimme Deswegen verzeih mir Auf jeden Fall ja ich wollte nur sagen Ich feiere deine Videos und so weiter Deine Livestreams Du wurdest mir empfohlen Deswegen finde ich auf jeden Fall cool was du machst Ja genau Wir müssen jetzt wieder reinhauen Leute Drei Zwei Eins Jetzt Alle zusammen Wolltest du noch irgendwas wissen? Ja wenn du mir irgendwas erzählen kannst Zu dir Zu deiner Story Geschichte Oder irgendwas Spannendes Ich habe mich auch auseinandergesetzt mit meiner ehemaligen Religion Habe Dinge herausgefunden die ultra brutal für mich sind Und habe herausgefunden dass der Koran Lügen verbreitet über die Bibel Und das Ganze wieder hergestellt werden muss Und habe dann die Dinge herausgefunden und für mich dann beschlossen dass der Islam Geschichte ist Und habe den Herrn Jesus Christus dann angenommen Das ist cool ja Das freut mich auf jeden Fall Gottes Segen Er ist 13 Jahre glaube ich auch Er ist niemals 20 habe ich mir auch gesagt Komm die 500.000 knacken wir jetzt Leute Drei Zwei Eins Fünfhunderttausend Jetzt Ich weiß die Finger brennen aber wir müssen durch Hallo Gott soll dich bestrafen für all deine Worte die du machst Diger Wofür denn ganz genau? Ja Guck mal du sagst doch du bist ein gläubischer Christ oder? Gläubischer Christ oder gläubiger Christ? Ja ist doch scheißegal Du weißt aber was ich meine Das ist nicht artikulieren Denkst du dein Gott würde sich nicht dafür schämen dass du andere Religionen runter machst? Mein Gott verachtet Religionen Dein Gott mag Religion mein Gott hasst Religion Achso deswegen wurde der Christentum gemacht weil er Religion hasst Genau weil Religionen nicht von Jesus sind sondern von Satan in die Welt geschaffen worden Was hat denn Jesus mit Religion zu tun? Hat er nicht die Christentum gebracht? Auf keinen Fall Er hat die Gnade gebracht Deswegen haben die Juden ihn gekreuzigt Ah haben die gekreuzigt? Ja Ah sie haben ihn gekreuzigt? Ja Dankeschön dann ist das dann ist der Herr Jesus Christus ja die absolute Wahrheit Dankeschön Gebe ich auch zu Gebe ich auch zu Lass daran Er wurde gekreuzigt Stimmt doch auch Dankeschön Ja vielen Dank So ist gut So will ich dich hören Immer schön den Islam demolieren Ne Ich demoliere hier gar nichts Ja doch der Koran sagt in Surah 417 Es ist doch scheiße egal wo was steht Aber wer bist du dass du dich hier ins Internet kommst und hetzt So dass immer Streit entsteht Geilst du dich darauf auf Geilst du dich darauf auf Geilst du dich darauf auf dass Leute Du musst nicht viel zu sein wenn du nicht mit mir reden willst Lass mich doch Ja wenn du keine Ahnung von der Theologie hast und der Glauben und so Dann kannst du bitte da woanders hingehen Habe mich nicht bekloppt Aber danke dass du es nochmal zugegeben Assalamualaikum an alle meine muslimische Brüder Freunde heute werden wir euch zeigen wir hier beide Bruder Guck mal hör mal auf Was machst du da im Hintergrund Hör mal bitte auf die Muslime zu beleidigen Was machst du da im Hintergrund Wer wird da geschlagen man Nein man hör auf nur den Islam zu beleidigen bitte Bruder Hör mal auf kümmer dich mal um das Kind Ruf mal die Polizei an da wird ein Kind misshandelt man Fick deine kleine Schwester und deine Mutter Guck mal was da passiert ey die misshandeln Kinder Die misshandeln einfach Kinder man das ist ja krank Wofür soll ich mich denn schämen hast du das nicht gehört Guckan Hallo mein Herzlicher 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 Wie geht's dir Al Moussawi Das war grade bei Ihnen im Hintergrund Ja Weißt du welcher im Hintergrund gerade war Das weiß ich nicht, bist du nicht Dings, El Musavi? Das war deine Schwester, glaube ich, ich glaube, das war deine Schwester, hundertprozentig, Mann. Aber wieso bist du so? Warum seid ihr so wie Teufel? Weil du ein Kelb bist, verstehst du? Für ein paar Likes bekommst du sogar deine Mutter. Ein Kelb? 500.000 Likes gibst du mir deine Schwester sogar. Nein, du kriegst du mir keine Schwester. Du kriegst du mir sogar deine kleinste Schwester. Du kriegst, du kriegst Kamelurin und dann kannst du das trinken und dann kriegst du Bauchschmerzen weg. Jetzt kannst du rausgehen. Jetzt kannst du weiterreden mit Kamelurin-Flavor. Ja, das ist das. Man muss sie segnen, der Herr sagt ja. Segnet die, Jochlo. Aber er soll weniger Kamelurin trinken. Ich wollte schon lange mal mit dir reden, Mensch. Ehrlich? Lange oder kurz? Sehr lange eigentlich. Eigentlich sehr lange. Ich schaue mir schon öfters deine Videos. Das hat eine Frage beziehungsweise zum christlichen Glauben. Ja. Und zwar, ob es stimmt, dass ihr glaubt, dass Gott, der Allmächtige, durch die Vagina einer Frau auf die Welt kam. Als Gott sich entschlossen hat, Mensch zu werden, hat er die normale Geburt. Ist schon klar, aber was bedeutet, ich meine, wenn er jetzt als Gott auf die Welt kommt, dadurch zu Vagina. Lass mich kurz aussehen, ich weiß, dass du gerade nervös bist. Wie hat denn das, wie hat denn zum Beispiel der Allah das gemacht, hat denn die Vulva von Maria reingepustet? Ich weiß, dass Jesus das hieß, du weißt, was die Muslime glauben. Er ist aber für die Muslime ein Mensch. Aber ihr seid Gott, der Allmächtige, kommt durch die Vagina einer Frau raus. Wo war denn dieser Mensch, der auf einmal in Maria eingehaucht wurde? Ja, in der Gebärmutter. Aber bei euch war ja Gott in der Gebärmutter der Frau. Wie hat der Allah das gemacht? Er sagte, sei und er war. Aber bei euch kann man Gott, der Allmächtige, Okay, guck mal hier, was deine Quellen aber sagen. Die sagen etwas ganz anderes. Nein, nein, Allah sei den Koran, sei und er war, aber schau mal, schau mal, es geht ja um das Menschwerden von Gott. Schau mal, Amir, schau mal. Es geht ja um das Menschwerden. Du bist jetzt erstmal ruhig und dann hörst du mal zu. Amir, schau mal, ich werde noch nicht weiter. Lass mich noch kurz mal das reden, schau mal. Ich zeige dir kurz mal was, guck mal. Das zeige ich dir ganz kurz und dann kannst du noch mal. Schau mal, Amir. Und dann schau mal, siehst du, schau mal. Dudler. So kriegst du das, Dudler. Wenn du mit solchen behämmerten Fragen um die Ecke kommst und auf Konfrontationskurs gehst, dann kriegst du dann Antworten dem Tore nach seiner Torheit. Hallo? Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Das ist nichts Böses gemeint oder so, ja? Aber hast du keine anderen Hobbys oder so? Jetzt mal Spaß beiseite. Keine Ahnung. Du weißt ja schon, dass du die Muslime damit richtig provozierst, oder? Nee, das soll nicht zum Provozieren anregen, sondern zum Nachdenken anregen. Aber was gibt's noch nachzudenken? Jetzt mal ganz kurz Spaß beiseite. Ich meine, du bist ein sehr intelligenter Typ, ja? Macht man sich so Freunde? Bin ich hier, um mir Freunde zu machen? Nee, aber du verstehst schon, was ich meine, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich weiß nicht, Amir, es gibt doch so viel auf der Welt, wo man reden kann über, ja, aber doch nicht über sowas. Was machst du, wenn zum Beispiel die Muslime eines Tages die Oberhand haben und dich und deine Familie mit einem Schwert an deinen Nacken dazu zwingen, den Islam anzunehmen? Hättest du dann in dem Moment gedacht, ah, der Amir, der hatte schon recht, dass er die ganze Zeit aufgeklärt hat über diese Terrorsekte, ne? Ja, aber guck mal, du ziehst den Koran so in den Schmutz, ja? Das, was du hier erzählst, ja, das, was du hier erzählst, das trifft auf keinen Punkt zu. Okay, was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass Allah ein Satan ist, ist ruf Allah. Okay, soll ich das beweisen? Wie willst du das beweisen? Warst du dabei? Anhalt des Korans. Nee, oder du behauptest ja, du behauptest ja, dass Jesus wiedergeboren wurde, ja? Warst du dabei? Bitte was? Warst du dabei, als Jesus wiedergeboren wurde? Wiedergeboren wurde? Ja, warst du dabei? Nee. Nee, okay. Warst du dabei, als Mohammed geboren wurde? Wie bitte? Warst du dabei, als Mohammed geboren wurde? Was ist das für eine Frage, man? Bist du ein bisschen krank? Nee, nee, nee. Du machst du diese Behauptung hier und provozierst. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Kamelurin. Ich danke dir von ganzem Herzen für dein Kamelurin. Unfassbar. Was? Wie stumpfsinnig. Hast du gesehen, wie Jesus geboren wurde? Hast du gesehen, wie Mohammed geboren wurde? Was ist das für eine Frage, man? Was ist das für ein Kamelurinflavor, ey? What's your flavor? Tell me, what's your flavor? Was ist das für eine Frage? Eine oder mehrere? Spaß, die Seite jetzt, ja? Guck mal. Was kannst du über Islam? Alles. Was alles? Komm, erzähl mir. Ich kann alles über Islam. Ich kann viel, viel über Islam. Nein, du kannst nichts. Doch. Nein. Ich kann viel singen für dich. Viel singen. Ach. Oh, scheiße. Guck mal. Oh, scheiße. Ich hab mal aufs Scheiße zu labern über solche Sachen. Irgendwann backen wir dich draußen. Glaub mir. Ja, kein Problem. Ich backe mit dir auch draußen. Was hast du gesagt? Irgendwann backen wir dich draußen. Doch, warte ab. Irgendwann backen wir dich draußen. Backen. Die wollen mit Dr. Scheramami einen Backkuss. Alles klar. Alles klar. Lachen. Kein Problem. Irgendwann kommt der. Lachen ein bisschen mit mir. Lachen ein bisschen. Hör auf zu backen. Backen ist nicht gut. Ja, gut. Lass es mal lieber der Frau. Die Frauen können gut backen. Du musst viel auf Toilette. Du weißt. Würdest du Kamelurin trinken? Jetzt ist der raus. Da war wieder zu viel mit Kamelurin. Franz Walter Steinmeier. Ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar dieser Asylant, der gerade hier drin war, Alter. Du bist nach Deutschland gekommen. Die Leute haben dich hier aufgenommen. Es ist ein christliches Land. Und du schießt gegen einen, der gegen den Islam ist. Wer hat dich denn verarscht, Alter? Ab in deine Heimat, Junge. Ganz schnell ab in deine Heimat. Hör auf, sowas zu sagen. Der ist dich nicht bewusst, was er da sagt. Aber ja, du hast recht. Die kommen hier hin und drohen einfach wie behindert. und verstehen gar nicht, was sie da eigentlich machen. Ich küsse dein Herz. Du bist bester Mann. Bleib so, wie du bist. Und jetzt kannst du mich kissen. Äh, kicken. Du machst gut. Ja, ciao. Gott segne dich. Danke, Lieben. Jaha. Dumbo. Denne, hör auf damit. Dumbo. Das ist mein erstes Mal, ich rede. Dein erstes Mal. Mit dir. Nein, hör auf. Rede richtig. Man hört, dass du reden kannst. Okay. Sofort hab ich gesagt. Sofort. Sehr schlau. Ja, ich höre in deiner Stimme, dass du normal reden kannst. Ich zähl' bis drei. Mach hinne. Ich geh dann raus. Ich geh raus. Und dann gleich spät. Irgendwann wir reden. Ganz viel. Okay, alles klar. Ich warte hier auf dich, okay? Reject. Nein. Nein. Irgendwann privat. Ja, irgendwann privat. Privat. Private. Rejected. Jihau. Hallo. Hallo, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Ey, ich hab eine Frage an dich. Eine oder zwei. Bist du Christ? Ja, richtig. Ist es in deiner Religion erlaubt, andere Religionen fertig zu machen? Ja, aber wir dürfen auf jeden Fall, dürfen wir die Finsternis aufdecken und der Islam behauptet ja Dinge über die Bibel, die so nicht stehen gelassen werden können und man muss darüber dann aufklären. Und die Bibel ist ja ein Buch, das der Herr ja für uns geoffenbart hat. Und wenn wir da lesen, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde, auferstanden ist, dass er behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein und Dutzende von Prophetien erfüllt hat und dann sehen wir auf einmal, der Koran widerspricht der Bibel und sagt, dass wenn ihr an die Bibel glaubt, ihr irregeleitet seid, dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist, dass er nicht gekreuzigt worden ist, dass er nicht Gott im Fleisch ist. Ja, jemand dann auf die Idee kommt, das Ganze mal klarzustellen. Okay. Also ich sag mal so, ich hab nichts gegen Christen, ich bin auch mit Christen befreundet. Ja, dann bist du raus aus dem Islam. Wie bitte? Dann bist du raus aus dem Islam, meine Liebe. Wieso? Weil Allah sagt in Zuge 5, Vers 51 und Zuge 3, Vers 28 Wenn ihr euch die Ungelübigen zu Freunden nehmt, dann seid ihr eine von ihnen. Nein, da steht, du darfst mit Christen befreundet sein, solange die keinen Krieg mit dir führen. Nein, es ist ausgeschlossen. Mohammed hat gesagt, seid nicht mit Juden und Christen Freunde und wenn ihr einen von ihnen auf den Weg trifft, dann müsst ihr sie an die engste Stelle des Weges drängen. Und wenn du den Tafsiz zum Beispiel von den großen Korankommentatoren liest, dann siehst du, dass Allah die Muslime so Furcht einflößt, dass sie das nicht tun sollen, dass sie die Ungläubigen zu Freunden nehmen. Es sei denn, dass du dich vor ihnen fürchtest, dann darfst du es tun, ja. Fürchtest du dich vor deinen Freunden, deinen christlichen Freunden? Nein. Dann bist du raus aus dem Islam. Würdest du das mal lesen? Ey, äh, ach, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ja. Ich würde sagen, glaub mal an dem, an das, was du glaubst. Aber warte mal, willst du das jetzt nicht prüfen? Willst du nicht sagen, ja, warte mal, äh, Amir, ich gucke mal, was du gerade sagst, ich möchte das mal gerne prüfen. Dann wirst du ehrlich. Jetzt hätte man gesagt, wow, die ist ja, die ist ja toll. Ehrlich, oh, danke. Nein, Leute, ich bin nicht sprachlos, aber wenn er daran glaubt, dann soll er daran glauben. Aber warte mal, du musst mir mal zuhören. Jeder an sein Glaube, wisst ihr, was ich meine? Wir haben doch gerade eine Behauptung aufgestellt und du müsstest jetzt hier rein, also du müsstest sagen, ja, warte mal, ich überprüfe das mal, wenn du ehrlich wärst zu dir. Ja, ich glaub das ja nicht, was du sagst. Ja, aber das wäre doch gut, das herauszufinden, ob ich die Wahrheit sage oder nicht. Ja, für mich ist das nicht die Wahrheit. Dein Koran ist nicht die Wahrheit? Ja, danke schön. Nein, du, was du sagst, ist nicht die Wahrheit. Ja, aber ich zitiere doch gerade aus dem Koran. Dann zitierst du falsch. Okay, dann guck doch mal, ob ich falsch zitiere. Huch mal bitte deinen Koran. Oh no, oh no, oh no, 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 Internets, da kannst du in zwei Minuten alles herausfinden. Schade. Oh no, 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 oh no. Haram, haram. Gott segne dich, mein Bruder. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Wahnsinn, die Sarah, oder? Also ehrlich, man will ja was herausfinden und herausfinden, ob es die Wahrheit ist, dann gibst du ja noch die Chance. Also ganz ehrlich, Sarah, ich war auch Muslim. Alhamdul Jesus, dass ich zum Christ konvertiert bin. Haram. Ehrlich. Also mach dich mal schlauer über deine Religion, bevor du hier einfach hochkommst und mit dem Bruder Arm einfach angreifen möchtest, in irgendeiner Form von nichtwissenden Art von, einfach nur, keine Ahnung, wie soll ich dir das sagen? Komm, mach dich schlauer, weißt du, weil jeder Mensch hinterfragt die Wahrheit, weißt du, irgendwann, und irgendwann wird der Koran nur noch alleine sein und ein Märchenbuch sein. Sag ich dir ganz ehrlich. Was es ja jetzt schon ist. Ja, nee, es gibt schon noch ein paar, die dran glauben, Bruder, aber irgendwann wird es ein Buch sein, wo die Leute dann sagen, hey, pass mal auf, ich spiele Fußball, ich lese mir dann den Koran durch und dann sagt er, ja, okay, ich schieße ein Tor mit dem Koran. Und so wird es irgendwann sein, weil da stehen solche Sachen drin. Sarah, vor allem du solltest dich mal echt schlau machen. Als Frau ist das nochmal heftig, als Frau daran zu glauben, das raffe ich am meisten nicht. Okay, der Mann hat ja wenigstens Vorteile. Er darf bis zu vier Frauen heiraten, die Frau hat die Schnauze zu halten, er kann die Frau bei Widerspenstigkeit sofort eine, ne? Als Mann kann man nachvollziehen, okay, das ist eine Religion von einem Mann für einen Mann. Aber was für Vorteil hat denn die Frau, das ist ja das Schlimme daran. Was für Vorteil hat die Frau denn? Gar nichts. Amir, Bruder, du hast doch letztes Mal hast du ein Vers gebracht, ich weiß nicht mehr, welcher Vers, das war vom Koran hast du das gebracht, da wo der, wo es gesagt worden ist, dass die älteren Männer Kinder heiraten dürfen. Das steht. Versuch 65 Vers 4, genau. Krass, oder? Also Sarah, mach mal, schau mal deinen Dings, würdest du deine Tochter und deinem Kind einen 50-jährigen Mann geben? Mach mal, mach mal so, würdest du das tun? Einer von denen wird das machen, niemand von ihnen hier. Aber daran glauben, ich verstehe nicht, was hält denn ihr an ihrem Glauben? Jetzt mal wirklich, was? Die Nation, die kennen sich nicht aus, das ist das Problem. Schau mal, meine ganze Familie, Teil von meiner Familie ist immer noch Muslim, aber was soll ich machen? Ich sage das denen jedes Mal, aber hey, was hält euch von dem Schmarrn, hey, macht euch doch schlau, liest mal euer Buch an dem, was ihr glaubt, oder wollt ihr echt unwissen bleiben? Ohne Wissen. Bist du Albaner? Bist du Albaner? Ja, ja. Okay, alles klar. Okay, mein Lieber. Zu den Albanern wollte ich sagen, spazieren, blamieren, müssen wir reparieren. Spazieren, blamieren und reparieren. Ja, wundervoll. Abbas Mohamedi. Hört sich sehr Persisch an. Ja, ich grüße dich. Salam Abbas. Bist du Perser? Ja. Ah, schön. Halb Perser, halb Aserbaidschaner. Ah, okay, also sprichst du auch Iranisch, Persisch, ne? Ja. Ja. Was kann? Ne, ich wollte nur sagen, der Typ meinte gerade hier, der Koran wird bald als Witz angesehen, aber das stimmt auch gar nicht. Die Leute werden konvertieren immer mehr zum Islam. Nein, Islam ist innerlich am zerbröckeln. Die ganze islamische Welt ist richtig in Aufruhr und die Gelehrten geben das zu. Die sagen, 50 Prozent der Muslime, die sich Muslime nennen, sind gar keine Muslime. Das sind alles nur Namensmuslime. Die haben nichts mit dem Islam mehr zu tun. Es kommt gerade eine riesen Lawine der Apostaten auf uns zu. Das ist so krass. Ja, in eurer Scheinwelt. Das sehe ich. Aber wie ich das sehe in Deutschland, das ist total anders herum. Okay, soll ich das abspielen? Wenn das Gelehrte das mit ihrem eigenen Mut sagen? Nein, brauchst du nicht. Ich sehe das so selber. Wenn ich das sagen würde, könntest du sagen, okay, ich habe vielleicht eine Agenda, das zu sagen. Aber doch nicht, wenn Gelehrte das selber sagen. Guck mal, da kannst du rumholen, wie du willst. Wir Muslime werden immer mehr und ihr immer weniger. Da kannst du machen und... Du kannst bald gechippt werden vom Satan. Wirst du sehen, wo ihr dann hinkommt, wenn ihr hier weiter sowas macht. Guck mal, hier... Du denkst, du kommst hier nach Deutschland? Guck mal, wie heftig. Du hast es hier mit dem Teufel zu tun. Du denkst, der Teufel lässt euch zu, dass ihr hier irgendwas machen könnt. Ich bin da. Ich bitte dich, Mann. Er hat eure Religion fest im Griff und er weiß, dass ihr gewaltbereit seid. Und er nutzt euch. Das ist das. Guck mal, hier in der Welt kannst du jammern und heulen. Wir werden immer wachsen. In der nächsten Welt... Du kannst ja wachsen. Wachsen an Gehirn wäre auch nicht schlecht, mein Lieber. Wachsen an Gehirn, an Verständnis und an Verstand wäre erstmal angebracht. Die denken wirklich, dass sie mit der wüsten Religion hier hinkommen und dann einem hochmodernen Staat wie in Deutschland oder Europa allgemein und denken, dass sie da irgendwas machen können. Das ist so krank. Die Leute sind sich gar nicht bewusst, was sie da machen mit ihrem Kamelurin-Zeugs. Unglaublich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mit diesen Leuten geredet. Und die sind bestens informiert. Bestens informiert über diese Religion. Glaubt mir. Glaubt mir. Die sind so informiert. Ich war am Staunen. Ich war am Staunen. Die wissen genau, was Islam ist. Boah. Ich war richtig erstaunt. Als hätten die einen Scharia-Kurs bekommen. Ehrlich. Das hilft. Ein Scharia-Kurs für die ganzen Staatsapparate. Das ist krank. Das ist krank. Ja, die meisten Muslime haben auch riesengroße Angst, was demnächst auf sie zukommt. Riesengroße Angst. Das ist krank. Die ہیں industri? Das ist es natürlich. Genau. Wo wurden Sie? Hallo. Oh mein Mann. Am man? Ja. Das ist krank. Hallo? Das ist krank. Ja. Wolle? Schlubben? Ja. Was? Was? Hallo, Mann! Hä? Oh mein Gott, das kann doch nie mehr wahr sein hier. Doktor Schlango. Hier wird Deutsch gesprochen, genau. Leute, komm, die 500.000! Aaaaah, die 500.000! 500.000 geknackt. So, weiter, weiter geht's. Grüß dich, mein Lieber. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Ich frage mich, Armir, bei dir. Du weißt doch mittlerweile, wie die Menschen funktionieren, dieses Mädel. Nicht die... Ich glaube, Sarah. Die Menschen wollen doch die Wahrheit nicht sehen. Die wollen doch einfach nur ihr gemütliches Leben weiterführen. Und es ist doch für einen Mensch in dem Fall das Gemütlichste, sich einfach zu einer Religion zu bekennen, in der auch die Familie und die Freunde und die anderen leben. Und so ein Mädel, was wahrscheinlich noch nicht mal Bock hat, irgendwie eine Seite Zeitung zu lesen. Von der kannst du doch nicht erwarten, dass sie bereit ist, ihr Weltbild umzukrempeln. Die sind doch viel zu faul dafür, die Menschen. Ja, lass es. Aber es gibt natürlich... Du musst aber auch bedenken, unter ihnen gibt es ja auch Vernünftige, auch in ihrem Alter. Also da muss man schon auch die erreichen, die auch wirklich das Gehirn dazu haben, den Verstand dieser Religion in Frage zu stellen. Und genau diese wollen wir auch erreichen. Die breite Masse ist ja sowieso verloren. Aber unter ihnen, unter dieser breiten Masse befinden sich immer noch zahlreiche, die sich selber Gedanken machen und das Ganze dann so für sich selber aufschreiben, nachprüfen. Da gibt es genügend, die Gehirn haben. Glaubt es mir. Aber das hat ja nicht nur etwas mit dem Islam zu tun. Ich glaube, es ist einfach so, dass der Mensch einfach so gestrickt ist. Zum Beispiel wirst du einem Menschen, der in einem kommunistischen Land lebt. Sagen wir mal, du holst jetzt jemanden aus Nordkorea. Wahrscheinlich will er gar nicht sein Weltbild verändern, weil das einfach seine komplette Welt zum Einbrechen bringen würde. Jedenfalls solange er in diesem Land lebt. Also ich glaube, dir wird es nie gelingen, wirklich alle Menschen zu bekehren. Aber das ehrt dich schon, dass du für die wenigen Seelen... Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Und du siehst den Islam wirklich am Ende? Weil ich glaube, die Ausbreitung des Islams läuft ja in erster Linie nicht durch Konvertierung, sondern über die Geburtenrate. Das ist das. Von außen sieht es so aus, als würde es wachsen, aber innerlich ist der Islam total am zerbrückeln. Ja, das ist das. Innerlich ist der Islam zerfallen. Aber woran machst du das jetzt? Du hast gesagt, es gäbe Gelehrte... Ja. Aber du hattest vorhin gesagt, dass es Menschen gäbe, mit denen du gesprochen hast. Und die Muslime müssten sich jetzt fürchten. Meinst du jetzt in Deutschland beispielsweise die rechten Parteien, die wahrscheinlich die nächste Bundestagswahl gewinnen? Das auch. Das kommt ja zu einem riesen Clash. Du siehst ja, dass die Muslime auch nur aus einem Grund hier sind. Du siehst ja, dass diese Religion ja keine normale Religion ist. Das hat den Anschein einer Religion. Das ist ja ein richtiges System dahinter. Mit eigenen Gesetzen, eigenen Strukturen. Hat ja nichts mit Grundgesetz und dieser Verfassung hier zu tun. Null und nicht. Da müssen wir uns ehrlich hier genug sein. Also hat jemand einen Plan, diese Religion hier nach vorne zu holen, richtig? Also das denke ich auch. Aber ich weiß nicht... Ich glaube, da kommst du schon in die Verschwörungstheorien. Wer soll denn ein Interesse... Da brauchst du nur gesunden Menschenverstand. Weil du musst doch nur in die islamische Welt schauen. Du siehst doch da, wo der Islam dominierend ist, wie er sich auf einmal verhält. Hier, was wir hier sehen in Deutschland, ist einfach nur ein Islam, der nicht in der dominierenden Fassung ist. Also sind sie ruhig. Die können doch nichts machen. Das ist das. Und das weiß auch die Leute in Europa. Und die Muslime werden dann irgendwann mal bald auch in die Drangsalzeit kommen. Die neue Weltordnung. Sie werden sie vorankurbeln, weil die Muslime ja die gewaltbereiteste Ideologie hier überhaupt ist. Also du meinst, sie werden halt so eine Art Söldner am Leben dann angesetzt. Kannst du dir mal vorstellen, der Imam, sobald er den Dschihad ausruft, müssen die Muslime folgen. Der Muslim, der nicht folgt, der muss sogar bekämpft werden. Das ist das Kranke. Das wissen die. Also deswegen meinte ich gerade Verschwörungstheorien, weil das sind ja Sachen, die kann man nicht belegen. Und ich meinte, du betrittst dann quasi den Raum der Verschwörungstheorien. Also du glaubst, dass eine größere Agenda... Dann werden wir sehen, ob ich das Recht behalte oder ob jemand anderen das Recht behält. Also das will ich dir überhaupt nicht abstreiten. Aber meinst du, dass die Muslime eigentlich nur instrumentalisiert werden, um als Söldnerarmee für eine höhere Kraft, wer auch immer das ist, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, dann einen Krieg zu führen in Europa, wahrscheinlich gegen die eigene Bevölkerung. Die haben ja in ihren Schriften Eroberungsbefehle von Allah und Mohammed. Und der deutsche Staat bzw. Europa ist ja nicht dämlich. Sie können ja genau wie ich anhand der islamischen Schriften ja sehen, was der Islam ja vorhat. Verstehst du? Wenn ich das schaffe, was meinst du, was hochintelligente Staatsapparate hinkriegen? Verstehst du, was ich meine? Verstehst du das? Okay, alles klar. Jetzt fügt sich das zusammen. Das Internet ist ja zur Verfügung. Die Muslime sind ja so verrückt, dass sie alles zur Verfügung stellen. Das ist ja das Kranke. Sie stellen ihre gesamten Bücher, ihre gesamte Ideologie ins Internet und man kann das alles nachschlagen und nachschauen. Das ist ja das Krasse. Und siehst du, die Staatsapparate wissen über alles Bescheid. Aber findest du das nicht ein bisschen widersprüchlich denn auf der einen Seite? Ja klar, aber findest du das nicht widersprüchlich, dass die Regierung anders handelt als der Staatsapparat? Nein, Staatsapparat ist die Regierung und die Regierung ist der Staatsapparat. Sie sind nicht voneinander zu trennen. Aber die Regierung hat doch vornehmlich Menschen aus islamischen Ländern ins Land gelassen. Ja, aus einem Grund. Genau das meine ich, dass die gefallene Passchristenheit bald das erlebt, was sie noch niemals hätte, was sie nie hätte sich ausdenken können, dass sowas kommt. Das ist das, wenn sie den Herrn Jesus Christus verworfen haben und dann bekommen sie eine Religion, die absolut gewaltbereit ist und dann wirst du sehen, was bald passiert. Heftig, ne? Ja, das werden sie in den nächsten Jahren zeigen. Also ich hoffe nicht darauf. Aber bei dir scheint das schon gut zu stehen. Durch den Islam kannst du ja auch unglaublich gut Gesetze erlassen. Die Muslime sind ja hardcore gewaltbereit und das weiß ja der Staatsapparat und alles. Und die werden das zum Nutze machen, um gewisse Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und Gesetze zu erlassen. Ganz einfach. So heftig wird es kommen. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass neun von zehn Muslimen, die in Deutschland oder irgendwo anders in Europa leben, gar kein Interesse an Gewalt haben. Vor allem nicht Menschen, die Familien haben. Das glaubst du jetzt, aber Sie sagen es mir nicht ins Gesicht. Es gibt eine Passage in Sura 3 Vers 28, da kannst du mal nachlesen durch die Ausleger Ibn Qasir. Er hat zitiert zum Beispiel Abu Adard, der sich unter der Autorität der ungläubigen Macht befand und nicht in der Stärke war, diese Ungläubigen vor die Wahl zu stellen und den Islam anzunehmen. Da sagte der, in Zeiten der Schwäche hat er die ungläubige Mehrheit, hat er sie ins Gesicht gelächelt, während der sie in ihrem Herzen verflucht hat. Wahnsinn, ne? Also Muslime, du musst immer damit rechnen, dass wenn Muslime dir schmeicheln äußerlich, sie dich aber innerlich verfluchen, weil du ein Feind Allahs bist, krank, ne? Aber gut, für diejenigen, für die das zutrifft, hast du auf jeden Fall recht. Aber ich denke, die meisten Muslime, die werden sich doch nur an den Koran wenden. Und im Koran steht das nicht, oder? Das meine gar nicht, die muslimische Muslime, die von Toten umblasen, keine Ahnung. Ich meine wirklich Leute, die in der Moschee sind, Leute, die sich auskennen ein bisschen mit den islamischen Schriften, die wissen ganz genau, was Allah und Mohammed von ihnen verlangen. Die meine ich, und dazu gibt es hunderttausendfach hier. Sie sind jetzt noch ruhig, das ist das, sie sind noch ruhig. Aber irgendwann mal, ne? Das ist das, ihre Religion ruft sie dazu auf, dann nicht Muslime vor die Wahl zu stellen, so wie es Mohammed gesagt hat. Unser Gesandter, unser Prophet, der Gesandter unseres Herrn, hat uns befohlen, jeden Menschen zu bekämpfen, bis er die Jizya bezahlt. Und derjenige, der nicht die Jizya bezahlt, den werden wir für immer bekämpfen. Und wer auch immer im Kampf stirbt, der wird ein luxuriöses Leben leben, was er noch nie gelebt hat und wird sofort ins Paradies eingehen. Unglaublich. Da siehst du mal, was für eine Gehirnwäsche, ne? Was für eine Gehirnwäsche. Ja gut, wobei ich selber immer noch der Überzeugung bin, dass eigentlich, ähm, ich denke immer noch, das ist eine kleine radikale Gruppe. Eine radikale Gruppe. Es reicht doch schon, wenn, ähm, zehntausend von ihnen aufstehen und überall hier in Deutschland anfangen, irgendwas zu tun. Meinst du, die Polizei kommt noch irgendwie dahinter? Aber mit ihrer hochmodernen Technologie, was sie uns nicht zeigen, werden sie dahinter kommen. Warten wir ab. Hier in Deutschland kannst du nicht einen Fuß setzen, ohne dass die genau wissen, was du vorhast. Glaub mir. Glaub mir. Aber das ist doch verrückt, dass es, äh, Verbrechen gibt, die begangen werden und nicht aufgeklärt werden, obwohl die Behörden eigentlich die Möglichkeiten hätten. Meinst du das? Ja, da gibt es sowas, aber... Da muss man abwägen, da muss man, äh... Ja. Naja. Also es war auf jeden Fall ein sehr endliches Gespräch. Äh, kannst du dich daran erinnern, wir hatten vor kurzem schon mal ein Gespräch geführt. Und, äh, dazu wollte ich dir auch noch eine kurze Frage stellen. Ja, das kannst du beim nächsten Mal. Hier sind noch andere, die auch noch einladen. Alles klar, mein Lieber. Alles klar, mein Lieber. Alles klar. Gott segne dich. Okay, tschau. 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 nur an deine an deine freunde in deinem live chat es kommen jetzt langsam immer mehr und mehr melden sich wie dieser schlange riesengroßen respekt mit seinem verhalten und mit seinem hirn was er überlegt etwas in seinem leben und er kennt den islam und vorher ich will nur deinen freunden in deinem live sagen dass sie mal merken was du überhaupt bezweckst du hast vorher gesagt diese leute aus der wüste du bist ja aus der wüste mein junge du redest über dein land über deine landsleute über dein glauben wie willst du dann eine landsleute haben ja den islam ja abgeschworen die sie verlassen gerade alle den islam weil sie gemerkt haben was der islam mit ihrem leben angerichtet hat in die hand nehmen und lesen da haben sie ja ich weiß nicht was du für ein koran ist weil das wo ich dir zuhöre glaub mir ich bin mit zwei kindern hier wir hören dir zu und wir lachen uns kaputt ok du kannst ja gerne deinem kindern zur 78 vers 33 zeigen wo alle euch verspricht dass ihr frauen mit schwellenden busen bekommt lach mal so lange so schnell weg gemacht weil du keine chance gegen ihn hattest er redet mit respekt für alle menschen war doch kein muss denn frieden schließen und nicht was du machst du machst nur hass auf dieser welt dein Gott macht doch hass auf dieser welt du bist aus der wüste in deutschland gekommen hast etwas kennengelernt und ich habe das nicht ausgesucht dass ich in deutschland bin du verkaufst dich du verkaufst dich nur für paar accounts wo die dir hier schicken paar geschenke so ein thema verkauft man sich nicht glaube es mir wenn so ein thema ist ist das brandgefährlich glaub mir kein geld in der welt ist es wert sich das anzutun du hast schon dein land verkauft und dein glauben du hast dein land verkauft versuchst du überhaupt hier ist dein land kein sicheres land wie wie es geht um dich zu lächerlichen nummern ja ich wir haben den islam in unserem land wir können also nicht in unser land gehen weil wir aufgrund des islams unterdrückt werden unterdrückt nicht dein land ein einziger weder in deutschland noch in der schweiz hat würdest du deinen kindern auch würdest du deinen töchtern auch beibringen dass die geschlagen werden dürfen wenn sie widerspenstig sind suche 434 das stimmt nicht das stimmt nicht und das stimmt nicht heute hat das gehört guck dir das mal an also warte schnell warte schnell ich erkläre dir das wird erklärt man darf nicht zuschlagen mit der faust und damit offener hand stimmt warte warte ich erkläre dir weil du kommst du hast du hast ein mann mit offener hand deine tochter schlägt bumm nee warte schnell warte schnell lass dich erklären weil du kannst es ja nicht noch mit offener hand sie darf weder a machen noch sie darf ein blauer grüner oder irgendwelche flecken stehen was heißt das du darfst nur auf die schulter klopfen mein junge ok alles klar guck mal hier der muslim haut seine seine sag mal schnell seine frau grün und mohammed hat dem typen auch noch recht gegeben das stimmt du darfst niemand schlagen bei uns sind die frauen höher als die männer wahrscheinlich kriegst du kannst du hast ein problem mit dem ich weiß es nicht wenn wenn ich dich anschaue du hast nur profit für dich und wenn ich die konvertierten schauen wozu islam konvertieren die konvertieren nur aus einem grund wegen islam für gott sie haben gefunden aber ihr wo konvertiert ich will nichts gegen christ zum sagen aber du zum beispiel oder wie diese iranerin wo sie kürzlich gemeldet hat sie hat sich die hat den glauben gewechselt weil sie kann das sexleben nicht ausleben im islam darf ich dir kurz darf ich das kurz vorlesen wie du deine eigene religion demoliert hast guck mal hier sie redet über sich guck mal möchtest du was lernen möchtest du was lernen oder wirst du rausgehen islam du darfst nicht schlagen ok dann gucken wir ob das so erlaubt ist mein lieber beruhige dich komm runter ich lese das mal vor sei buchhari ok du kannst das dann selber für dich überprüfen ok hör zu riefen irgendwie tust du mir leid ich würde gerne mit ihren kaffee du tust mir leid dass du nicht in der lage bist dein gehirn zu benutzen das tut mir wirklich leid für dich morgen wieder hass predigen gegen islam jetzt möchtest du mit mir hier wirklich intelligent durchgehen oder möchtest du kamelurin flavor an den tag legen ich will die scheiße fressen wie du die jeden tag machst aber du isst doch kacke und pipi von kamele ich nicht doch du ja du kommst du kommst ich weiß nicht vielleicht wo du her kommst bei uns ja warum du woher kommst du denn aus bosnien genau bosnien ist ein sicheres land was suchst du in deutschland ich bin hier geboren nein das stimmt nicht du bist hier nicht geboren du bist hier hingekommen jetzt lachst du auf einmal warum gehst du nicht zurück in dein land warum gehst du nicht zurück in dein land ich kann nicht ich würde gerne zurück in mein land gehen und die wunderschöne die wunde mein wunderschönes land genießen was für ein schönes land ich eigentlich habe da würden wir zurückgehen aus unserem land das schönste land machen überhaupt nimm nur den islam weg die ganzen iraner hauen sofort ab nimm nur den islam aus meinem land weg morgen siehst du wie hunderttausende iraner abhauen in ihr land so sieht das aus du wirtschaftsmischlinge was bei euch bruder passiert ist bei uns ist das problem nicht glauben ja die iraner würden sofort ihre koffer packen und ab in ihre heimat gehen weil ihre heimat 80 milliarden mal schöner ist als das was du hier siehst so sieht es aus die iraner sind mit die intelligentesten menschen die du jemals in deinem leben gesehen hast alle ein nach dem anderen akademischen grad das kann keiner leugnen die best integriertsten sagen wir schnell die best integriertsten ausländer in deutschland so sieht es aus und wir haben begriffen dass der islam unser leben ruiniert hat unser land ruiniert hat und der islam ist hier nach deutschland gekommen und versucht das gleiche genauso zu machen und da haben wir solche gehirn gewaschenen menschen wie du die das nicht mal erkennen wo ist das ganze aber schau mal ihr habt im iran ein problem du hast ein problem mit deinem verstand weil du die bücher nicht aufschlägst ich habe nur ein problem mit menschen wo hass predigen hass prediger bist du ich bin mir das leben zu heilen macht der mir das leben schwer macht damit ich die muslime die kamelurin trinken damit ich die rausholen aus kamelurin kamelurin schau mal befreuden wir uns kommt sein wie freude kommen lassen wir uns frieden auf der welt schließen und nicht nur hass predigen wie du jeden habe ich doch gerade zu dir gesagt frieden schließt okay du hast gesagt ich komme aus der wüste ich würde aber gerne zurück in mein land gehen aber nimm den islam weg mal gucken ob die iran und ich morgen alle abhauen bruder das ist nicht gott das ist die politik du hast nicht mal islam in deinem land du hast ein sicheres land was suchst du überhaupt hier bruder das ist nicht gott bruder nicht gott wo das produziert bei euch in mir an ich konnte gott hat befohlen in sura 9 vers 5 dass man die gesamte menschheit nackentherapiert wenn sie nicht zum islam konvertieren was hast du für ein buchmann bei uns konvertieren leute und leute aber niemand hat sie durch die hirnwäsche durch lügerei durch takia deswegen konvertieren die zum islam sagt den auch einmal ehrlich dass wenn ihr zum islam konvertiert ihr auch nicht mehr rauskommen könnt ohne euren schädel sag ihnen das mal mal gucken wie viele leute sich noch für den islam entscheiden und jeder wo islam kennenlernen will er soll den koran lesen haben die doch gelesen und ja den koran gelesen haben gesagt das ist das gefährlichste gruppe der welt glauben ich bin der glücklichste mensch seit ich mit dem koran klatsch ist noch nicht mal den islam was man ist da was wir kennengelernt bekommen aus bosnien oder was was ist das für islam ich schwöre auf allah ich verrichte meine gebeten du kannst doch nicht mal allah sagen du sagst allah allah was für allah allah was für allah allah ich bin keiner aber ich rede allah ja dann übe das doch mal allah egal wie man sagt gott gott ist das gleiche ja dann sagt gott aber die muslime die du ärgerst die wenn du sagst allah ja ich koche über deinen über deine ignoranz über deinen über deinen das ist für mich unvorstellbar wie ein erwachsener man nicht zwei meter nach vorne geradeaus denken kann dass wenn der islam oberhand gewinnt dass wir alle dran sind das ist du nicht was der islam mit wie ist denn der islam hat wie hat der islam sich denn verbreitet sagt mir mal bitte durch küssen und rosen geben oder was wahrheit durch wahrheit durch lügen von anderen menschen schau mal berlin und alles das hat uns nur gutes gebracht den leute haben die wahrheit erfahren dass das lüge war und so haben sie konvertiert zum islam zu der wahrheit ja genau deswegen ist auch halid ebn walid losgezogen hat Türkei angegriffen hat aserbaidschan angegriffen hat iran angegriffen und hat sie alle zum islam gezwungen weil der islam natürlich die wahrheit ist ne anders das ist wie fertig muss ein menschen sein um dich zu schütteln und sagen hallo komm mal auf den boden islam ist nicht das wie dieser doktor schlang wurde wieder heißt riesen respekt im möglichen gott belohnen ich bin in irrenanstalt ich sag's euch das ist für mich unvorstellbar was der sagt komm bitte komm geh bitte ich reg mich nur über dich auf wie fertig die leute sind wie fertig das kann nicht in meinen kopf reingehen ja das sind die ersten die dann aufgrund ihrer religion dann die die brutale wahrheit ihrer religion dazu spüren bekommen und dann sagt dann denkt er sich so aktuell ich habe damals mit army darüber geredet und jetzt auf einmal habe ich den schlamassel hier wie fertig muss man nur sein es ist das für mich unvorstellbar man turnier sind auseinander genommen schalom amir schalom also man merkt bei dir wirklich du sprichst wirklich der heilige geist das sieht man bei dir richtig muss ich sagen wie du strahlst und so positiv aber das ist weil ich wütend bin auf diese leute weil die ja uns die wir aufklären uns das leben total schwer machen das ist das problem und der doktor schlangen das war doch ein christ den er da mal erwähnt hat was das soll ich habe noch nicht mal hier einen soziologen gehört der hat gesagt bei 14 prozent wenn wir 14 prozent migranten haben dann wird es gefährlich weil dann wollen die übernehmen und da wurde nur die muslime die für den islam richtig verstanden haben die wollen die ordnung eines landes beseitigen und durch die scharie ersetzen sie sind aus einem grundtier um dieses gesetz diese ordnung zu beseitigen du weißt ja nach grundgesetz wer es war diese ordnung zu beseitigen den gilt es zu bekämpfen richtig so sagt es ja das grundgesetz und der islam ist gegen das grundgesetz richtig richtig also im umkehrschluss sollte man was mit dem islam machen da müsste man verbieten hier in deutschland so sieht es aus ein gesunder menschenverstand menschenrechtler und alle sollten sich noch mal hinsetzen den islam auf den prüfstand schicken aber von jemand überprüfen lassen und sagen aha das hat nichts mit demokratie nicht mit menschenrechten zu tun die haben ihr eigenes system und man muss die muslime dann vor die wahl stellen und sagen du möchtest mit uns in frieden und einklang leben meinungsfreiheit grundgesetz dass wir alle gleich sind unter diesem gesetz oder du willst einen menschenverachtenden scharia haben dann kannst du dir bitte ein islamisches land aussuchen das wäre gesunder menschenverstand genau das wäre gesunder menschenverstand aber jetzt mal aus islamisch kompatibel ist mit hier demokratie europa freiheit dies und das selbstbestimmung gibt es ja nicht im islam genau aber jetzt aus islamischer sicht haben die ja nicht unrecht aus islamischer sicht gehört allah die welt gehört allah also denken die auch deutschland gehört die muslimen natürlich die denken das ist allahs land und das gehört nicht den deutschen sozusagen und irgendwen das gehört allah das land und die muslime haben recht darüber über die kufat eines tages zu herrschen so ist das ganze und jeder wird ja auch als muslim geboren nur die ungläubigen eltern machen ihnen denn zum christen oder zum juden also quasi so so ist es ja aus islamischer sicht so denken die ja ne ja genau so gar jesus sagen sie war moslem quasi ne okay mein lieber gott segne dich und deine familie ich danke dir ne tschau hallo mein lieber gott segne dich und deine familie ich wollte nur sagen dings auch wenn du so lauter bist und so ich würde einfach die weil dings der wollte einfach nur normal mit die debattieren es ist moslem aus er sagt aus versehen allah also weil es sein akzent vielleicht ist weil er vielleicht ich musste das lernen die muslime sagt doch wenn man sogar die spitze falsch setzt ist das gebet ungültig was meinst du wie die sich aufregen du sagst allah ja aber er hat auch nicht so so wie du es ausgesprochen hast allah gesagt sondern er hat so also also ich glaube da war russ oder ukrainien oder bosnia ja also die aus diesem gebiet die reden hat einfach mit dem mann genüge bosnia die das gelernt haben und das perfekt aussprechen dann muss man sich in den fünf minuten und das mal lernen man muss aber trotzdem anstrengen hat ganz normal mit die gerät die ganze zeit das war nicht ganz normal was war das für eine gehirn gewaschene show was er da gebracht hat der sagt man darf weil der hat zu mir gesagt man darf die frau nicht so schlagen dass irgendwie die grüne stellen hat und dann sehe ich auf einmal die hadiths sagen genau was anderes genau was anderes und seine religion und zweitens ist zweitens würde ich die empfehlen auch wenn du viel älter als ich bist ich würde einfach empfehlen mit einem richtigen islam prediger darüber zu reden und einen moment ist wohl doch mal bitte jemanden ja das kannst du nicht auf tik tok machen du musst mit jemandem etwa einen termin vereinbaren sozusagen und das dann auf tik tok machen oder vereinbar mit diesen ganzen predigern oder was ja damit du nicht jemanden richtig zum diskutieren hast du redest die ganze mit mit die leuten die nicht so viele abonnenten die können ja hier reinkommen und das ganze klarstellen oder nicht ja aber dann musst du die ansprechen vielleicht sehen die dich nicht mich sieht man nicht mit 600.000 likes nein aber guck mal du willst du willst doch den islam abschaffen oder das ist doch dein ziel oder ich will die muslime aufklären und ihnen sagen hör mal zu deine religion ist du willst dich zum konvertieren bringen richtig bitte du willst dich zum konvertieren bringen richtig überhaupt nicht zu konvertieren bringen in erster linie geht es darum sich zum nachdenken anzuregen okay aber was ist dein ziel was ist dein ziel habe ich doch gerade gesagt zum nachdenken anregen zum aufhören über diese religion und sich zu jesus christus rufen dann diskutiert doch mit einem richtigen mit jemandem der richtig ahnung von dem islam hat der der sich damit jahrelang beschäftigt hat diskutiert dann auf tik tok über guck mal hier sind 1100 du bist also nicht der partner guck ich mal wer hier noch drin ist was gut vielleicht ist bilal heftig ich habe eine frage wenn du wenn du jemanden aufkehren willst dann macht es doch einfach ganz normal und nicht mit akkassionen du willst die man das gesehen wie ich aufkläre hey why you worship a man god who come from woman vagina tell me why you worship a leg why you worship a girl come from woman vagina please you christian be proud of your baby god you worship a baby god be proud i know that john so i know the source so acts 222 jesus of nazareth a man a credit to you man man oh yeah man he was he was mail to a crowd go out here you idiot kein bock auf so mich hier aufzuregen auf so trotteltypen unglaublich richtig bollos mit diesen leuten liegt mit denen kann man überhaupt nicht ein normales gespräch führen das ist absolut krank die fangen dann an direkt drei millionen sätze zu reden und dann ich bin schon wieder bei dir hör mir gut zu es gibt nur eine sache wo ich dieser emila mantic will weil sie schon zweimal im islam ja okay danke 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 emilia martic oh mein gott das ist absolut krass ich gehe auf kleiner schwanz guck mal der kleine das mal an aber das gerade gehört islam islam heftig ne was der islam das hat er bestimmt von seiner familie da gehört oder was seine umgebung und so ne von klein auf das ist unglaublich ich bin so schnell rangekommen hallo hallo mein lieber gott segne dich und deine familie ja ebenfalls für die wahrheit und nur gott weiß dass was die wahrheit ist du bist albaner ne ja wie bist du denn muslim geworden geboren muslim und die letzte 20 jahren praktiziert oder sagen wir 15 jahre und wie sind deine vorfahren muslime geworden unterschiedlich am anfang war es halt durch den handel und dann durch krisen und was hat euer volksheld getan der skander beyo er hat die osmanen bekämpft was waren denn die osmanen die osmanen großteilig waren muslime also die muslime wollten albanien überfallen und dann war es euer volksheld der diese zurückgedrängt hat meinst du nicht dass es ein held ist dass er aufgehalten hat seine islamisierung nach wieviel jahren ich rede darüber dass die eure vorfahren gekillt haben und du heute muslim bist natürlich guck mal man muss es so schauen dass der anfang fängt immer friedlich friedlich an der anfang und nach wenn jemand überhand nimmt dann wird das bekämpft weil man sieht dass dass man etwas verliert was man hatte und dann möchte das nicht verlieren dann kämpft man halt gegenseitig aber eine religion die zum beispiel von gott diesen befehl bekommt andersgläubige zu bekämpfen bis sie an das glauben was sie glauben meinst du nicht dass es vom teufel kommt nein weil nicht bis die sich wieder zu kehren das heißt es gibt das gibt der schrittweise diese diese sachen was das heißt wenn wenn die muslime bekämpft werden dann dürfen die kaudi bekämpfen genau das gegenteil soll ich das zeigen glaube dass er darauf steht aber wenn es so weit ist dann natürlich wird das bekämpft also die also wir alle die wenig an den islam glauben die wir werden bekämpft wenn ihr wenn ihr uns bekämpft ja das habe ich nicht gesagt ich habe gesagt ich will nicht an das glauben was du glaubst ja dann glaubt auch nicht aber hamid hat gesagt bekämpfe diejenigen die nicht an das glauben an was du glaubst nein nicht so genau du musst auch die verse oder die aya vorher und nachher lesen ist kein problem sollen wir die aya vorher und nachher lesen die aya ich hab's gelesen ja dann lies noch mal und das und das steht so ich bin ich bin ich habe jetzt gar nichts außer meine hände ich weiß du bist ein moslem und hast kein koran da aber bis 20 jahre praktizieren ja mit der grundlage wo wir da sind ich bin nicht allwissend ich weiß auch nicht alles aber ich bin froh habe ich das gesagt aber ich denke wenn jemand zu mir sagt ich bin seit 20 jahren praktizieren dass er wenigstens ein koran neben sich hat ich habe ich habe ein anderer zimmer aber ich habe auf albanisch dann hol mal bitte den albanischen koran ja über was willst du reden aber ich möchte dir zeigen was dein gott sagt was man mit andersgläubigen machen was ist dein ziel eigentlich siehst du wie du auf einmal ablenkst merkst du weil du angst hast deinen eigenen koran in die hand zu nehmen ich habe nicht angst weil du hast gerade gesagt ist im anderen zimmer hol dein koran mach mal hast dann hat für allah ich bin ich bin kein ich bin kein lehrer verstehst aber für mich weiß ich genug wie ich umgehe zu mir gesagt ein vers vorher ein vers nachher okay wir machen das ein vers vorher ein vers nachher wenn du so klug bist wenn du denkst wirklich dass es so gut ist warum tun die länder dann halt nicht die muslime rausschmeißen du wirst bald sehen was hier los ist in deutschland europa ja was wirst du bald sehen was hier los ist in deutschland europa weil ihr muslime alles ins internet stellt eure gesamte wahnsinnige ideologie keine setzt das ein wir stellen wir stellen dass die menschen lernen und das um das zu kennen lernen da ich stelle da zur verfügung dass die menschen lernen dass mohammed gesagt hat gehe und setze jeden menschen vor die wahl die islam anzunehmen zu bezahlen oder in die ewigkeit zu geschickt zu werden durch nackentherapie ich kann nur etwas sagen weil das kinder bekämpft haben ist es so dass vielleicht der islam missbraucht worden ist und deswegen haben die die hilfe gottes verloren hol den koran her und dann lass uns gucken ob die aber so sehe ich als als bahner und als moslem so sehe ich das wohl bitte dein buch her mach ich hab jetzt kein bock ich will doch nichts ein fest vorher ein fest nachher die denken das ist wie bibel dass sie dass der koran kontext hätte ein fassbar hey why your holy ghost rape mary why your holy ghost rape mary why jews kill your god why is your god so weak hey what's wrong with you do you do you sniff some cocaine or what do you sniff some cocaine or what what's wrong with you you worship a rapist holy spirit your holy spirit is a rapist come down you idiot okay don't kick me let's talk let's talk let's talk come down come down 135 come down 135 and the holy ghost okay round around your brain why your holy ghost rape mary why your holy ghost rape mary why your holy ghost rape mary be quiet oh you stupid or what oh you stupid or what is wrong with you man go out here idiot guck mal wie der den heiligen geist gelästert hat ekelhafter type ziehen zu viel kokain und dann kommen die rein und reden in 500 km h geschwindigkeit buster nach resten nach Danke dir, danke, danke, Edi. Unglaublich. Das kannst du. Ha! Dann mache ich lieber Kamehameha. Nein, mein Bruder, sorry, ich finde es nochmal. Ja. Ey, dieser Yusuf, der Albaner. Ja. Erstens, Yusuf, Taggärabi. Hör auf damit. Nein, war nur Spaß. Nein, war nur Spaß. Erstens, keine Ahnung, über was er redet. Ja, dann ist es halt so. 20 Jahre falsch praktizierend. Aber mach weitere 40 Jahre. Vielleicht wirst du noch 40 Jahre älter. Ja, vielleicht kommt in 40 Jahren dann die Erkenntnis. Mach ein bisschen Breakdance. Versuch ein bisschen... Warte sehen, ich bin Gott sehen. Ich bin Askel, ich bin Askel. Ja. Delan, schon wieder du? Äh, ja, nochmal wegen gerade. Sorry, gerade wegen so Beleidigungen und so, das ist schon eigentlich normal mit dir diskutieren, aber ich glaube, bei dir ist nicht möglich so... Doch, du hast ja damit angefangen. Ja, hast recht, aber du gehst auf die alle ein, so als hätten die... Ja, die glauben ja auch an eine Sache, so... Du kannst ja nicht auf alles so eingehen. Wir können ja darüber reden, wir können ja darüber ganz normal reden, da braucht ja keiner den anderen so dermaßen zu beleidigen. Guck mal, wie die mich beleidigen. Deutschland, den hab ich einmal zurückbeleidigt. Ja Safe, aber wenn du deine Stimme erhöhst, manche nehmen das... Vielen Dank.